Sagst du das gerade alles auf einen Stapel? Ich packe das zur Seite, was ich erst mal noch nicht gesehen habe. Und wenn ich eines finde, das wir brauchen, packe ich das auf einen Stapel, genau. Okay, wo ist der Stapel? Ich habe mir noch nicht angefangen, weil ich noch keinen davon gefunden habe. Also alle, die jetzt nachträglich gucken, die können schon mal vorspulen. Zu da, wo es interessant wird, wir bauen es gerade auf und lernen Regeln und so. Das könnt ihr euch geben, müsst aber auch nicht. Das könnte jetzt so eine halbe Stunde, eine Stunde dauern. Ich esse auch zwischendurch noch. Die 21 brauchen wir, wie war es, dass wir voll schnell gehen. Die Regeln sind ja super krass intuitiv. Die 23 brauchen wir und so. 18. Hier ist keine Zahl unter, doch die 18. Achja, Mekatorex kommt wahrscheinlich drin vor. Mekatorex ist auch immer in der Mitte. Ja, das ist das einzige, was man immer ahnt. 16. Das ist auch die einzige Zahl unter 20, die wir brauchen, wenn ich das hier richtig sehe. Das heißt, die können alle schon weg direkt. 17, die 2, doch die 22 gibt es da. Achja, die ganzen 40 habe ich hier, ich habe die ganze Zeit 24 gesucht. Ich habe die 50, dachte ich auch nicht gesehen, ehrlich. Die 50 hatte ich hier irgendwie. Hier ist die 50. Die kommt auch drauf. 10, 9. Die 50 hat man hier mal ein bisschen raus, das ist nicht so sehr. 50. Gib mir mal dann auch die Unterkursseite. Das, danke. 40. 30, 40. Doch, 40 ist ja auch. Also auch wirklich die erste Lernpartie. 3 von 3 Spielern haben das noch nicht gespielt, und einer hat immer schon mal die andere 10 mal gespielt. 10 Mal? Ja, stimmt. ist ja auch schon ein paar jahr auf dem markt also die dritte ja die kam irgendwie 2007 37 gibt es nicht nur 36 39 38 aber keine 37 wir gedenken zu spielen bis wir fertig sind oder so bis mitternacht ich hoffe dass das erstere vorher erreicht ist aber ich bin bis zu 10 bis 10 er die folge die erste variante könnte zur not aber einfach die 46 statt der 47 nehmen wir beides leere felder sind ich lasse es mal gucken wenn wir so schon anfangen ja dann kann das ja nur mugs werden da können wir gleich die lachse selbst bauen sehr gut ist ja gut 48 und dahin wir machen das ja auch was schneller geht keine lernen ich habe hier ein astroidenfeld brauchen wir wenn man auf die bilder geht was schneller wahrscheinlich das brauchen wir nicht ja beim alten war auch eigentlich es gab beim alten auch so eine pre-build map wo immer nur drauf war ob das ein oder zwei planeten systeme waren was eigentlich das relevante ist die brauchen wir brauchen noch oder da muss es schon dritte sein wer suche ich versuch das da gerade jetzt war während du noch suchst brauche ich einfach mal auf hier also die platte ist gekauft für zwei und wäre da sind wir ganz natürlich dass so eine platte drauf liegt bei der andere zu klein war und wollte mich feiern haben ich wusste auf den tisch der drunter passen das ist das nur ausgemessen die große spiele deshalb vergessen dass die spieler nach jahr darum brauchen aber wir haben jetzt schon sechs leuten gespielt das habe ich jetzt auch so regeln ich würde mal sagen halb sieben spiel sonst geht es los abgesehen von dem basis kann sicherlich auch viel on the fly machen das ist jetzt keine partie die ich da ansehe von wegen ich muss jetzt hier die top performance raushauen und dabei muss gewinnen ich möchte nicht dass leute abschalten müssen die haare zu bergen heute auch nur mit einer kamera oder eigentlich brauchst du zwei wahrscheinlich um alles vom spiel ins bild zu kriegen ich bin aber ich habe wieder sachen bestellt ab 3 ab frei gibt es noch besser aus streams hast du eine kamera bestellt noch einen anschluss mit dem ich über eine 50 software stream dann 25 davon gehe ich aus also werde jetzt zum ersten mal zu gucken das live essen gehört zur tradition dazu normal indisch das kommt dann später vor allem ist es so gut daneben dass man auch dabei ist ja vor allem man denkt auch immer ich hätte wird laut schmerzen dieses mikrofon ist einfach so gut also ihr hört das überträgt ja sogar den äther das raus die mich gar nicht was auch immer getrunken hast du hast du schon mal selbst gehört was brauchen nee wie das klingt wenn du trinkst mit dem mikro ich höre das ja wenn du hier trinkst ist ganz normal über das mikro plan hast was hättest du so einen großen eimer über dich gehalten 35 wieder alle alle zahlen drumherum aber nicht die 35 schwarzes loch gibt es nicht was wohl ihnen jetzt schon mal 44 den hat sich mal falls einer die spielt das muss man hier systematisch machen das ist marcus credo auch bei zombies hat er sagt es ist sein spiel wenn du das mit spielen wollen dann packen sie es auf von bis auf und ab und er sitzt daneben dazu das sieht auch sehr erfolgreich durch bei welchem spiel so ein aufbauen monster die 38 39 ich brauche die 38 hier die frage ist in wie viel stunden kann man es aufbauen ich habe einmal spieler und kälte das war eigentlich schon wieder in die verpackung zurück das war ja gut mit der hintergrund welches auch als exo wird dass ich aber alle leute rein machen mit denen ich jemals ist ein stapel der noch genutzt wird hier zwei jahren gespielt habe muss damit ich mal genug weiter die das können die 19 19 doch eine zahl unter 20 die gebraucht wird ich habe in 18 18 ist ja auch die mit aber selbst aufbauen kriegt jeder eine bestimmte anzahl roter und blauer plättchen zugeteilt und dann legt man der reihe nach gehen er ist in ihrem kreis den äußeren kreis also du legst zuerst meckern in die mitte und dann wird herum gebaut und seine heimatsystem legt man die man vorringen legt das meckert von rechts und in drei jahre spielaufbau halt in der entsprechenden fähren seine heimatsysteme und damit herum und da steht aber auch schon fest der staatspieler ist ja weil danach sich das heißt der staatspieler wird hoffentlich in das schätze system bekommen so wir müssen schieben ich komme nicht mehr klar also meckert oder dass jeder spieler kriegt seiner weit genug weggelegt da wo ich jetzt auch hier und dann liegt der staatspieler immer als letzter hin das heißt alle anderen dran und legen erst mal bei ihm die leeren hin nur auch in der runde jetzt in der runde als letzter war nee erstmal besser als das erste war die anderen brauchen jetzt zu weil es so gutes staatspieler zu sein ich kenne leute die würden würden immer in köpfen der sowas deswegen habe ich jetzt auch gerade nur mit jahren das muss ich immer einigen würde ich davon gerne auch noch probieren aus das ist generell neu dass wenn die schule auf dem tisch steht ich überlegte nicht was zum laufenden amt essen willst du nimmst dann alles was essen willst sofort weil es ist halt einfach weg ich weiß nicht wie aber es passiert ich werde das nachher an einer tüte saurer gummi wir werden demonstrieren wo ist die 35 die auf jeden fall noch mal nach nach meiner kontrollieren was ich hier vom rückse ja aber erstens werde ich das vorher noch so gar nicht auf den amazon so einen duschspiegel bekommen ist einmal so ein basics teil das habe ich mir jetzt in die dusche gehängt ich glaube da irgendwann jemand aus der dusche der wird einfach sich nicht daran sehen können so jetzt bin ich auch fast gesättigt und voll da ich hab das mal ja t4 kommt von Asmodee wir brauchen eventuell die 17 noch falls jemand die ghosts of kreuz spielt das kommt hin wo das heimatsystem ist es gibt sogar hier so ein lore kompendium da ist einfach mal background story ohne ende drin schon geiles artwork das werde ich euch irgendwann mal in einer nächtlichen sitzung in meinem my wonderful language accent vorlesen also wahrscheinlich heute nacht mit einem glas wein jetzt wo ich ihn ja wieder verschließen kann ich habe mir so nupsi gekauft von wmf hat fast zehn dollar euro kostet habe ich mir richtig was kosten lassen richtig selbst gekauft das ist richtig selbst was ja für die rinzeln bei ihnen hätte es zum rezensieren auf amazon gestellt worden ja ich dachte mir brauchst du das nicht aber nachdem ich jetzt mit beiden zugeballert werde weil ich als groß noch ein kenner gelte von wem ich glaube leih von weiß ich nicht von rezensions wollenden das ist praktisch so ben sag mir doch mal was ein trade good ist äh geld trade good ist geld ja nein noch nicht also das sind ressourcen oder nicht ja also quasi ja das was nicht wobei der trade wird es glaube ich auch für früher man es auch für im franz ausgeben es gut ist einfach in die trade gut musst du umwandeln durch trade in diesen trade contract ja stimmt aber kannst du glaube ich nur für ressourcen ausglaub ich die 30 in ja resource influence können aber nicht in der agendaphase genutzt werden also der große vorteil von den jungs ist die mobilität sehe ich das richtig ja wir sind langsam auch mobil und wenn sie durch ein wurmloch gehen dann kriegen sogar plus 1 belegung wo ist die 23 da ist die 23 ein heimatsystem mit zwei planeten zu haben ist wahrscheinlich auch nicht jeder muss jemand mitgucken ich brauche hier muss gucken wir mal eigentlich ganz richtig nein nein hier hier ist muss das ist richtig das ist richtig was die grünen teils sollen die heimat stehen das spiel sagen du hast das worum auf geworden so rum hier also das liegt hier ja ich habe so um aufgebaut genau dann ist das alles komplett hamburgs das gehört da nicht hin da wird die 38 hin aber es ist kompletter muss es nicht die ecke stimmt das kann sein weil ich ja da warum guckst du denn auf vier player wir müssen da drauf gucken ach ja dann hier ist es natürlich mein Fehler also ja ich habe hier oben Fehler gemacht also das ist richtig das ist richtig hier kommt das hin hier kommt schon nichts mehr hin ich dachte wegen den anlegekanten das sah hier so komisch aus also ich habe es mir gerade nur kurz angeguckt und sagte dass ich glaube dass da etwas falsch ist gehen wir mal von dem astroiden aus dann kommt nämlich das ding hier hin und hier kommt dieses doppelsystem in die 36 das müsste hier ist das die 36 das da drunter ist auch nicht die 31 kommt hier hin also der hat oben das dann kommt das doppelsystem und hier kommt das das wieder vom loch und da kommt hier hin und da kommt das heimatsystem dann hin das stimmt hier muss noch ein doppelsternsystem die 28 27 hast du die 28 hat 34 die 28 muss hier hin sie liegen oder doch noch ein gestartet sein habt ihr denn schon das kontrollierte die 28 hätte ich rausgelegt gehabt ich bin mal einmal wieder näher dass ich hier 36 irgendwie krass das wollte ich in den Händen erkenne wer da ist ja deine daumen sind aber auch reichen ja gut ne ich bin auch immer der der hier guck ist ne die 28 ist in der tat hier kommt noch die 30 und die 26 und da kommt dann die 28 dann hast du mich ready hier kommt die 24 hin hier kommt die 27 hin 34 und 36 habe ich hier noch die 34 kommt da hin und das andere da hinten 34 ist da ja ja ne vergriffen aber absolut gerückt die 26 ne Moment hier muss die 29 hin oder? 29 also ich glaube da die 26 brauchen wir gar nicht doch die 26 muss hier sein ja das ist alles soweit und jetzt ist das muss die 25 sein ne 36 das ist die 36 geworden die 25 die 36 kommt da hin ach ja das ist die 25 dann rückt das hier rüber ne ne 25 kommt da ist ok ja und dann kommt hier die 38 mhm ja ok also ich glaube beim nächsten mal können wir es auch so machen aber es ok genauso schnell ja ja auf jeden fall dann fällt halt das ich muss noch den zahlen suchen und gucken wo sie hinkommen und weg sind ich hab einfach was in der hand und lege es wenn sie einmal sortiert sind dann wäre es ja auch kein ding gewesen man muss ja trotzdem dieses bild zurecht ich mag die gleich mal wieder nicht verpacken ja wir wollen das ja also ähm first game set up determine speaker randomly determine one speaker wer zuerst sagt hat gewonnen ha ok ne ne da gewinnst du ja immer wo ist denn der speaker token kein plan was ist der speaker token ne das speaker token das hier so steht speaker drauf ich hab schon gesehen hier sind nur diese die brauchen wir auf jeden fall die brauchen wir nicht denn das hier sortiert hier ist ja ne 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 weil fast was drin ist ne nein die stapel das was drin ist ist nämlich perfekt hier du darfst speaker sein also es werden anfangs dinger vorgeschlagen wollen wir davon eben zwei stück geben ja was sind denn die anfangs dinger also satscha kingdom federation of zoll soll hackern let new jojna und also hackernes soll habe ich dieses satscha jetzt habe ich hier und satten ok genau dann brauchen wir von denen auch die heimatsysteme die heimatsysteme starting technologies ach und dann brauchen wir die anderen dinger doch nochmal ja verdammt zu schnell bei parian bin ich beliebter als netflix ist doch gut gut das heimatsystem steht auf der rückseite ne ne wir brauchen die heimatsysteme ich weiß aber ich will gucken ob die nummern da stehen soll bestimmt eigentlich soll es ist so ist das biker die swan randaffection schiebt von solis debaft to each player dann dass die spieler mal sind abzuarbeiten ach was bei zwei jahren herrscht nämlich eine eine große guck mal ob du siehst wo die zahl draufsteht ansonsten ich glaube das symbol ist auf den auf den planeten immer drauf ja ok ich sehe es morgen da haben wir es auch so gemacht dass man einfach die heimatsysteme zufällig verteilt hat das können wir das auch machen wir haben das ist auch die mit der grünen rückseite ne so wobei wir brauchen jetzt lass das erstmal eben wollte ich sagen wir müssen erst entscheiden wann kannst du die raussuchen das hier brauchen wir jetzt schon so hallelujah ich meine klar man soll das zufällig aussuchen aber falls irgendwer eine proferenz hat was ihn thematisch anspricht kann das auch jetzt schon sagen der kann das dann meinetwegen gerne haben kampf kampf du hast eine kampfaffinität ok dann kriegst du das shark kingdom die haben friedensverträge und da nehme ich die forscher und du nimmst die hände das war wer schnell sich die forscher kreit na gut so war es schneller joina ich hoffe die sind noch genauso gut ja da würde ich sagen du kriegst da der knort plus eins auf jeden kampfhof ja drei 16 16 16 4 2 wieder klappt na da sind die kreuz genau so so mir würde was jetzt ein bisschen cool wäre weil so eine kurze zusammenfassung auf der rückschleitze von wegen geeignet für diesen spezgel gibt es im internet sicher also gibt es ja meistens aus dem artwork slow to anger and political by nature das klingt auch nach mir das klingt doch nach mir das klingt doch nach mir das klingt doch nach mir ich weiß nicht das ist die hier ich ziehe mir mal einmal dein zeichen das ist ein ach das ist irgendwas blaue Das hier waren die Händler, die einfach Geld wie Sau haben, ne? Provinziell. In der Länder, ne? Geldchips. We can negotiate transactions with players who are not your neighbor. Also neighbor im Sinne von auf der Karte benachbart, ja? Ja. Ich mache ein Geld. Und ich bin... Das ist nicht... Und sie konnten mal und können jetzt nicht mehr sagen, ne, ihr dürftest miteinander reden, oder? Das können sie nicht mehr. Verschlimm, besser. Ne, meine sind hier nicht. Du suchst, welches Symbol brauchst du denn? Ne, das... Kann das sein, dass du das brauchst? Nein, das ist voll. Ich rühre. Das hier brauche ich. Hä? Ah. Ich hatte nur noch was glauben. Barney of Latina. Bisschen intuitiv. Farben, Fabriken. Rot. Du kennst mich doch. Ich entscheide, dass ihr nach den welchen Fraktionen gespielt habt. Ich würde sagen, du musst genau nicht. Ne, ich nehme mir Geld. Hier, du hast Schwarz bekommen. Oder Blau kommt sie aus. Freiwald. Blau auf dem Feld. Schwarz auf dem Feld. Gib mir mal... Gib mir mal grün, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, dass man das am besten... Dass sich am besten abhebt, oder? Ja, welche Dinger sollst du hier raussuchen? Ja, habe ich noch nicht. Na ja. Ich brauche Platz. Ich bin gerade zwischen den beiden ehrlich gesagt. Das Klatswort gesagt in dieser Wohnung. The Emirates of Hakan oder the K'cha King? Ich hatte grüne und rot für keine gute Idee. Also, die Friedfertigen, die sich, glaube ich, schnell ausbreiten können, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, Kylie ist bewusst, dass Rot und Grün keine Optionen sind. Achso. Und das Lieder ist auch wieder relativ dunkel. Ja. Aber das geht auch. Das hat halt einen Kontrast zu den anderen. Deswegen habe ich dir die hingelegt. Ja. Perfektion, One-System, Home-Tile. Okay, das dürfte alles hier hoffentlich drin sein. Also, Home-Tile müsst ihr euch raussuchen und einen entsprechenden Spot anlegen. Was ist noch hier drin? Äh, ja. Ähm. Nur einer kommt hier hin und Kylie liegt wahrscheinlich da unten hin. Das ist jetzt, wenn ich überlege, was ich für Spezialfähigkeiten habe und denke mir dabei so, ich habe weder eine Ahnung, was eine Agenda ist, noch was es für Transactions zum Verhandeln gibt. Also, eigentlich ist es wurscht. Löwen sind doch toll. Ähm. Kann das auch alles weg? Ähm. Kann das auch alles weg? Die Löwen haben... Glaub ich das hier. Ja. So, dann kann das alles weg, ne? Ja. So, dann kann das alles weg, ne? Kann so ein bisschen nach oben spielen. Dann hast du... Boah, ich habe drei Startverletten? Geil. Bestimmt gut. Das ist echt nicht schlecht. Da hast du eine krasse Produktion, wenn du sitzt. Boah, ich habe drei Startverletten? Ja. Ich würde das halt richtig anpacken, sowieso nicht bestimmt noch mehr Stress sparen, aber... Ja. Das war ja langweilig. So, du warst blau? So, Ben. Wo sind hier deine Chats? Irgendwo. Du bist ja noch nicht online. Doch, ich bin online. Echt? Nein. Aber du bist noch nicht. Ne, das ist ja auch auf Brettschweblog live. Wir sind ja auf dem anderen Kanal. Stimmst du nicht auf beide? Ne, geht nicht. Bei einem Anrufspielen-Kanal, da musst du viel zahlen, wenn du auf zwei Kanälen... Was ist das? Streamen willst. Das ist für Kämpfe? Genau, das hier ist die Race-Tech. So viel Platz hier. Mit wie viel Platz muss ich dann ungefähr rechnen, den ich brauche? Ja, du hast da genug Platz. Okay. Also ich brauche hauptsächlich nur auf diesem Pappding an. Oder brauche ich auch noch was drumrum? Ja, deine Technologien legst du halt irgendwo aus. Und deine Schiffe und so. Also, ja. Die lass ich erstmal eine Tüte, glaube ich, so lange musst du nicht brauchen. Ne. Nicht? Ne. Okay. Wir haben das hier schon mit sechs Leuten gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Da stand der Tisch irgendwie auf der Mitte. Wahrscheinlich noch da irgendwie. Ja, also ich hatte hier zumindest ein Beispiel, wo ich das ganze administrative Zeug drauf hatte. Okay. Cool. Was ist das? Eine Stadt? Das habe ich keine Ahnung. Das gab es in einer alten Version nicht. Das kann man dafür verwenden. Vielleicht ist das für irgendeine Variante oder so? Können wir hier Metropolis mitspielen. Ich glaube, das sind die so Kriegssonnen. Sehr einverteidig übrigens. Ja, die Warsons. Anscheinend kann man Raumstationen bauen. Ja, so Produktionszentren. Du siehst gerade gelangweilt aus. Ne, eigentlich nicht. Dann darfst du die einmal kurz alphabetisch sortieren. Alphabetisch. Kannst du mit dir echt abnehmen. Das macht das Spiel deutlich deutlich leichter, ich glaube mir. Die sind nicht alphabetisch sortiert? Ne, leider nicht. Und ich war es nicht. Das hätte ich auch gesagt. Ich mache mir erstmal Stapel aus Buchstaben. Oh, hier ist ein Planet, der heißt 0, 0, 0. Okay. Die Heimatwelten kannst du doch gleich aussortieren. Ach, das ist eine Heimatwelt. Wenn du welche findest. Das sind wieder oben mit so einem Bullen in der Ecke. Wobei York ist das? Der Stadtplanet? Ja, meiner. Ach, du hast zwei quasi, oder was? Ja, ich habe einmal hier Yol und Nah. Darum habe ich ja die Universities von Yol-Nah. Achso. Even going. Ja, ich habe mich gewundert, dass die Federation auf Sol, dachte ich, die Stadt dann auf der Erde. Ja, Sol. Aber die starten offensichtlich auf York. Ne, Sol ist ja die Sonne auch nicht. Achso, ja, York heißt ja, York. Das ist auch ein bisschen neulische Mythologie und so. Weißt du schon noch nicht. Okay, also alle mit Symbol raus. Also sprich erstmal alle, die ich bereits zitiert habe. Moll Primus. So, erste Gruppseite. Vino. Ey, ich kann jetzt auch ein bisschen was sortieren. Ähm. Was ist das denn für ein Symboleinstech? Wie heißt dein Heimatweltplanet? Und... No. Keine Hand. Ähm. Was steht? Wie ist das denn? Steht auf der Rückseite auf dem Regal. Steht auf der Rückseite auf dem Regal. Quenara und Renlack und das ist dein Symbol. Okay, habe ich noch nicht gehabt, das Symbol. Ich habe es einfach gemacht. Ich habe ihm die Planeten gegeben und ich habe die gestabelt. Was ist eigentlich dein Symbol? Das schönste einfach. Oh. Ich habe das hier. Ich habe drei Kreuz. 32 Leute. Für 6 Uhr eine gute Zahl. Hi alle. A, B, C, D, E, F. Hattet ihr die in den Ofen angemacht? Ja, der fände ich das. Wenn du dich runterbeugst und gerade hinein starrst, dann... Sieht man Licht? Nein. Es ist ja warm. Nicht durch die Lampe, aber da neben das Loch kaum. Also es ist ja warm. Wenn das die Sicherung nicht ist. Ich habe die Sicherung rein gemacht. Warm ist er? Nee, der braucht ein bisschen. Wenn du Hunger hast, dann musst du dir einen Döner holen, wenn du auf die Pizza wartest. Weil das dauert immer ein bisschen. Das ist tatsächlich noch kein Rezensionsofen, den habe ich als ich hier eingezogen bin. Da musst du mal nachfragen. Je nachdem sitzt du mit dem Kühlschrank. Der hat sich nicht schon ein Klapptopper. Der Kühlschrank ist auch so hip, der hat auch kein Licht. Stimmt. Egal. Er hat sich auch gekühlt. Er hat sich auch gekühlt und es steht nichts. Also im einen Kühlschrank stand da noch irgendwas ein FC KW und da stand kein Frei hinter. Das ist listening up. Hello, friend from otherware. Das ist listening up, yes. Ist das auch eine Stadtfraktion? Das ist auf der anderen Seite das Symbol? Nee, das weiß ich nicht. Wellon. Nee, ich glaube, wenn das auf einer Seite ist. Manchmal haben die so spezielle Traits. Ah, ja, hier Wellon. Genau. Nee, dann ist das einfach so. So, Custodian Toten. Soll ich den Mikrotorex gleich zur Seite legen oder kommt er erstmal mit in den Stapel? Nee, kommt mit in den Stapel. Hat er noch keiner am Anfang. Einen so einen Toten muss er ja auch gleich auf gleich machen. Das hier sind die Ghost of Cruis. Hat jetzt irgendjemand hier meinen Command-Sheet weggeblieben? Nicht absichtlich. Nodur. Nodur. Kann man was machen? Ich pack's erst mal. Du hattest hier bis O oder was? Nee, du hast das einfach sortiert, aber dann alles zusammengetan, sodass ich das nach greift. Du kannst jetzt einfach die beiden Karten zusammensortieren. Das ist relativ easy. Genau. und dann shopper the decks. Das Agenda-Deck. Oh, ich glaube die müssen auch gut gemischt werden, weil... Die habe ich schon gemischt. Alle? Die hier auch? Ja. Gucken wir mal. Bisschen. Sieht gut aus. Also alle vier Stapel habe ich gemischt, bis auf die mit dem Planeten logischerweise. Sehr gut. Ich finde es nett, dass die Planeten alle einen Beschreibungstext haben. Garda Strategy Cards. Check. Haben wir. Alle acht. Ach, ich bin nicht vorbereitet. Man drückt normalerweise Übersichten aus, damit jeder schon mal die Strategietaten sich angucken kann, während das... Ja, nächstes Mal, nächstes Mal. Zurück auf die Schulbank. Gather Starting Components. Während Karl da mal wieder langer braucht, suchen wir schon unsere Start-Tag. Oh, ich habe ein bisschen Start-Tag. Na toll. Keine Technologie. Das ist... Es gibt eine Rasse, die darf gar nicht hacken. Der Necro-Virus. Der kann nur bei anderen Leuten sich durchschnauern und Rassen-Technologien klauen. Ja, praktisch. Ja, in die Allemann. Was war noch mal der Cruiser? Also kann es einem einer hinbekommen? Äh, hier ist auch mal abgebildet. Das ist der Cruiser? Ah ja, ja, perfekt. Das ist Ben-Up. Zweimal Infantry. Oh, die PDS sehen auch sehr hübsch aus. Space-Dog. Noch nur ein Fighter. Die Carrier sehen auch aus wie immer. Also in Einheitendesign, da haben sie nicht so viel gemacht. Das sieht alles aus. Weißt du, was da fehlt? Ja. Rassenspezifische Schiffsmodelle. Ja, dann wäre es noch teurer. Ja, dann wäre es noch teurer. Ja, dann, das wäre echt... Brauchte ich dann doch 17 verschiedene dann. Ja. Wo die Space-Canon steht, ist eigentlich egal, ne? Ja. Aber so richtige Fans, das sieht nach was aus, was du gut einen 3D-Drucker machen kannst, wenn du die Designs nicht vorher kriegst. Ja, und da gehen wir mal zurück. Irgendjemand hat mal eine komplette Star-Wars-Version davon gemacht. Musste die dann aber leider offline stellen, weil Fantasy vielleicht gesagt hat, ehhh. Und ich glaube, Disney hätte auch gesagt, ehhh. Das hier sind die Commodities, Tradecodes? Ja. Ehhh. Und die Tags sind hier in dem Tag-Ding, wenn ihr es wieder haben solltet. Falls ihr Tags habt. Ja, ich habe... Wo stehen die Start-Technologie? Auf der Rückseite. Da unten links. Oh, blau, das ist bestimmt toll. Und gelb. Anti-Mass-Deflectors und Sarveen-Tools. Die habe ich auch. Oh, das liegt gleich hier oben. Achso, wir haben alle unsere eigenen Technologie-Dings, ne? Mhm. Und noch den Neural-Motivator und das Plasma-Scoring. Ach, die Farbe ist... Okay. Ich finde das interessant. Irgendwie sieht jetzt meins nicht so übermächtig aus dafür, dass ich keine Technologien habe. Du hast ein Plus-Eins auf den verdammten Würfel. Und dein Mutterschiff macht glaube ich nochmal das gleiche, ne? Ja, keine Ahnung. Apply-Plus-One-Two. Ja. Ich habe es noch nicht mal angeguckt. Ich habe Minus-Eins auf jeden Kampf-Wort. Du brauchst. Brauchst. Ich kann mich nicht wehren. Der forscht einfach... Also mache ich dich zuerst platt und gehe dann zu ihm, oder was? Nein, das geht ja nicht. Nein, das geht ja nicht. Nein, das geht ja nicht. Ich habe gelesen... Ich traue dir leider nicht. Ich bin der friedliche Händler. Ich bin der friedliche Händler. Nee. Ja. Aber eigentlich? Nee. Konkurrenz. Aha. Belebt das Geschäft. Wenn ein oder mehr deine Einheiten Produktion nutzen, reduziere die kombinierten Kosten der produzierten Einheit um eins. Ist das gut? Mhm. Das habe ich auch. Klingt nicht schlecht. Bei der Produktion ist immer gut. Und meine Schiffe können durch Asteroidenfelder fliegen. Und ich ziehe immer zwei Aktionskannen statt einer. Plus ist auch nicht schlecht. Und ich reduziere, wenn jemand mit Space-Cannons auf mich schießt, das Ergebnis des Wurfes um eins. Das meint auch. Ich werde in drei Runden so viel Teich haben. Das ist einfach automatisch gilt für alle die Schiffe, die du hast. Ja. Sie sind quasi auch nachgerüstet und alles. Du hast ja die Technologien, die kennst du. Ach, deswegen wollen die Leute also nicht angreifen. Ich verstehe. Sind die Werte eigentlich der Standardschiffe immer gleich? Nein. Meistens ja, aber nicht immer. Also ich habe zum Beispiel beim Cruiser habe ich 2.7.2. Bei uns in dem Fall steht ein Cruiser. Ziemlich identisch aus. Könnte natürlich auch sein, wenn wir... Also ich glaube, das sind so die Standardwerte. Manche beiden denken ein bisschen davon ab. Die empfohlenen werden wahrscheinlich ein paar Sachen ähnliche haben. Und hier lege ich jetzt was drauf? Du hast da irgendwas draufgelegt schon? Wolltest du? Ne, dann leg mal. Achso. Klang vor allem, was du gesagt hast, das ist auch nur ein Fighter. Die brauchen wir nicht. Die bilde ich mal hier weg. Das brauchen wir wahrscheinlich auch nicht. Das hier brauchen wir irgendwann mal. Upgrade. Upgrade. Ich kann die Dinge abbilden. Achso und dann lege ich die Karten dann hier oben drauf. Und dann habe ich neue Karten, die ich drüber lege, ne? Genau. Also niemals mit irgendwie fluffigen Ärmeln spielen. Das hier sind die Feife. Wenn ich irgendwann die praisen muss. Achso und die Warszone hat man halt am Anfang gar nicht. Ich verstehe. Du hast richtig viel Tag, bevor du das machen kannst. Achso du musst... Aber wenn du diese Kombination hast, dann kriegst du automatisch diese Karte. Dann kannst du sie beim nächsten taggen. Anstelle oder Technologie? Das ist eine Technologie. Achso das Schiff aufwerten ist eine Technologie. Okay. Die findest du auch im Technologiedeck. Das heißt andere Technologien... Ach und Technologien selbst haben auch Voraussetzungen. Und die haben auch so zwei rassenspezifische Technologien, die er auch haben kann. Die hat aber nur man selbst dann. Und die... Genau ja das Wackschiff, das hat auch bei jedem... Woran erkenne ich das? Welche meine spezifische ist? Im Zweifel an deinem Symbol hinten drauf. Die müssen bei dir in dem... in dem... in dem... Achso die beiden sind das. Genau. Die muss man aber auch trotzdem freisch halten, ne? Ja ganz normal wie alles andere auch. Manchmal braucht man die. Also es ist auch schwierig wo man die gar... Manchmal ist ein von beiden Text gut, die andere so... Okay. Und wenn beide richtig geil sind, dann ist der Rest von deiner Fraktion scheiße. At the end of the strategy phase, you may spend one token from your strategy pool and give another player free of your trade goods. That's nice. If you do, give one of your strategy cards to that player and take one of his strategy cards. Ist das gut. Ich tausche zwei Strategie-Karten aus, aber dafür hat der andere drei Ressourcen mehr. Trade Goods or Trade Contracts? Ne, es gibt ja keine Contracts mehr, ne? Ne. At the end of the strategy, you may spend one token from your strategy pool and give another player free of your trade goods. Okay. Das ist bestimmt total geil. If you do, give one of your strategy cards to that player and take one of his strategy cards. Ah, die strategy card. Ja klar. Was ist denn die strategy card? Die Dinger hier. Wenn jemand diplomatiert und du denkst, scheiße, ich wollte den angreifen, kannst du sagen, hier, gib mal her, ich greif dich doch an. Und du kannst mich übrigens hier nicht angreifen. Dafür kannst du deine Produktion nicht mehr machen und manchmal, die sind nicht alle gleich gut. Also das Ende der Strategie-Phase ist also bevor man anfängt, diese Sachen auszuführen. Genau. Okay, das heißt, ich kann diese Dinge austauschen. Das ist ziemlich krass, lass uns gegen Karl vorgehen. Aber ich wäre es dafür für drei Geld ausgeben. Also egal, das ist trotzdem krass mächtig. Und ich habe noch Production-Bio. Sie jedes Mal nur einmal die Dinger? Die werden in jeder Runde neu verteilt, die strategy cards. Ich kann diese Karte exhausten. Die Technologien davon eben, meine ich. Also du musst erstmal haben und dann haltet ihr halt für immer. Ja, aber ich meine, jede Karte gibt es nur einmal. Ja, genau. Und das war halt das. Also die Racetext. Die hat jede Fraktion. Exhaust this card and spend one for a strategy card. Ich habe auch, meine zweite Technologie ist, ich kann vier Trade Goods machen. Für einen Strategy Token, das ist bestimmt gut. Nachteil, ich muss einen anderen Spieler aussuchen, der auch zwei macht. Ihr wollt nicht. Ihr wollt nicht mit Zusammenarbeit. Mal gucken. Ich kann euch Trade Goods geben. Ja, aber nur, wir können dich auch erpressen, uns dir zu geben. Nö. Lieber sterb ich. Kriegen wir hin. Deal. Ähm. Was habe ich denn hier für Planeten? Also called the moving sand, the desert top of the Hakan, Mosheo trade families and the great orbital trading ports of Hull, Shemax and Drymen. Gibt es auch Bücher zu dem Spiel? Mittlerweile. Es gab mal einen Comic. Ich glaube es gab mal einen Rollenspiel, aber das fanden die selbstverständlich nicht so geil. Also called the Files. Dann kriegt jeder erstmal ein Secret Objective. Das müsst ihr erfüllen. Nicht zwei ziehen und eines ausrufen? Nee eigentlich. Ich dachte das wäre so gewesen. Ich ziehe jetzt einen. 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 Das ist für das gesamte Spiel. Das erfüllst du nicht. Scheinbar kann man eine neue bekommen. Man darf eigentlich auch nicht mehr jetzt drei haben oder so. Drei verhandelt, ja. Das ging früher auch nicht. Aber jetzt kommt man halt schneller an Punkte als das Spiel halt auch schneller gehen. Weil dann führt sie einfach, führt sie öffentlichen. Place the victory point. Take the binge player. Ein Control Coop Token kommt hier bei jedem auf null. Der zeigt halt den aktuellen Punkteschnitt an. Gutes Stream, weil da gibt es nicht die Frage wo beide sind. Wollen wir mal gucken. Meiner war dann nämlich auch, ja. Kann jemand ein Food Chain Magnet? Ich. Jetzt will ich erstmal gucken. The Speaker draws 5 Stage 1 Token. Cards from the deck and places them face down in the row above the victory point. 5 verdeckt, aber 2 dreht man auf. Das ist richtig. Am besten schieben wir das noch ein bisschen weiter rüber. Das ist, glaube ich. Ja, aber dann habe ich noch weniger Platz. Ach, du hast genug Platz. Ja, ich habe keinen Platz mehr. Ja, Platz ist hier ein Luxusproblem. Lass mal hier, dass es jeder gut sehen kann. Passt das wieder? Wir haben das mit 6 Worte gespielt. Ja, an diesem Tisch. Hm. Ja, und dann 5. Die ersten 2 werden aufgedreht. Dann 5 Zweier. Genau, 5 Zweier. Und die ersten beiden werden aufgedreht. So richtig griffbereit ist das nicht mehr? Doch, das wird. Das wird hier platztechnisch echt interessant. Also, du darfst das nicht sagen. Du hast einen weißen Plaster. Der hat sogar seine Schiffe sortieren können. Ja, ich hatte da noch keine Zeit für. Ja. Vielleicht ist auch irgendein Schiff da raufgerutscht, dass es gar nicht da sein soll. Ähm. Gut. Du fängst an. Ach das ist... Ach so, das ist meine Frage. Woher weiß ich, was mein Startzeug ist? Das ist hier. Er steht hinten auf der Rückseite drauf. Neben den Technologien. Ich hoffe, ich muss das nicht so aufsuchen. Ach da. Nein, eigentlich nur jetzt. 2 Carriers. Was ist denn ein Carrier? Das ist ein Carrier. Carrier sind die hier. Das ist ein Dreadnought. Das ist ein Space Dog. P.D.S. Infantry. Fighter. Und dann gibt es irgendwie noch das hier. Das Gefühl ist, dass das bei uns allen... Dass man die upgraden kann, ist ziemlich fett. Das ist echt sehr cool. Ich habe schon gesehen, dass die P.D.S. Cannon irgendwie keinen... Also die Space Cannon keinen... keinen irgendwie so einen speziellen Schuss mehr hat. Irgendwie wie früher. Es gab früher mal einen Tag dafür. Ja. Vielleicht... Wir müssen jetzt wieder hochdecken. 4 Infanterie. 4 Infanterie. Dann sind wir schon auf Seite 8 der Regel. Und die Gliedsseite... 32 oder so. Ach 18. 19. Oh, passt. Ist das Infanterie? Ja. Genau. Das Fähnchen. Für meins. Fähnchen im Wind. Ich habe eine Menge Infanterie. Also haben wir doch unterschied... Aber wir haben auf jeden Fall unterschiedliche... Startanzahlen. Naja. Du hast sogar 5, ne? Infanterie. Ich habe 2 Infanterie und einen Fighter. Juhu. Und ich habe noch... Ich habe noch ein... Ich habe noch ein... Kein Fighter. Komm, wenn du... Kein Fighter? Ist gut so. Wie das ist gut so? Ich habe vergessen nicht so prall. Ja, ist gut für mich, dass du keine Fighter hast. Ich habe einen Kanonfutter. Stream wir eigentlich noch nicht? Oder schon? Oder was? Du bist hier immer noch. Achso. Wir sind auch schon auf dem Streamler. Weil ich habe ihn hier nicht offen. Dann musst du ihn mal suchen. Wo kommt der denn bei dir sein? Da hast du bestimmt noch Abos. Da habe ich mich selbst abonniert. Das stimmt. Guck mal, 2 Imperium. Brauchen wir die weiteren Karten eigentlich? Vielleicht. Vielleicht. Ich glaube, die brauchen wir nicht. Die können das einfach nicht schaffen. Ach, das ist praktisch. Hauptsache weg. Ja, weg ist immer wieder. Werbung. Werbung. Schön die Werbung zu gucken. Alles klar. Was kriegt man dann? 0,2 Cent? 0,1 Cent. Also pro 10 Besucher 1 Cent. Wo ist denn die Zurücktaste? Das hier kann man ja erstmal hier wieder weg tun. So, die Planeten können auch irgendwo, die brauchen wir relativ selten. Die hier? Ich meine, wir haben die, die hier draufliegen, brauchen wir doch auch, oder? Eigentlich brauchen wir nur die, die hier draufliegen. Ja, eben, genau. Du hast dich gerade freiwillig gemeldet, um die rauszusuchen. Das ist sehr gut. Hi Sheran. Jetzt hast du die Leiste darüber getan, aber du hast unsere Startmarker vergessen. Oh. In wo aus nur Absicht. So, meine Planeten muss ich auch irgendwo hinlegen. Und die müssen auch noch so sein, dass man die drehen kann, damit man kein Kennzeichen aus der Exhaust. Ja, oder du drehst die auf die Rückseite. Oh. Oh. Was hab ich denn für Cycle Objective? Oh. Könnt ihr das sehen? Ja. Da. Mein Cycle Objective. Meins ich. Hoffentlich. Guck mal schnell in den Livestream ran. Dann können wir sehen, was er hat. Ihr hättet meins sehen können. Das lag jetzt die ganze Zeit offen rum. Ja, also das kommt auf jeden Fall auf Deutsch nächstes Jahr. Das ist schon bestätigt. Irgendwann 2018. Das muss halt nur noch übersetzt werden. Deswegen dachte ich eigentlich auch, dass das erst nächstes Jahr kommt und dann war es irgendwie schon da. Ihr könnt schon mal für mich raussuchen. Krall, Centauri, Kornec, Grise. Bestimmt ist ganz viel besiedeln ganz toll. Sicherlich. Mehr Planeten sind ja gut. Ja, viel Planeten ist gut, weil die generieren ja alle Ressourcen. Ist das deins? Das ist dann weg. Das ist meins? Ja. Ja, das ist deins. In der Hand. Sehr gut. Kein Platz. Ich darf nicht viel forschen und so. Ich hab keinen Platz. Du hast super viel Platz. Ähm, gibt's schon über zwei... Lohnt sich. Ach, brauchen wir nicht. Gut. Also, wir spielen jetzt hier schön Twilight Imperium. Karten, wie gesagt, schon Senat hier. Das Imperium von... Irgendwem ist in die Brüche gegangen und wir wollen jetzt... Machst du das? Ich bereite meine Flutze auf eine andere Art und Weise. Ähm, also wir kämpfen jetzt hier um den... Wer zuerst 10 Siegpunkte hat, besteigt den Thron von Megatron 6 und ist der neue Herrscher. Punkte macht ihr über eure Secret Objectives, die ihr habt. Und die Dinger, da haben wir jede Runde Neues aufgedeckt. Ziehe ich eigentlich Neues, wenn ich meins erfüllt habe? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt Dinger dazu, durch die du Neue bekommen kannst. Aber wir werden sehen. Ähm, also, ne, hier, die bringen halt alle einen Punkt. Und die können später auch zwei oder drei Punkte bringen. Ich glaube sogar nur zwei aktuell. Es gab früher mal drei, die habe ich da noch nicht bei gesehen. Ähm, wenn irgendwann mal eins aufgedeckt werden muss, aber ganz aufgedeckt werden kann, dann ist das Spiel auch vorzeitig zu Ende und dann gewinnt einfach der mit den meisten Siegpunkten. Sollten zwei Spieler gleich viele Siegpunkte haben, gewinnt derjenige, der in der Runde die niedrigere Strategiekarte hat. Genau. Die Niedrigere. Genau. Also, Niedrigere. So dass der Leadership also gewinnt. Genau. Führerschaft gewinnt. Ähm, genau. Wir spielen immer eine Strategiephase, eine Aktionsphase, eine Statusphase und eine Agendaphase. Weil die Agendaphase erst freigeschaltet werden muss, indem man Mikratorex erobert. Das ist auch neu in dieser Aktion. Die Strategiephase ist relativ einfach. Reihe umsuchen wir uns jeder hier eine von diesen Strategiekarten aus. Und da wir zu dritt spielen, nimmt jeder zwei. Zu dritt. Da wir zu dritt spielen, nimmt jeder zwei. Und auf jede, die übrig bleibt, kommt ein Token drauf. Hier so ein Geld-Token. Ressourcen. Ja, genau. Und, äh, das wird dann halt im Laufe der Zeit wertvoller. Schon mal sind nur drei. Damit das hier auch nochmal interessant ist. Ach, man kriegt auch Geld, wenn man denen unterliegen bleibt. Ja. Ist wie bei... Backwinder-Spiel. Ähm... Also bei Puerto Rico ist es so oder ist das nur noch nicht gespielt? Dieses, dieses Beach-Spiel, erinnerst du dich? Mit den Punkten, wo du versuchst die Ketten zu bilden. Und wie jeder, der die, ähm, also diese Punkteketten und das zählt immer die... Die zählen alle zusammen, weißt du? Ja. Wo du Zahlen kaufst. Es werden einfach mal Zahlen aufgedeckt. Du musst überlegen, ha, brauche ich die noch oder nicht? Wo du einfach dann reingebildet hast. Ich weiß nicht mehr, was das die Thematik war. Gier? War das Gier? Du hast... Und du konntest halt sagen, nee, ich will die Karte nicht. Dann kam Geld drauf. Und es kam immer mehr Geld drauf, bis einer gesagt hat... Ach, oder... Oder Geschenk ist noch zu teuer. Irgendwie sowas. Ja, sowas. So, sowas in der Art, genau. Ähm... Meine unglaublich genaue Beschreibung. Ja. Und da wir ja halt hier zwei Karten haben, zählt für die... Aber wir spielen auch halt in Reihenfolge der Nummern. Wer die nächste Nummer hat, der ist halt quasi Startspieler, danach ist der mit der zweiten nächsten Nummer dran. Da wir ja zwei Karten haben, zählt die niedrigste von jedem. Das heißt, habe ich eins und drei, ist meine Nummer die Eins. Bin ich vor dem dran, der die zwei und die acht hat. Zum Beispiel, oder du darfst, wir suchen dann zwei, drei nach jeder Eins aus. Ähm, danach kommt dann die Aktionsphase, ist das Herzstück des Spiels. Ähm, da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir können zum einen die taktische Aktion machen. Die taktische Aktion, ähm, besagt immer, dass man ein, so ein Control Marker in ein System liegt, das man aktiviert. Zum Beispiel dieses hier. Dann kann ich halt, ähm, als nächstes Movement. Ich kann halt Einheiten da reinbewegen. Dann müsst ihr mal gucken, was die für ein Movement haben. Wenn die, ähm, die müssen halt so viel Movement haben, dass sie da drin enden können. Das heißt, um hier reinzugehen, ne, kann ich alles mit Movement 1 da reinziehen. Wenn ich das Ding hier aktivieren würde, könnte ich da halt nur Sachen reinziehen, die Movement 2 haben. Das sind halt nicht so viele. Und damit ihr irgendwie Bodentruppen und sowas mitnehmen könnt, damit ihr Planeten besetzen könnt, brauchen die immer eine Capacity. Wenn die keine Capacity haben, können die nichts mitnehmen. Das heißt, ein neues System zu fliegen, nur mit einem Cruiser und einem Destroyer, ist nett. Kommt da kein anderer rein wahrscheinlich, aber ihr könnt das Ding auch nicht erobern. Deswegen, ähm, breitet man sich am Anfang relativ langsam aus. Außer man hat grad irgendwas mit zwei Movement oder so, was schnell fliegen kann. Und wichtig ist halt immer, ähm, immer wenn irgendwo ein Command Token drin liegt, dann könnt ihr aus dem System nichts mehr raus und nichts mehr reinbewegen. Ähm, genau. Nach dem Movement findet der Space Combat statt. Wenn da irgendwie noch andere, also ein oder andere Spiel drin sein sollte, kommt es dann im Kampf. Der kommt dann später. Also mit dem markiere ich, wo ich hinfliegen will. Ja. Dann kannst du nur Sachen reinziehen, die so viel Bewegung haben. Und wenn du das Ding hier aktivierst und du schiebst irgendwas in Zweierbewegung, dann kannst du nicht sagen, ach, der bewegt sich mal nur eins, der bleibt hier drin steht. Den musst du halt dahin bewegen, wo du das aktiviert hast. Und davon habe ich nur eins zur Verfügung? Davon hast du so viele zur Verfügung, wie du hier in deinem Tactic-Ding, glaube ich, liegen hast. Das kommt gleich aus, ja. Das ist ein bisschen mit hier, weil du kriegst halt diese Marker und bei der Marker musst du dich immer entscheiden, legst die bei Tactic hin, bei Fleet und bei Strategy. Wenn die bei Fleet liegen, dann sagen die, wie viele Schiffe du maximal in einem System haben darfst. Ich glaube, wenn die bei Tactic liegen, dann kannst du die Ausgebung hier die Sekundärfunktion der, ne, bei Strategy. Wenn die hier bei Strategy liegen, kannst du die Ausgebung hier unten die Sekundärfunktion zu nutzen von den Karten. Und bei Tactic liegen die für irgendwas anderes. Für genau das, was ich gerade gesagt habe, um die hier irgendwo reinzulegen und Systeme zu aktivieren. Das heißt, das ist zum Beispiel eine Diplomatie-Karte ganz cool. Da kannst du die anderen Spieler zwingen, dass du sagst, hier, leg dir mal den Token rein. Das heißt, da können die nicht mehr rein, können dich da nicht angreifen. Ist doch ganz nice. Ich habe festgestellt, dass ich das machen kann, ohne einen Token ausgeben zu müssen. Und das bedeutet, Commodities refreshen. Ja, und nachdem dann der Weltraumkampf stattgefunden hat, kommt die Invasion. Das heißt, wenn der Gegner Bodentropen hat, müsst ihr die Bodentropen vertreiben, sonst könnt ihr das System nicht erobern. Und danach kommt die Produktion. Das heißt, wir können einen produzieren. Wobei das meistens so abläuft, dass wenn ihr sagt, ihr wollt hier produzieren, dann aktiviert ihr halt dieses System. Und überspringt Schritt 2, Movement. Ihr überspringt Schritt 3 und 4, Space Common Invasion. Weil gibt es ja nicht, sondern ihr macht nur Produktion. Damit ist das System aber auch aktiviert. Das heißt, wenn ihr produzieren wollt und in der gleichen Runde noch irgendwo anders sind wollt, solltet ihr erst die Einheiten irgendwie da rausbewegen. Und dann, wenn ihr alles rausbewegt habt, was ihr rausbewegen wollt, in der nächsten Aktion, wenn ihr dran seid, das Ding aktivieren, um zu produzieren. Weil wenn ihr erst produziert, ist das System aktiviert und ihr könnt nichts mehr rausbewegen. Das wäre jetzt ziemlich doof. Ah, das erinnert mich auch an irgendwas, was wir mal hatten, wo man Felder nicht nochmal benutzen kann. Das sind bekannte Konzepte. Was war denn das? Ähm, genau. Man kann davon halt Schritt, die man... Fotosynthese, Entschuldigung. Ja, da war das auch, genau. Ja, genau. Das ist die Aktionsphase, relativ easy. Das ist halt das eine, was man machen kann in der Aktionsphase. Entweder ich dran belege, ich habe einen Token rein, aktiviere das System. Oder ich benutze eine meiner beiden Strategiekarten und führe die Aktion halt durch. Ich darf nicht passen, bevor ich nicht beide Aktionen benutzt habe. Das heißt, ich kann im ersten Zug die eine benutzen, beim anderen Zug die andere und dann sagen, ich passe. Ist selten schlau, aber man darf halt nicht passen, bevor man das nicht benutzt. Und man kann auch, wenn man schon gepasst hat, irgendwie anders aktiviert eine Karte, haben die anderen Spieler immer die Möglichkeit, die Sekundärfunktion zu nutzen. Das darf man auch immer noch gepasst haben. Also ich muss beides machen, ich kann auch nichts davon verzichten. Nein, du musst beide Strategiekarten aktivieren. Du willst beide Strategiekarten eigentlich in der Regel aktivieren. Das wäre echt ein bisschen... Was machst du, wenn du das nicht bezahlen kannst? Dann aktivierst du sie und bezahlst es dann nicht. Und sprich, du machst das eigentlich doch nicht. Richtig. Okay. Und dann drehst du die Karte halt um und da steht noch die Zahl drauf, wenn man immer weiß, in welcher Spielereinfolge man spielt. Wobei das ist bei drei Spielern halt schön, weil wir spielen entweder mit dem Uhrzeuge oder gegen die Uhrzeuge sind. Da kommt man nicht durcheinander. Ja. Dann hätte es noch einen Vorteil geben sollen. Und manchmal gibt es halt Komponentenaktionen, dass halt irgendwo hier bei euch draufsteht Aktion oder auf diesen Aktionskarten steht irgendwo drauf Aktion oder auf eurem Schiff steht Aktion. Egal was auch immer, wenn irgendeine Aktion drinsteht, dann könnt ihr halt entweder, wenn ihr dran seid, halt so einen Marker irgendwo reinlegen, eure Karte benutzen oder irgendeine Aktion in irgendeiner Art und Weise benutzen. Das sind die drei Sachen, die man machen kann. Die sind wahrscheinlich auch. Also die machen wir schon mit Handeln. Es ist Handeln relativ freer. Also wir reden dann wirklich darüber, was wir tauschen wollen. Das ist jetzt nicht so. Das wird wahrscheinlich primär durch die Trade-Karte gemacht. Da weiß ich nicht, was man diese Version macht. Aber wie lange ich rede schon voll langsam. Das ist jetzt nicht so. Das ist die zweite Variability auf dieser Strategie-Karte. Without spending a Command-Token. Genau. Hier wird das auch nochmal erklärt. Das ist im Prinzip das, was ich gerade gesagt habe. Token, die hier liegen. Da müssen gleich noch irgendwelche reinkommen. Das müssen wir mal gucken. Die kann man halt auch... Lassen wir mal mal, was der Start ist. Gucken, was man so einen Start betrachtet. Hier steht übrigens auch nochmal das meiste, was ich gerade erzähle, nochmal drauf. Die Reihenfolge, ja. Aber das ist auch gleichzeitig die Reihenfolge, ne? Activation. Ja. Movement. Move Ships. Space Cannon Offens. Anti-Fighter Barrage. Okay. Ich glaube, den Kampf machen wir jetzt natürlich nochmal. Ja. Also hier kommen drei rein, drei und hier kommen zwei rein. Drei Taktik, drei Fleet, zwei Strategies. Ja. Und die Fleet-Seiten dann mit der... Also Fleet-Token einfach mit dem Schiff nach oben legen. Damit man da auch immer, wenn das mal verrutscht, weiß, was wo wahrscheinlich gelegen hat. So. Und ein paar... Es gibt ja auch ein paar Vorrat. Hier, da. Na ja, hier. Drei Taktik, dreimal Feed, zweimal Strategy. Hier kommen die Trade-Woods, die man kriegt. Man braucht halt Platz ein bisschen bei dem Spiel. Ähm. So. Genau. Also ihr dürft halt aktuell am Anfang maximal drei Dinger bei euch haben. Drei Schiffe pro... Also bei den Schiffen zählen auch nur die Großen. Ihr habt hier noch diese kleinen Fighter. Die zählen dann nie gegen das Limit gehen. Nur halt alles was größeres als ein Fighter. Das hier sind ja Bodeneinheiten PDS und das hier auch. Und das ist quasi... Ne, das kann sich selbst versorgen. Ähm. Die zählen alle nicht gegen das Limit gehen. Das ist wirklich nur für die Großen. Wo steht das Limit? Wo steht das Limit? Und da steht auch bei... Was? Je nachdem das Limit, wie viele... Genau, hier. Hier hast du drei Dinger liegen. Deswegen darfst du maximal drei große Schiffe in einem System haben. Ach so. Aber ich kann mehr Schiffe in unterschiedlichen Systemen haben. Du kannst in jedem System drei Schiffe haben. Ja, also wenn ich zum Beispiel jetzt hier rausgehe, kann ich da neu nachbauen. Genau. Und das ist halt auch so ein bisschen... Du hast hier immer Knappheit an deinen Markern. Weil du willst halt irgendwie alles machen ganz viel. Dann musst du so ein bisschen gut managen, dass das einigermaßen... Man muss planen. Ne, ganz schön. Schluck. Duro Game. Genau. Nachdem wir dann diese Aktionsphase durch haben und jeder alles gemacht hat, was er machen möchte. Am Anfang machen wir doch irgendwas und gucken was passiert. Das ist nicht so schwer eigentlich. Kommt die Statusphase. Das ist also... Ihr könnt das auch hier mal schön verfolgen. Ähm. Score Objectives. Initiativ-Rolle kann halt jeder sagen, hier, ich habe in der Runde das erfüllt, weil ich sechs Planeten in den Nicht-Heimatsystemen kontrolliere. Dann legt man hier einen Marker drauf und drückt hier einen vor und hat dann einen Punkt. Man kann jedes Ziel nur einmal im Spiel erfüllen. Also zwölf Systeme kontrollieren. Aber jeder andere kann es halt trotzdem noch erfüllen. Die anderen kann ich auch erfüllen. First come, first serve. Kannst du natürlich versuchen, wenn das irgendwie geht, zu verhindern, dass irgendjemand anders was zerstört oder so. Meistens die kann halt wirklich jeder erfüllen. Da muss man halt ein bisschen drauf spielen. Sechs Planeten. Das heißt, wenn ich die drei Systeme voll mache, kann ich das erste scoren. Immerhin. Genau. Ich bin mit dem Aufbau zufrieden. Ich muss es leider erklären. Du musst auf jeden Fall irgendwo mal ein Stückchen weiter weg, ja. Genau. Dann revealed der Speaker, das nächste Objective. Genau. Control for Planets. Dann zieht jeder eine Aktionskarte vom Deck. Wer die... Ich glaube, das ist... Ja, das wird hier das 20 Traits sein. Forschung, irgendwas. Das ist einmal Kultur. Was für die... Was war das noch? Blau ist eigentlich immer Forschung. Wenn die das hier als Kultur gemacht haben. Oder Grünkultur. Äh, da kommen wir gleich zu. Ja, das steht hier. Bestimmt. Four Planets... Äh, Cultural Planet ist blau. Hazardus Planet ist das Dreieck. Und Industrial Planet ist das Fadenkreuz. Es gibt mal zwei Dreiecksmäßige. Also, grün ist Industrial. Mhm. Das ist... Das ist ein, drei... Ich habe zwei Dreiecke. Blau, also so ein doppeltes und einmal so ein grünes. Nee, das eine ist das Forschungssymbol. Das ist Forschungssymbol. Ja, dass das an den Ressourcen dranhängt. Dass das an den Namen dranhängt ist der Planetentrade. Also ist das Kultur... Genau. Das ist auch neu. Das mit den Forschungsymbolen gab es früher auch. Diese Trades sind komplett neu. Das ist Indus. Äh, der dritte Spieler ist Philip. Kennst du nicht? Kenn ich auch erst seit 1,5 Stunden. Moin. Wirkt sehr nett bis jetzt. Ist aber ganz nett. Wir haben noch nicht gefragt, was er von Eurogames hat. Aber wir werden sehen. Nein, wir müssen uns jetzt auf Positives konzentrieren. Also, spiel auf 2. Also, nachdem wir... Wir haben ein bisschen zocken. Also, nachdem wir hier die Objectives gescored haben. Was Neues aufgelegt haben. Zieht jeder eine neue Aktionskarte. Außer mal Tags, wie ich. Dass man 2 zieht. Ähm, dann nimmt man seine Command Tokens aus dem System raus. Damit man die nächste Runde wieder noch aktivieren kann. Ähm, dann bekommt jeder Spieler automatisch zwei neue. Weil man ja durchaus welche ausgibt für Taktik oder Strategy oder so. Und die lege ich... Und dann kannst du die völlig frei neu verteilen, wie du es gerne möchtest. Du kannst halt hier durch solche Aktionskarten auch noch weitere Talken bekommen. Vielleicht auch durch Aktionskarten. Ich hab keine Ahnung, was diese Aktionskarten machen. Die haben relativ viele rausgenommen und ein paar umgeändert. Ähm, dann machst du deine Karten wieder ready. Das heißt, du hast diese Planeten benutzt, um irgendwie die Ressourcen, um damit was zu bauen. Dann machst du die einfach wieder ready. Und, ähm, dann kann die... Ne, dann werden Einheiten repariert. Die meisten Einheiten sind bei einem Treffer weg. Aber hier so ein komischer Dreadnought. Den kannst du halt hier so auf die Seite legen. Der hält halt einen Treffer aus. Danach geht er kaputt. Da gab's so... Da muss ich jetzt drauf achten, welche Seite denn? Ja, das merkt man dann schon. Oh, du hast einen Dreadnought. Hast du das richtig geschickt oder hab ich das falsche Schickt? Ne, ich hab das richtig geschickt. Ach, du hast einen Dreadnought. Ah, ich hab nur einen Schuss, glaub ich. Ja, und danach kommen die Strategiekarten wieder zurück und wir fangen die neue Runde an eigentlich. Danach kommt noch die Agenda-Phase, wo wir ein bisschen Politik machen. Aber die Agenda-Phase kommt erst, nachdem der Custodian-Token hier von... Zehnter Punkt. Aha. ...von Mekatoy Rex runtergenommen wurde. Ah ja, Sustain Damage bedeutet wahrscheinlich dann zwei Lebenspunkte. Genau. Also es gibt, ne, diese Agenda-Phase, die hier nicht steht. Ähm... Ah, da dreht man das Ding dann nicht um. Das wär ein bisschen blöd. Okay, das ist gut gemacht, da kann man das auf die Seite legen, wo man's gerne hätte. Ja, also wenn... Das eher als das wahrscheinlich. Also wenn der Marke hier runter ist, dann haben wir noch eine Agenda-Phase, wo ein bisschen Politik gemacht wird, da ist Einfluss wichtig. Ich würde sagen, die gucken wir uns an, wenn's soweit ist. Ich hab da nicht genauso viel Plan. Ah, hier sind noch alle. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, lass uns lieber am Anfang an. Also ich weiß noch nicht, was die Zahlen an dem Planeten bedeuten. Das muss ich fragen. Das eine ist Ressourcen, das andere ist, äh... Was für die Politik. Und wo lege ich die Ressourcen hin und... Genau. Wichtig, man kann immer diese Objectives hier nicht scoren, wenn man sein Heimatsystem nicht kontrolliert. Das heißt, wenn ich da reinfliege und das kontrolliert, kann man das nicht... Machst du mal das die Nummer an? Ja. Ja, genau. Die haben wir nicht dabei. Ähm... Man darf nicht mehr als drei von diesen Secret Objectives haben, weder scoren noch unscored. Äh, wenn man... Ähm... Also wenn sie... Ich kann maximal drei davon scoren mit anderen Worten. Ja, oder auch nur haben. Also wenn du halt auch einen ziehst und hast, du musst abwerfen, wenn du halt dann mehr als drei hättest. Ein Eifeltes abwerfen. Die können ja mehr als einen Punkt geben. Stimmt. Tue ich aus, ja. Aber am Anfang zieht man nur aus welchen die einen Punkt geben oder kann es auch sein? Man darf in jeder Phase nur eins von denen aktivieren. Also zwei, beide eine Runde aktivieren. Das geht nicht. Du musst dich für eins entscheiden. Das andere musst du dann nächste Runde bestimmen. Und von denen kannst du auch eins pro Runde hier scoren. Also kann ich das zusammen machen? Genau. Ich meine zusammen, aber halt jeweils immer nur eins. Also auch wenn du durch irgendwas drei Dinge auf Hand hast und hast die alle drei zwischen einer Runde erfüllt. Time ist so, dass du das nächste Runde auch noch erfüllen kannst. Ähm... Genau. Und wenn wir halt hier was aufdecken, wenn kein Objective mehr da ist, was reviert werden kann, dass das Spiel zu Ende. Oder wenn jemand zehn Punkte erreicht hat, sollte das hier vorher eintreten, dann gewinnt einfach der mit mehr Punkten. Das habe ich schon erzählt. Ähm... So, jetzt Ressourcen und was man damit machen kann. Genau. Das habe ich schon alles erzählt. Äh... Activation habe ich schon erzählt. Movement. Das gucken wir uns alles nochmal im Detail an. Äh... Wurmlöcher. Die zählen einfach wie benachbart. Also A ist zu A benachbart. Das heißt, es kostet eins, dich hierhin zu bewegen. Und wenn du halt irgendwie hier bist und dann hast du zwei Movement, kannst du halt eins, zwei dahingehend. Genauso B ist hier und da. Es kann sein, dass es Aktionskarten gibt, womit man neue Wurmlöcher bilden kann. Es gibt auch manche Rassen, die können neue Wurmlöcher legen. Oder geh weg, du. Ist mir viel zu dicht. Ähm... Wir sind alle ungefähr gleich weit auseinander. Ähm... Diese rot umrandeten sind Anomalien. Und zwar haben wir die Asteroidenfälle. Da kann man nicht durch. Außer man Rassentechnologie dafür, die zum Beispiel sagt, äh... your ships can move in and through asteroid fields. So wie du. So wie ich. In der Klasse. Wir beide sind voneinander weiter weg als... Und das ist ein Nebel. Im Nebel kann man durch, aber nicht rein. Nein, man kann nicht durch, sondern rein. Das heißt, man kann nicht mit einer Zweifelweg direkt durchgehen, sondern man muss halt... Das steht aber auch hier auf dem Zettel. Ja, eine Runde rein, andere Runde raus. Aber man hat auch plus eins. Plus eins zur Verteidigung. Genau. Und man hat immer nur ein Movement Value von eins. Das heißt, man kann einfach nicht einen Einzug durchgehen. Jawohl. Ships cannot move through. Ships and Nebula move set to one. Also man muss drinnen anhalten. Genau. Ein Gravity Rift ohne Supernova haben wir nicht. Eine Supernova ist auch einfach komplett unpassierbar. Hm... Each Ship move on... Oh, Gravity Rift gibt richtig... Das ist ähm... Gibt diesen Schub mit, wenn man da rumfliegt. So eine Gravitationsschlinge. Generell ist noch wichtig zu wissen, wenn man in ein System reinfliegt, wo irgendjemand eine... Deep Space Cannon hat, dann kann der einmal draufballern. Und dann hat man so Deep Space Cannon dann schießen und dann muss man halt einen Verlust entfernen. Später kann man wahrscheinlich eine Technologie erforschen, wo man auch ein System weiterschießen kann. Das heißt, wenn du irgendwie von hier nach da fliegst, kann ich sagen, hier meine Deep Space Cannon schießt auf dich. Und zwar jede, die ich habe einmal. Man kann auch irgendwie durch Wurmlöcher schießen. Also offensichtlich muss es dann sogar zwei weitergehen. Okay, cool. Ähm... Durch Wurmlöcher schießen. Ziemlich geil. Also ich meine... Das könnte für ihn ein bisschen unpraktisch sein. Oder für uns. Je nachdem. Wenn er von mir aus schießt. Für mich nicht. Für dich ja. Also zu mir kommt er nicht nach dem Wurmlöcher. Äh... Das ist genau das gleiche wie das. Erst zu uns beiden ist er gleich verbunden. Wir sind alle gleich verbunden. Ne, wir beide sind weiter voneinander weg, als du zu uns jeweils. Weil wir haben keine direkte... Wenn du hier hingehst, kommst du erst hier raus und das ist auch zu weit weg. Also wir beide sind weiter auseinander. Muss man denn eigentlich durch die Wurmlöcher immer durchfliegen? Sobald man das... Nein, nein. Du kannst... Man kann auch hier... Kannst auch... Ne, man muss... Man muss... Man muss... Er muss, wenn er zu mir will... Ich muss so rumfliegen. Äh... So fliegen. Genau. Kampf läuft so ab, dass es manchmal Dinge gibt, die haben Anti-Fighter Barrage. Zum Beispiel einen Destroyer. Der dachte dann halt vorher einen Wurf machen und gegen diese kleinen Fighter kämpfen. Und die halt wegräumen, bevor das losgeht. Das können dann machen... Also Kämpfe laufen immer gleichzeitig ab. Äh... Danach kann man sagen, ich ziehe mich zurück. Da muss man noch eine Kampfrunde durchstehen. Nach der Kampfrunde kann man sich in ein ganzes System zurückziehen. Ähm... Danach machen wir seinen Kampf-Rolls. Das heißt, man wirft im Prinzip für jeden Schiffsdüt, den man hat. Und guckt halt immer... Hier, ich hab drei Cruiser. Also wir füren auf sieben plus. Hab einen Treffer. Wie von diesen Kampenunen hat man eigentlich? Ich glaub drei oder fünf oder so. Also man kann jetzt nicht so wirklich viel strategisch zumachen. Nein, dann ist es weg. Also ich hab eine gesetzt und ich hab noch... Ah, okay, dann hat man sechs. Also man kann schon relativ viel bauen. Gerade bei drei Personen. Ähm... Genau. Wenn da manchmal so zwei Sterne dran stehen, wie an dem Schipp hier zum Beispiel bei mir, dann heißt das, der hat halt zwei Würfel. Das heißt, der mit zwei Würfel auf sechs plus wäre jetzt ein Treffer. Ähm... Bei mir ist das ja sogar noch ein schlechter. Ähm... Hits werden danach assigned. Das heißt, jeder Spieler darf sich selbst sagen, wer den Schaden bekommt. Ähm... Oftmals sind wir ja für die. Weil die kann man günstig nachproduzieren. Ähm... Da kann man, wie man hier sieht, bei Infantry steht bei Kost einer für zwei. Genau bei den Fightern. Man gibt halt einen Produktionsantat aus, um zwei Fighter oder zwei Infantry zu bauen. Das heißt, das ist ein bisschen das Kanonenfutter. Äh... Und danach findet dann halt der Rückzug statt. Wie das genau gibt, gucken wir dann, wenn es so weit ist. Ja. Der Kampf ist zu Ende, soweit sich entweder der Enkel zurückgezogen hat oder alle weggeballert sind. Danach kommt die Invasion, die läuft im Prinzip genauso. Es gibt halt manchmal sowas wie hier der Dreadnuff. Der hat halt Bombardement 5. Das heißt, der kann halt ähm... Bombardieren und dann die Space... Also die Infantrieren halt wegmachen. Äh... Dann kann man halt Ground Forces ausladen, die man auf irgendwelchen Trägerschiffen mit sich trägt. Die würfeln nicht. Dann findet der Ground Combat statt. Und dann übernimmt man die Kontrolle. Das macht man nicht. Die Spacecans haben ja keinen... Wer liegt von 6? Da steht nur Spacecannon 5, Spacecannon 6. Pts. Das seht ja sogar runter, ne? Also die verbesserte Pts-Variante hat nur Spacecannon 5, während das was da steht 6 hat. Ja, man muss 6 oder mehr würfeln. Ach meinst du, das ist dann der Kampfpferd? Zum Treffen. Okay, das kann so sein. Ja, das muss ich ja mal nachfragen. Ich glaube, das ist 6 plus einfach nur. Ähm... Genau. Produktion, das muss ich tatsächlich mal durchlesen. Weil ich wissen muss, dass es genauso ist wie immer. Also wenn man halt Einheiten bauen will, muss man so einen Spacewalk haben. Ähm... Das war früher ein bisschen kompliziert. Mal gucken, wie es jetzt ist. Ähm... Das Witzige ist, ich warte immer noch darauf, was ich mit dem Geld, was ich offensichtlich mehr habe als andere tendenziell, was ich damit machen kann. Das kommt halt bei der Produktion, ne? Bei der Produktion, die stehen mal Kosten. Und du, ähm... Haben wir denn am Anfang überhaupt Ressourcen? Ja, du hast ja 2 Planeten und die haben ja einen Wert von... Das obere ist das Geld. Also 3 Geld. Und du hast halt trotzdem wahrscheinlich ähnlich viel Geld wie wir. Ähm... 2, 1, 0, 0, 1, 1. Also gelb, 3, blau, 2. Oh. Ne, ich hab... 4, 1. Ressourcen, 4 und... Ja. Hast sogar eine gelbe März. Genau, der, äh... Das Spacetop muss immer auf einem Planeten stehen. Also es muss zugeordnet sein, auf welchem Planeten es ist. Kann man nicht einfach irgendwo mitten reinstellen. Okay... Das wird doch ständig verrutschen. Ja, aber... Tipp jetzt schon mal, es sollte da drauf stehen, wo der Ressourcenwert am höchsten ist. Abbringt das mehr? Ja. Okay. Weil das dein Limit ist. Plus 2. Plus 2. Immer. Also da kannst du maximal 4 gleichzeitig produzieren. Hättest du es da auf dem anderen stehen gehabt, dann könntest du maximal 2 zurückgehen. Aha. Habe ich irgendwelche geilen Planeten drumherum? Nein. Ja. Richtig geil ist eigentlich nur... Ja, das würde ich auch nicht... Meckarton wechseln auch mal ein. Ich suche gerade nach welchem Atomen Gelbpferd. Da ist eine 3, da ist eine 3. Da ist eine 3, da ist eine 3. Ja, meine. Ja, das kann ich ja potenziell auch haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Boah, das System ist schon geil zwischen den beiden hier. Das ist ziemlich cool, ja. Ben? Was? Hier? Ich glaube ihr beiden... Also das System ist jetzt das Beste, was ich gesehen habe. Das ist meins. Genau, wenn hier mein Spacedog irgendwie ist und du hast hier so ein Schiff drin, dann ist das Spacedog blockiert und kann nicht produzieren. Kann man es zerstören, wenn man will? Man kann, ich glaube das zerstört nicht irgendwie von alleine, wenn der Planete oberen wird. Genau, also auch deine Kanone wird dann zerstört. Genau. Also es übernimmt nicht der Gegner. Man kann die Kanone also nicht schon gezielt vorher zerstören, sondern es nur, wenn man eine Poleninversion macht. Genau. Solange man irgendwie mit Flossen... Das geht erst, wenn keine Flossen vom Gegner mehr da sind, schätze ich? Ja, du musst ja den Luftkampf gewonnen haben, damit du eine Invasion machen kannst. Achso, also wenn der andere sich zurückzieht, hat er ja auch das System verlassen. Eben klar. Ja, aber es kann ja sein, dass du dich zurückziehst aus dem Raumkampf, aber noch Einheiten auf dem Boden stehen hast. Ja, genau. Aber er hat keine Lufteinheiten mehr da, also keine Weltraumeinheiten mehr. Genau. Aber du musst ja trotzdem erstmal hinlegen. Es kann sein, dass du mit einer scheiß Einheit einfach so lange gut würfelst und andere schlecht würfelst, dass du das Ding drei Runden hältst. Und in der Zwischenzeit ballern von unten die Kanonen. Winden sie ja stehen dann, ja. Ähm, genau. Aktionskarten. Steht eigentlich in der Regel immer drauf, wenn man die spielen kann in welcher Situation. oftmals als Sektion, manchmal auch als Reaktion. Ähm, Trade Goods, das sind einfach, die sind halt doppelseitig, das ist einmal Trade Goods und einmal Commodity. Äh, ich hab keine Ahnung was sind Commodities, die ist neu. Ähm, die kann man übrigens auch tauschen. Damit kann man sich bedrohen oder hier bestechen. Ähm. Oder Trade Goods kann man entweder als Ressource oder als Inference benutzen. Beides, ok. Mhm. Eine Commodity. Legen wir nämlich die Commodities, die sind ja so Start-Commodities auch? Oder ist das unsere Ohren so ganz so? Was meinst du? Gute Frage. Ah, ok. Ähm, diese Commodities, die haben keinen Wert. Die werden zu Trade Goods, wenn man sie einem anderen Spieler gibt. Genau. Da tauscht man. Das ist das neu. Das heißt, das bringt mir nur was, wenn ich das jemand anderen gebe. Ja. Ja. Ich tausche. Das ist ziemlich cool. Die kann man bestimmt auch für irgendwas anderes verwenden, oder? Ne. Die Commodities sind nur dazu da, dass sich andere, die mit anderen Geld machen. Ja. Du machst es natürlich im Austausch gegen etwas. Eben, genau. Da habe ich ja gespannt, was ich dafür kriegen kann. Geld? Ja, ne. Also meistens ist es so, dass Hackern, die geilen Trade-Contracts hatten, bekommen dann nicht ganz so gute zurück. Dafür legt sich das auch niemand mit Hackern an, weil es gibt halt Geld. Wenn du freund mit denen bist. Das ist halt das. Gut, jetzt verstehe ich auch warum du meinst, dass 3 wirklich die unterste Zahl ist. Weil du weniger irgendwie zwischen Allianzen shiften kannst. Richtig. Also bei 3 Leuten geht das ja noch ein bisschen. Ja, 2 gegen 1. Ja. 4 ist eigentlich noch besser, dann hast du halt nur 2 Fraktionen. Durch die Trade-Strategie-Card kannst du halt die Commodities hier irgendwie auffrischen. Guck ich auch da nochmal alles nach. Ja, ja. Man darf halt nicht mehr haben, als hier draufsteht. Das ist immer das obere Limit, das harte Limit. Ja gut. Also du kannst sogar 2x Commodities replenischen, sowohl mit der Primary als auch mit der Secondary. Aber Primary macht mehr andere Sachen. Du kannst nur die Primary benutzen, wenn du das Ding hast. Außer du hast eine krass möglichkeit, die was anderes sagt. Aber im Normalfall darfst du... Achso. Genau. Und sobald man halt so eine Commodity dem anderen Spieler gibt, dreht er die oben und hat einen Trade-Good. Das ist also auch easy going. Ich verstehe jetzt auch. Das heißt, sein Vorteil ist im Prinzip, dass er, wenn irgendwer anders das hat, kann er halt auch immer replenischen, und dass es was kostet. Sodass es gar nicht so wichtig für ihn ist, dieses Ding zu haben. Okay. Weil er halt immer so ein bisschen handelt. Also Commodities replenischen kann. Gut. Und was machen wir mit den Trade-Goods? Machen wir weiter. Ja, Trade-Goods kannst du ausgeben für, halt um Sachen zu bauen oder um Einfluss auszugeben. Einfluss brauchst du meistens... Und das ist dann dir. Das ist dann das Geld. Genau. Genau. Sobald irgendwie ein 2 benachbarten System ist, zählt man als Nachbar. Hm... Hatte man jetzt eigentlich ein Startguthaben? Ich weiß es nicht. Also ich meine, muss man ja... Hatte er nicht vorgelesen, ob die Commodities am Anfang aufgeführt sind. Ich guck jetzt mal, wenn wir aufbauen. Oder ob das die Oberbegrenzung ist. Wobei, es wäre ja komisch, wenn das die Oberbegrenzung wäre. Warum sollte man das nicht einlagern können? Ist ja auch ein bisschen komisch. Genau, man darf handeln. Ich habe zum Beispiel nur ein Limit von 3. Scheinbar, aber du... Ich trade halt nicht, ne? Du machst plus 1 auf den Angriffshof, das ist schon. Also das Handeln mit... 10% bessere Kampfchancen. Mit jedem Nachbarn aber nur einmal. Wenn ich über den Hinkommen habe. Dein. Der ist echt gut. Auf jeden Fall. Der hat halt 5... Einen Wert von 5, 4 beides zusammengenommen. Wobei du die Planeten wahrscheinlich einzeln irgendwie machst, ja. Und im Vergleich, meine Systeme und mich drum herum sind 2, 4, 3, 2 und 1, 5. Genau. Also früher gab es nur Non-Binding Promises. Also man fand vorhanden, was man sollte. Andere mussten sich drin halten. Jetzt ist es so, wenn ich hier einen PDS habe und du sagst, hey, ich würde gerne reinfliegen. Ich gebe dir 2 Geld nicht. Ich sage, okay. Dann muss ich auch reinfliegen. Also wenn ich das Geld nehme, sage, mach ich doch. Das ging früher. Jetzt geht es nicht mehr. Aber... Hat so viele Freundschaften zerstört. Ja. Nicht alle. Marcel wäre da sehr angesagt für. Aber nicht alle, die jetzt sind burning, sind man... Was sind denn genau... Also wenn das halt sofort abgehandelt wird, dann zählt das. Aber wir sind da gerade zu frei. Ich kann solche Sachen mit dir auch sein. Ich kann auch sagen, ich gebe dir 6 Geld, wenn du ihn angreifst. Ja, das kannst du machen. Aber daran musst du dich dann auch halten. Dafür müssen wir beim Nachbarn sein. Ja, genau. Nein, nein, nein. Der Fakt muss sofort ausführbar sein. Also wenn du sagst, ich schicke jetzt rein, ich gebe dir Geld dafür und dann lässt du mich machen, dann muss ich das geschehen lassen. Wenn du mir aber Geld gibst und sagst, diese Runde greifst du Philipp an? Und ich sage, ja, muss ich das halt nicht machen. Genau. Hm. Oder wenn du sagst, du greifst mir nicht an, dann sage ich, naja, jetzt greif ich dich nicht an. Achso, weil das Verhandeln halt findet in einer anderen Phase statt, deswegen kann es nicht gleichzeitig sein. Genau. Ja, quasi. Aber das Reinfliegen ist doch in der gleichen Punkt, wo man auch jemanden angreifen würde. Mhm. Deswegen gibt es da erst Geld, in dem Moment passiert das und dann halt nicht. Und wenn ich jetzt sage, greif den an, dann ist das doch auch in dem Moment. Aber da muss er ja dran sein. Genau. Achso, aber... Achso. Und ich muss das dann ja auch wirklich als Aktion machen. Das muss halt in dem Moment quasi gerade... Also du kannst sagen... Ich kann übrigens auch mit dir reden, wenn wir nicht benachfert sind. Das ist die Eigenschaft von dem. Aber rein technisch gesehen, so wie es hier steht, das ist halt ein bisschen schwierig formuliert, weil wenn du sagst, ich gebe dir 5 Geld, dann greifst du ihn an, ich bin dran, muss ich dir 5 Geld nehmen und ihn angreifen. Ja. Ja. Das ist tatsächlich so. Ne? Not all deals are binding. Also gerade jemanden zu bezahlen, wen anzugreifen, da wirst du wahrscheinlich viel Geld geben müssen. Geht mir das mal an. Forever, a player might offer another player a trade to attack a specific player during a latest run. Das war. Ich hatte noch ein bisschen so hell. Ich hatte auch eine Pizza. Achso, du hast auch eine Pizza. Ja. Die zweiten gehen... Ich kann übrigens auch, bevor du das noch weiter vorliest, wenn ich... Transaktionen verhandle, können auch Action-Karten gehandeln. Ja, das ist cool. Heißt das dieses Plus-Symbol eigentlich, dass man das da upgraden kann? Nein, das heißt einfach nur, ich hab Minus, ich hab einfach als Erinnerung, ich hab Minus auf den Wurf und du hast ja Plus auf den Wurf. Okay, okay. Das ist alles. Also ich lese das nochmal genau vor, damit es dir so klar ist. For example, a player might offer another player a trade kit to attack a specific player during a later turn. Because the effect cannot be resolved immediately, the deal is non-binding deal. Aber later turn, nicht same. The player who has given the trade kit, despite the terms of the deal, is not required to honor for the end of the bargain and may fulfill or not, so deal as he chooses. Aber wenn ich es dir für die gleiche Runde anbiete, dann musst du machen. Scheinbar ja, so wie ich das so stehe. Da wird sicherlich viele Fragen... Ja, dann heißt das, man bietet es immer nur an, wenn es in der gleichen Runde sein wird. Genau, Technologien. Wenn man halt hier die 7er-Karte hat, dann kann man eine Technologie machen. Ach ja, verstehe. Das ist jetzt auch nur, weil früher gab es einen krassen Tag-Tree, das haben die, glaube ich, komplett geändert. Ich glaube, da sind immer auf den Technologien einfach nur... Wo sind meine Technologien? Genau, hier sind jetzt ja so Voraussetzungen. Das heißt, du musst halt zwei Tags mit dem Trade haben, dann kannst du die Tag holen. Früher gab es einen super krassen Tag-Tree, wo du dich durch attacken musstest und da musst du immer ewig nachgucken und so. Das haben sie jetzt ein bisschen weiter gemacht. Als nächstes erzählst du mir das, wenn ich den Planet habe, zählt das als eine Voraussetzung? Das vergünstigt das meinen. Da brauchst du ein weniger. Genau, meinst du. Also zählt das als eine. Genau, wenn du den umdrehst quasi. Achso, ich muss den Planet dann dafür verbrauchen. Nein, ich muss den nur haben. Muss den nur haben? Ja, ich... Das haben sie ein bisschen gerne. Ich geh jetzt mal kurz durch. Ich hätte jetzt... Also logisch... Das wäre schon... Ah, gut, ne? Gut, dann sparst du das eine. Kannst du also die Technologie eins früher machen, aber du kannst den Planet in der Runde nicht zum Produzieren benutzen. Ich habe das sowieso noch nicht so. Mal gucken. Ich muss mir mal eine Runde vor allem von ihm angucken, was man jetzt mit diesen ganzen Ressourcen dann machen kann und was nicht. Eben, bin ich auch für. Vor allem, ob das verfällt, wenn ich jetzt irgendwie in einem System nichts mache, oder ob ich irgendwas dafür kriege, Geld oder was auch immer. Das sieht halt aus wie Geld. Ich würde es doch gerne als Geld nehmen. Ja. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, was ich mit Geld mache, ehrlich gesagt. Schiffe bauen. Schiffe bauen. Schiffe bauen. Und mir geben. Wo stehen denn eigentlich die Kosten davon? Wegen. Weil... Ach da. Kost. Zwei, eins, vier... Entschuldigung. Und das baut immer in der gleichen Runde das Schiff dann. Mhm. Das wäre was, es müsste sowas wie ein Finanzamt geben oder sowas. Jeder Spieler, wenn er dran ist, muss immer ein... Also das kann Dreadnoughts bauen und ich brauche halt viel Geld dann, um das zu machen. Und wenn ich hier einen Spaceport hätte... Ich brauche immer einen Spaceport, um Schiffe zu bauen, ja? Oder auch Einheiten. Man muss den Exhausten, den Planeten, um halt die Vergünstungen dadurch zu bekommen. Aber dadurch werden halt auch so Einserplaneten wertvoll. Wenn die halt so einen Trade haben, dann machen die halt das Forschung billiger. Auch wenn sie sonst nicht viele Ressourcen bringen. Äh... genau. Man kann so einen Planeten immer benutzen für seine Technologie-Spezialisierung. Oder die Ressourcen, aber nicht für beides. Genau. Diese Trades, die sind auch neu. Ähm... Cultural, Hazardous, Industrial. Die haben halt keinen direkten Effekt. Muss doch mal ein bisschen Platz schaffen. Äh, es gibt aber relativ oft irgendwie Aktionskarten oder irgendwelche anderen Sachen, was auf Karten steht, was sich auf so einen Trade bezieht. Aber sonst hat das erstmal keinen Effekt. Ähm... Ey, wir meinen es doch, glaub ich, bei allen gerade Overload, oder? Lass uns doch lieber eine Runde anfangen und dann... Gucken wir rein. Natürlich. Brauchen wir eher... Ja, jetzt sind wir auch tatsächlich durch. Den Gelegte Council brauchen wir auch, erst wenn wir durch sind. Bitte komm nicht wieder. Doch. Hallo, wir sind nicht mal... Wie lange sind wir jetzt noch auf Sendung? Geht eigentlich noch. Ja, wir sind relativ gut dabei. Sooo, da ist der neue Megaplanet. Ähm... Eine Stunde. Eine Stunde für Trimper, das ist super. Mit Aufbau. Ähm... Advanced Center brauchen wir nicht. Ah, okay. Wir sagen, wir kommen an. Du fängst an. Damit wir es verstehen, fängst du an. Ne, jetzt wird vielleicht erstmal eine Pizza gegessen. Ja, jetzt zöger Karl das wieder raus. Ne, ich mach mal an. Also du hast auch eine Pizza, die du reinschieben willst, oder nicht? Nein. Dann schiebe ich meine. Ja. Ne, ist unten. Ein Kiefer. Ja, das... Hast du ihn wieder zugefroren? Ich hab den vor einem Jahr erst abgetaucht. Ach. Vor einem Jahr. Wie schnell kann sowas zutrauen? Ja. Ob du Low-Frost hast, ob du Low-Frost hast, ob du gar nichts hast? Ich glaub, du hast ja gar nichts. Es wäre nicht mal Licht. Licht ist kostbar. Sparte schon eine Kilowattstunde oder so. Das war fein. Du hast ja gerade eine Vorrichtung, wo man eine Lampe anschließen könnte, aber sie hat keinen Strom. Wir wurden auch zum Testen auch schon mal so Lampen für den Kühlschrank und Tempometer für den Kühlschrank angeboten, oder? Da hast du... Warum? Ja. Aber du hast ja auch deine E-Mail-Adresse im Profil drin. Du bekommst täglich 30.000 China-E-Mails und Sachen, und du denkst, oh, die ist weg. Ja, genau. Ja, ich hab die aufgelagert auf einen extra E-Mail-Account, wo ich einmal alles habe ja reinguckt. Irgendwann denk ich mir, oh, das war ein cooles Angebot, aber... Ist alles leider schon. Ja, vorbei. Der Inder kommt bei mir ab 10. So in 3 Stunden brauch ich, glaub ich, meinen ersten Break. Und dann... Dann geht's los. Ja, voll cool. Auf geht's. Ich geh vielleicht vorher nochmal auf Klo und dann... Aber ich suche mir schon meine erste... Ich nehm die... Ne, die nehm ich gar nicht, weil ich hab ja diese coole Fähigkeit, dass ich die einfach benutzen kann. Ich geh tatsächlich mal auf Klo, dann können wir uns einfach noch vorstellen, was wir so für Fähigkeiten machen. Ja, was hast du eigentlich für Spitz? Weil deine Fähigkeit ja relativ easy ist. Ja, ich glaube, meine muss ich nicht erklären. Töten! Fragile! Brilliant! When you spend a command of the resources secondary, you may instead do the primary. Also, er kann zweier forschen, aber muss dafür auch Zeug ausgeben. Ja, ne, klar. Also, das wäre sonst auch ein bisschen zu mächtig. Wo ist denn da die Forschung? Techno... Techno... Six. Resources bedeutet einfach... Geld, ja? Kannst du ausgeben, ja, genau. When you research a technology that is not a unit upgrade technology, you may ignore one primary. Boah... Das ist schon... Das ist echt heftig, ne? Er kann alles, was sich nicht auf Schiffe bezieht, kann er eine Voraussetzung ignorieren. Oh! Er heißt, er kann Sachen wie irgendwie zwei Voraussetzungen schon direkt machen mit denen, die er da hat. Er fängt auch mit von jeder Sorte einem an, genau. Vielleicht etwas anbieten? Äh... Ja, gerne. Auf meine dauert es ewig, glaub ich, ne? Also, so... 30 Minuten oder so. Schuss. Guten Appetit! So lange sollte das in dem Ofen jetzt nicht mehr dauern. Jetzt ist ja ja heiß. Hm, das riecht nach Pizza. Du meinst nicht mehr nach Chickering, sondern nach Pizza? Ja. Aber, ähm, hat man schon drüber gesprochen, was die blauen Ressourcenpunkte machen? Welche blauen? Bei den Planeten. Äh, Influence? Ja. Das ist, wenn du so... Also, wenn wir das umgedreht haben, glaub ich, ne? Dann wird's erst so relevant. Vorher macht das kann... Ja. Okay. Glaube ich. Beziehungsweise... Ich glaube auch. Influence. Da hab ich grad schmutzige Finger. Willst du auch ein Stück? Nein. Da hab ich ja schmutzige Finger. Ich muss ja kurz Serum machen. Also, jeder von uns kriegt ja zwei davon, ne? Suche ich zwei aus, ja. Genau. Also, ich muss ja anfangen, ne? Ähm, schrecklich was. Wann handeln wir das erste Mal? Soweit das jemand aktiviert. Soweit wir benachbart sind, oder? Mhm. Gibt's jetzt direkt auch so? Nee, das ging direkt auch so, ne? Also, ich kann direkt. Ihr müsst benachbart sein. Ich kann direkt so. Also, im Moment durchblicke ich da echt noch nicht, was ich gerade machen will. Also, ein Negotiating steht da nicht als Aktion drauf. Das ist für andere Sachen. Wir handeln machen einfach so, wenn wir benachbarten System sind. Das heißt, wir müssen das jetzt abklären vorher. Weil, wenn irgendwie die Replenished Commodities sagte, dazu sollte ich sie vorher ausgegeben haben. Wir starten mit dem. Also, ähm, genau. Genau, wir müssen die Start-Resources. Das wäre irgendwie sinnvoll, wenn wir das hätten. Commodities. Technologien können wir nicht handeln, ne? Nein. Schade. Nur wenn du im Mikro-Büro bist. Wie kommt man an Action-Cards? Draw Action-Cards. 3 Command in his Tactics. 3 Command in his Feet-Pool. 2 Command Tokens in his Trade-Pool. 2 Command Tokens in his Trade-Pool. Dann hat man nicht ganz kapiert, wie ich mir selbst Geld verschaffen habe. Also, du musst dir dafür die Planeten umdrehen. Aber durch welche Aktion dreht man die Planeten um? Das ist keine Aktion. Wenn du produzierst, sagst du, ich brauche, ich gebe hier zwei Geld aus und dann drehst du den halt um. Und dann hast du drei Geld verbraucht. Der Witz ist... Aber ich kann dem sein Geld quasi auch mitverbrauchen. Ich kann jetzt... Hm. Ne, ich kann keinen Schiff bauen. Oder ich kann dir kein größeres Schiff bauen. Ja, du musst halt da ein bisschen... Aber das ist so, ich drehe den... Also, wenn ich Schiffe produziere, ist das ja die Aktion, die den umdreht. Ich darf gleichzeitig auch sein Geld mitverwenden. Das machst du ja. Also, machst du immer automatisch. Du aktivierst ja das System. Ignorierst alle Schritte aus der Produktion. Und bei Produktion sagst du, ich baue die Schiffe und die Ressourcen bezahle ich hier, hier und hier mit. Drehst die alle um. Oder gibt es halt irgendwelche anderen Token aus, die du durch irgendwas bekommen hast. Man muss halt aufpassen von wegen, oh geil, ich produziere erstmal ein Schiff, damit ich mit mir wegfliegen kann. Geht nicht, danach könnt ihr nichts mehr wegfliegen. Richtig. Weil alles voll ist. Weil alle andächtig auf die Station starren, die gerade ein Schiff gebaut haben. Du könntest auch gerade gar kein Schiff bauen, weil du ja maximal nur drei haben darfst. Und wenn du jetzt noch eins produzierst, musst du eins abfahren. Genau. Man muss ja erstmal rausbewegen und so weiter und so fort. Das sind aber schicke Fähigkeiten. Kann ich eigentlich auch das System quasi markieren, also jetzt beispielhaft, um dann rauszufliegen, weil das ist ja dann involviert, oder es muss immer das Zielsystem sein. Immer das Zielsystem. Wer hatte das Speaker-Ding? Du hattest das Speaker-Ding. Du darfst zuerst raus. Nein. Damit wir zugucken können. Hat er sich das gegriffen? Nein. Ich hab's getradiert. Nein, wir müssen immer das Schlechtes vorstellen. Mr. Speaker? Ich nehme mal Leadership. Was macht das? Wie ist das am besten nochmal vor? Primary, also ich krieg drei Command-Token und dann kann ich Influence ausgeben und bekomme für jeweils drei Influence ein Command-Token. Also dafür ist Influence auf Forschung wichtig. Und die Sekundärfähigkeit ist, dass... Ach, die kannst du dann frei hier zuteilen. Was? Die kannst du hier, der Command ist ja alles. Ja, das kann ich irgendwo dahin legen. Und die Sekundärfähigkeit, die ihr nutzen könnt, ist, dass ihr auch das machen könnt, dass ihr quasi Influence auswählen könnt und pro drei Influence. Wann konnte man die nochmal auswählen? Also wann man die macht? Ah, also gibt Influence doch schon was. Also wir wählen jetzt raus, die Strategiephasen, danach bist du dran und du kannst dann irgendwas machen, entweder ein System aktivieren, eine Aktion ausführen oder deine Strategieaktion ausführen. Ich brauche immer zwei Runden, um ein System irgendwie zu besetzen, weil ich muss es ja schon aktivieren, um hinzufliegen. Ja, dann kannst du aber auch gleich deine Einheiten ausladen. Du fliegst ja hin, du machst Landung. Kriegst dann direkt den Planeten und kann den Planeten exhausten? Kriegst direkt den Planeten, der ist exhaustet, der wird halt nicht so und der ist aktiv. Okay. Weil sowieso das System aktiviert, um den Planeten zu exhausten, darf wahrscheinlich auch noch keinen Aktivierungstoken drauf liegen. Nein, das ist egal. Planeten kannst du immer so als Drehung quasi. Ja, die sind quasi Geld. Dann bist du da dran mit aussuchen, ja? Ich hab einfach mal, also wie hast du das genommen? Constructions nicht hier. Du brauchst dann mit Schiffe, also schätze ich mal. Ne, das kann man nicht. Darf ich? Ja, klar. Wenn wir dir mal gleich mal angucken. Also man kann elektronische Kanone bauen und... Oh, kannst du einfach so und ohne Kosten dann, weil es so primary ist? Ja, früher hat man damit ein Teil der reine Produktion gemacht und hat dann noch irgendwie drei Geld oder so gespart. Ja, das war ziemlich cool. Jetzt... Eben, das kostet ja hier so auch nichts. Ansonsten. Also zumindest... Die kann man aber ja nicht nur so machen. Natürlich. Die PS kann man wahrscheinlich nur so machen. Wahrscheinlich, ja. Und das Space Dog auch. Und du baust halt zwei davon. Oder. Kann man die eigentlich auch wieder abreißen, wenn man will? Ja. Wenn du irgendwas bauen willst und du hast es nicht mehr Vorrat, dann kannst du es anders nehmen. Außer bei Fightern und Infantry, da kann man diese Einheiten nehmen und die da drunter legen. Die hat man dann quasi unbegrenzt. Ja. Dann bin ich dran. Ich hab geguckt. Ja. Wirklich? Wirklich? Die erste Runde hab ich nicht einfach gesagt. Erstmal Banane. Erstmal gucken. Ja. Die ganze Partie ist ja eine Lernpartie. Stöhnen alle im Chat so, der sagt, das ist nur eine Lernpartie, der soll aber richtig spielen. Mach ich nie. Das stimmt. Das müssen die Leute auch schon regelmäßig zugucken. Wer hat gestern nochmal verloren? So. Ja, ich wollte nicht, dass du richtig. Ja, das stimmt. Das hat auch geholfen. Ja. Ähm. Immediately score one pop is objective. Imperial. Findet ihr nicht auch, dass es wunderschön ist? Es ist wirklich nice gemacht. Oh. K ist schon intrigued. Ja. Das Thema. Es sieht nicht total rotzer aus. Schon mal ein Pluspunkt. Okay, das ist, da kann man Secret Objectives mitziehen. Und immediately score one public objective if you fulfill. Ach, damit kannst du das dann direkt in der Runde schon machen, ja? Nice. Dabei steht immediately score one public objective. Ja, ja. Und das ist dann zusätzlich, das heißt man kann zwei machen, weil dann ist ja später, wenn das generell gemacht wird, hast du ja immer noch das eine Frage. Wahrscheinlich, ja. Hm. Was ist, wenn man, muss man auf Planeten, muss man was stehen lassen, damit man... Dann legst du einfach so einen Punkt dahin. Dann kann aber einfach wer anders hin und dann ist das ohne Kampf. Ja, genau. Aber du kannst einfach da wegfliegen und... Man hat sich gleich ja überlegt, ob man zubauen kann quasi, aber schwierig. Es hat so wenig Token. Aber da gab es auch Karten, wo du einfach sagen konntest Low Care Unrest und dann wurde halt eine einer von einem Planeten genommen und dann hast du den nicht mehr. Die Karten gibt es jetzt nicht mehr. Also man muss... Man kann mit einer... Also... Ja, geht dann. Genau. Ich will mal gucken, auf wo man dann Action Cards kommt ehrlich gesagt. Ah, hier. Politics. Choose a player other than the speaker. That player gains the speaker token. Draw two Action Cards. Sind sie da auch irgendwie eine oder nicht? Eine am Ende der Runde, ja. Genau. Ich mache alle diese Dinge handel ich ab. Genau. Bloß, dass ich das nur nacheinander mache. Also ich mache eins davon, dann sind erstmal die anderen Spieler dran und dann mache ich das andere davon, ne? Okay. Da ich noch keine Ahnung was Action Cards machen... Tja. Nehme ich das einfach mal. Ja. Ähm... Wo ist das Agenda Deck? Dann nehme ich einfach mal Technology. Das Agenda Deck ist das hier. Na toll. Aber Technology ist das das Forschen? Ja. Das was du sowieso primary machen kannst? Das muss halt jemand nehmen und dann könnt ihr halt nicht die primary Fähigkeit nutzen. Das ist schon nicht schlecht für mich, wenn ich das nehme. Ja, bestimmt auch, ja. Ich will Technologie handeln können. Ne. Du musst den Necrobio spielen. Der kann Technologie zumindest sich mobsen. Ja. Dafür kann er sich nicht selbst so forschen. Ja. Dafür kann er sich ja ergreifen. Du hast eine Warszone. Also ich glaube das ist auch so, je mehr Spieler mitmachen, desto eher ist auch Auswahl da. Mit verschiedenen Strategien. Was hast du genommen? Trade. Ja gut. Keine Frage, ob das sinnvoll war. Ja dem Hackern seinen Trade wegnehmen ist nie schlecht. Was? Ich kann die Secondary Ability machen ohne einen Token dafür auszugeben. Also solange das Ding im Spiel ist, ist nicht schlecht. Ich bin zufrieden. So. Diplomacy. Choose one system other than the Mercator that contains the planet you control. Each other player places a command token. Ach das ist das, womit ich verhindere, dass ihr es angreifen könnt. Ich finde übrigens zwei Empedien zu viert, ob die waren nicht zu sechs oder zu sechst. Ist es zwar cool. Oh und man kann das System doppelt benutzen. Wie ist das durch? Ja, weil du alle verbrauchten Planeten werden wieder ready machst. Ich will das. Ja. Kann ich damit... Kann ich damit... Du kannst gerne eine Trade haben. Du kannst auch gerne das Vorbereitung haben. Kann ich damit... Was bringt das jetzt am Anfang? Weil wenn du dich jetzt am Anfang einmal ein Schiff bauen sollte, dann ist das System ja benutzt. Dann kann ich zwar die Planeten wieder ready machen, aber ich habe kein zweites Base-Port, um nochmal die Ressourcen zu nutzen. Du kannst einfach nutzen. Die wir ja noch nicht benutzen können. Doch, für hier zum Beispiel. Ja, können wir doch schon nutzen. Ja, für drei Einfluss kriegst du einen Command-Token. Command-Token ist wichtig. Kannst du umtauschen, ja. Ja. Wichtigste überhaupt. Deswegen ist Leadership, glaube ich, echt ziemlich gut. Ich weiß gerade. Also zumindest... Also ich meine... Also drei Einfluss hast du gesagt. Ich bin jetzt bei zwei. Aber das summiert sich ja nicht auf. Ich muss den ja gleichzeitig haben. Es scheint übrigens nicht mehr zu gehen, dass da Trade-Goods drauf kommen. Das war früher so. Jetzt ist das nicht mehr so. Ich finde es zumindest wahnsinnig. Spend one Token from the Statical Pool to draw two Action-Cards. Was auch immer die machen. Ne, das ist ja die, die ich sowieso schon habe. Ich habe die drei noch zur Auswahl. Und dann bleiben die anderen beiden liegen, ne? Mhm. Und da kommt dann... Ja, one Trade-Goods on each Trade-Card has been chosen. Oh, Moment mal. Ich kann ja nicht einfach so bauen. Ich kann nur bauen, wenn ich Warfare habe. Nein, du kannst bauen, wenn du das System aktivierst. Genau. Ach so, okay. Das ist alles nur... Dann kann ich nochmal bauen, oder was? Als Sekundärfähigkeit scheinbar. Spend one Token from your Strategy Pool to use the production ability of one of your Space Dogs in your Home System. Hm, nice. Können wir also auch nutzen. Will ich gerade. Dann kann ich schon zwei Schiffe bauen. Wenn man denn Geld hätte. Genug. Sagen wir es mal so. Ja, ich überlege gerade, wie viel Geld habe ich denn am Anfang. Drei. Was ist sinnvoll, gleich zu bauen? Und diese Planeten sind ja exhausted. Hm. Ich hätte mir mein Private Objective durchlesen sollen, bevor ich nicht meine Strategie gerade wähle. Es ist ja nur die Lernpartie. Für mich die Mutter das Spiel, für mich auch. Das ist echt hart. Also das ist eher für später, glaube ich, wichtig. Mit den Victory Points und Mecha Toy Rex und so weiter. Ja. Ja, ja. Aber das ist beides. Das ist quasi zweimal produzieren. Remove one of the command. Oh, damit kann man ein System wieder freimachen vom Command Token auch. Bringt am Anfang an. Genau. Nimm einfach den Kratzer. Naja. In Kombination mit einem Planeten. Die Planeten wieder ready machen. Ja. Soll er nicht. Bloß für das Video. Oh, pardon. Äh, ja. Ich nehme gerne. Möchtest du Cola? Dann warte. Das ist keine Cola. Das ist Cola Light. Ich glaube... Wasser Cola. Uh. Äh, wenn ich das mache, kann ich Planeten nochmal wieder ready machen. Dann habe ich nochmal mehr Geld. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich könnte dann mehr Korten. Ich glaube, ich könnte dann mehr Korten. So, ne. Ja, fertig. Oh, das ging ja flott. Ähm. Ich nehme einfach drei, wenn du nichts dagegen hast. Ja, genau. Du brauchst dir hingelegt. Also, wenn man fortschreitet, sollte man, glaube ich, äh... Oh, das sind sogar warme Goldbeeren raus. So, also. Ähm. Du fängst an. Also, wir machen so. Äh, wir sind wie die... 1, 2, 3. Also, ja, ja. Was hast du denn? Ja, ja. Gegen die Umkehrzeuge drin gerade. Ja, jetzt kommt mir das Problem, dass wir jetzt erstmal... Äh, muss ich mir... ...ein Hexen gucken, um zu gucken, was ich dann taget. Ja, da... Hättest du die Zeit benutzen können. Welche Zeit? Ich muss ja anständig Fragen beantworten. Ähm. Ich mache erstmal die, der Schöp. Ähm. Einmal drei Tomaten. Token. Das ist immer gut. Was können wir dann machen? Das ist die andere Frage. Hm. Also, wir fangen jetzt an mit den Strategic Actions, oder was? Wie merke ich mir nicht, was ich schon gemacht habe? Lege ich dann was drauf? So. Achso. Ja, aber die Secondary Ability gibt es ja noch. Ne, die benutzt ihr jetzt alle. Ja. Ihr könnt jetzt drei Einfluss ausgeben, um euch auch einen Command Token zu holen. Ach, das kann ich nicht irgendwann machen, sondern nur bevor du es benutzt hast. Jetzt. Wenn er es benutzt. Du machst es jetzt, quasi. Ich hatte nämlich eigentlich... Du könntest es jetzt. Ich wollte mir vorher Planeten besorgen und die ent-exhausten, um dann genug Influence zu haben, um Command Tokens zu holen. Ja, das dachte ich mir, dann mache ich es jetzt. Weiße Entscheidung. Ja. Ich habe nur zwei, das heißt, ich kann das nicht machen. Ich habe nur einen. Der Planet ist ja nicht mit der Zunge. Ich weiß, Blasphemie und so. Das ist jetzt Megatol Rex, da ist halt, ähm, da liegen die Reichtümer. Ja, und der wird immer leichter. Mhm. Also, ihr wollt wahrscheinlich keinen Einfluss rausgehen, falls ihr das jetzt machen. Wir können nicht. Wir würden das auf jeden Fall wollen, weil ich noch nur zwei haben. Außerdem werden die Planeten nicht besorgen. Du hast nicht drei? Nee, ihr sollt. 1,1. Ja, das tut mir sehr leid, dann bist du dran. Muss man die denn jetzt machen? Man kann doch auch erst mal sich bewegen, oder nicht? Das machen wir zum Beispiel. Ach ne, zum Bewegen nehme ich woraus? Ich nehme von hier vor zum Bewegen, zum Ziel markieren. Die zum Ziel markieren einfach von hier. Nein, nein, du musst aus deinem Pool, die müssen auch, um da hinzufliegen, auch auf. Ja, ja. Aus dem, ähm, Tactic Pool. Alles geil. Die sind halt nebenbei ganz so schlau, aber egal. So, dass er dann, ähm, das kostet den. Ich habe hier die Farbe einmal, und hier keinen, hm, 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 hm. Dann hätte ich vielleicht doch buchen sollen. Wir hätten einen geilen Stadtplanet, ey. Wäre eine gut. Ja? Ich? 2, 3, 1, 2. Ja. Dann hätte ich vielleicht doch... Stimmt. Ja. Ich wusste nicht, dass das nur geht, solange du es noch nicht benutzt hast. Dann wäre jetzt das eventuell nicht besser. Kann ich sonst irgendwas mit Influence machen? Außer wenn einer diese Leadership-Karte benutzt. Was steht da noch im Buch? Aktuell haben wir nichts zu sehen. Also im Schluss brauchen wir hier, wenn der Planet mal leer ist. Weil dann wird eine zusätzliche Phase aktiviert. Mhm. Und ich überlege gerade, wofür ich dieses Geld noch ausgeben kann. Wie tech ich nochmal? Techen mit, wenn ich Technology aktiviere. Und da muss ich was ausgeben? Spend one talking from your strategy pool and four resources to research one technology. Da kann ich auch Planeten dann umdrehen, ne? Genau, gut. Das heißt, wenn man was macht, dann... Dann gehe ich jetzt da hin und jetzt kann ich eine beliebige Anzahl bewegen. Also alles, was eine Bewegung hat. Und dann kann ich zum Beispiel... Und wenn du da produzieren, beziehungsweise noch, solltest du auch relativ viele große Schiffe raus machen. Also du wirst nicht so viel produzieren können, aber du hast ja das Limit von drei aktuell. Das heißt, dass du drei große Schiffe drin stehen und machst die Produktion, kannst du kein großes Schiff da hinbauen. Ja, also die Frage ist jetzt... Ich muss auch auf jedem Planeten, um hier zu benutzen, irgendwas haben. Ja. Zumindest einmal. Um die da hinzukriegen, musst du irgendwas haben, was capacity hat. Ja, genau. Das sind ja diese... Die Carrier, die können... Genau. ...viel transportieren. Dann würde ich jetzt so das so machen... Und dann stelle ich die Automatschaft, die beiden Planeten und bekomme die beiden Planetenkarten. Ja. Korrekt. Und zwar Resculon... Viel Spaß. Danke. Werde ich nicht haben. Was ich meine... Dafür die werden so... Ach, das sind die aussortierten. Das kannst du weglegen. Wo sind denn die, die im Spiel sind oder hast du die raussuchen wollen? Ich habe nichts gemacht. Ach so. Hattest du ihm dir nicht diesen Auftrag gegeben? Eigentlich ja. Nein, das war... Ja. Eine alternativen Realität. Aber Karl, du hast die Karten gerade in der Hand. Und bist du durch. Ja, genau. Beschäftigt. Ähm... Also ich würde mich auch erst mal... Wollen wir noch mehr da? Wird noch mehr da reinziehen? Äh... Also diese ganzen großen Schiffe, von denen ist ja außer der Carrier, bringen dir halt da auch nichts. Ich weiß. Okay. Ja. Okay. Ah, du willst vielleicht noch woanders hin, verstehe. Die Sache ist... Jetzt könnte ich produzieren. Was hast du gesagt? Wodurch wird das Maximum? Das ist doch wohl das Misssystem hier, ne? Wodurch wird das Maximum noch bestimmt? Hm... Space Block. Ähm... Kapazitäts Planeten plus 2. Ja. Bestimmt, wie viele da rumstehen können. Mhm. An großen Schiffen. Mhm. Wie viel du in einer Runde produzieren kannst. Ach so. Also wie viel Ressourcen ich ausgeben kann. Ich also... Nein, wie viel Einheiten du produzieren kannst. Ach so. Ach das heißt, ich könnte auch vier Dreadnoughts produzieren, wenn ich will. Ja. Also theoretisch. Ja. Deswegen kann es auch durchaus Sinn machen, wenn du da nur produzieren willst und dich irgendwie einigen willst, dass du deine drei Space Rocks dann in dein Heimatsystem brauchst. Dann kannst du halt richtig viel produzieren. Ich hatte nämlich das irgendwie verstanden, dass es eine Begrenzung der Anzahl an Schiffen, die sich in einem System befinden. Das ist das hier. Ja. Ah ja. Okay. Also drei große. Du bist du mir schon dran. Ich suche das bloß in Ruhe raus. Ne. Ich bin dran. Okay. Ja gut. Dann gehe ich da rein. Das sind ja. OPQR. Und wir nehmen das Schiff noch mit. Wir laufen die beiden hier. Genau. Wenn ich mich bewege, kann ich ja das System aktivieren. Vergessen. Erst System aktivieren. Genau. Dann kann ich ja in der Runde nichts weiteres machen. Ich habe mich bewegt. Die sind auch trotz allem nicht richtig sortiert. Ey ja. Die dürfte auch zucken. So. Die sind jetzt erstmal exhausted. Dann bist du schon wieder dran. Oder nee. Es geht jetzt andersrum. Bin ich jetzt wieder dran? Ne. Aber was sind das für krass Techniken? Das hängen wir gehen. Nein. Ich habe noch so ganz sicher. Ich kann jetzt auch jederzeit irgendwie mit euch handeln, wenn ich das will. Ja. Wenn man benachbart ist. Nein. Ich kann das immer. Achso. Dann kannst du das immer. Also. Ich habe aber nur nicht überstanden. Worüber könnten wir beiden jetzt zum Beispiel in Handeln sein? Äh. Trade Goods. Genau. Ich könnte die. Also ich starte mit der 6, die ich habe. Nein. Also da habe ich noch keine Trade Goods. Nur mal 5 aktivieren. Oder irgendwas nur mal 5 aktivieren. Er muss das aktivieren. Dann kann ich das mitmachen. Und dann kann ich sagen. Ben. Ich gebe dir Geld für. Dann sage ich. Ich gebe dir gerne zwei Commodities und du gibst mir dann drei. Das ist ja ein reines Minusgeschäft. Das ist ja eben. Du hast ja mehr die verteidigt. Guck mal. Mal. Und ansonsten. Die Action Cards könnten wir handeln. Das kann ich speziell. Das könnt ihr miteinander nicht. Möglich. Aber noch haben wir keine Action Cards. Kann man nicht haben. Ich glaube das mache ich gleich mal. Sechs Ressourcen habe ich die schon. Und ich muss dann auch immer gleich direkt mit erscheinen. Ob ich auch die Secondary machen. Oder kann ich nicht. Ich kann nur die Primary machen. Als Besitzer der Karte. Ich mache nicht die Secondary. Genau. Da hast du fünf Ressourcen. Da hast du drei. Achja. Das oberen sind die Ressourcen. Dann habe ich in der Tat. Ich mache. Also ich aktiviere jetzt als nächstes direkt mal meine Technology. Was muss ich tun? Ich research eine Technologie. For free. Damit hole ich mir die Dex Scythe Antimatters. Jetzt kann ich. Wenn ich einen Ground Combat gewinne. Dann kann ich eine Infanterie Einheit aus meinem Reinforcements darauf stellen. Auf dem Planeten. Wenn ich einen Boden Kampf gewinne. Das bringt aktuell gar nichts. Aber die nächste Karte im grünen Tree ist ziemlich geil. Deswegen glaube ich, dass es erforscht. Jetzt könnte ich sechs Ressourcen ausgeben, um noch eine Technologie zu erforschen. Habe ich da nicht. Jetzt könnt ihr einen Strategy Token ausgeben. Und vier Ressourcen ausgeben. Um eine Technologie zu erforschen. Da wir keine Ressourcen haben, ist auch das nicht möglich. Hast du drei. Achso doch die Ressourcen. Ja. Und du hast tatsächlich nur drei. Hättest du jetzt dein Diplomus nicht schon benutzt, dann hättest du das jetzt tun können. Geht ja nur eins. Ich hätte das theoretisch. Dann könnte ich aber nicht mehr produzieren. Korrekt? Das hätte die Planeten ja noch nicht gehabt, wenn ich das benutzen hätte. Also manchmal taggt man halt auch einfach nicht so viel, wenn man nicht doll nahe ist, weil man hat nicht das Geld dafür. Ich habe dafür keine Einheiten. Und man will die Dings haben, weil damit kann man halt für umsonst taggen. Ja. Gut. Und du kannst halt immer für umsonst taggen, wenn jemand taggt. Oh. Stopp. Kommando zurück. Ich erforsche doch was anderes, weil meine Fähigkeit, ich bin analytical, ich kann eine Voraussetzung ignorieren. Ach, das hast du gar nicht drauf geachtet. Du kannst direkt das coole machen. Dann aktiviere ich den Hypermetabolism. During the status phase, gain two command tokens instead of one. Wobei, wenn ich das frage, hab ich nicht vorhin vorgegeben, dass ihr zwei bekommt in der Statusphase? Steh es da nicht sogar drauf? Wo steh das drauf? Ah, hier bei einer Statusphase. During the status phase, gain two command tokens instead of one. Gain and red redistribute. Da steht nichts von der 2, da steht nur gain and redistribute. Das macht keinen Sinn. Karten haben Vorrang vor Dings, das heißt, du kriegst jetzt zwei. Du hast die Phase gespielt. Aber alle anderen haben noch zwei. Ja. Das muss ich mir eben kurz nachschauen. Drei kriegen klingt aber ehrlich gesagt sehr mächtig. Naja, aber die Tech würde ja gar keinen Sinn machen. Ja. Also entweder sie klingt sehr stark, also ich will jetzt nichts über die Balance sagen, ich kenne das Spiel noch nicht. Was heißt sie? Wenn Einheiten... Wenn Einheiten das... Du sparst quasi ein Geld, wenn du Einheiten produzierst. Nicht pro Einheit, sondern insgesamt. Eben. Also ich meine, ansonsten, dann würde ich das... Du hast auch das gerade aktiviert, dann würde ich meine vier... Genau. Ausgeben, um das ein billiger zu machen. Dann könnte es immer noch eine Einzel-Einheit produzieren. Quantum Data Hub Note. Rules. Es gibt jetzt nur noch 13 Rules Fragen, das ist doch gut. Ach, das sind meine Spezialtechnologien. Und mit der Technologie-Karte, muss ich die hier trotzdem noch haben? Ja, die muss man haben. Das ist nur meine Spezialfähigkeit, dass ich einzeln von ignorieren kann. Genau. Also wir können alle nur erstmal die Nuller-Ginger quasi benutzen. Außer wir haben... Wir haben gar keine Asse, dann kannst du nur die Nuller erstmal forschen. Ja. Dann ist es eigentlich sinnvoll, die mal so rum zu sortieren. Ja. 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 Das ist das, was du erworschst. Ja. Das ist das, was du erworschst. Das ist das, was du erworschst. Ja. Ich habe hier eine Karte, die hat dafür sorgt, dass man nicht auf Fighter schießt. Also eine Technologie. Ja. Und man da sowieso auf was anderes schießen kann. Gut, weil ich kann mir aussuchen, welche einen ich entferne. Ich entferne natürlich zuerst die Fighter. Achso, du suchst aus, was getroffen wird. Genau. Und wenn ich nicht die Fighter fähren darf, muss ich halt große Schiffe entfernen. Das ist ziemlich gemein. Ja genau, die Karte ist Missprint. Das ist eigentlich ein Token mehr. Also du kriegst jetzt drei. Genau. Das ist krass. Bei welchem Ding? Bei dem Hyper Metabolism. Genau. Es ist nicht nur die eine, sie sind alle falschen Token. Ja, ja. Klar. In jedem Deck. Okay. Token. Ja, das ist ja schon mal. Verstanden, wie sie schon. Da können sich alle in der deutschen Version so noch freuen. Da ist das wahrscheinlich, glaube ich, schon besser. Gibt es nicht, aber auch gleich eine FAQ mal reingucken kann? Das ist ja blöd. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass du das alles natürlich recht zügig abgehandelt hast, damit wir nicht mitmachen konnten, hat er uns ganz schön schon was weggenommen. Was hätten wir tun können? Die erste Runde. Schauen wir mal, was ich als erstes forsche. So, wir machen. Achso, ist schon der Fall. Ähm. Hm. Also forschen ist schon nett. Eine Technologie meinst du? Aber ich hätte gerne so einen Übersichtsbaum, ne? Das wäre schon ganz praktisch. Anstatt immer die Karten durchzugucken, so verästelter Baum. Ja, die gibt es auch, aber das ist mit den Karten eigentlich relativ einfach. Da ich erstmal hier überhaupt gar keine Ressourcen habe, brauche ich dann die anderen dahinter. Ist jedes Einfluss auch einfach nur ein Baum oder gibt es Verzweigung? Ich habe jetzt nicht so genau darauf geachtet. Bei den Schiffen gibt es Verzweigung scheinbar. Aber ansonsten ist alles nur ein Baum. Okay. Das war früher auch anders. Dann sind sie ein bisschen stark. Ist die Warsong geil. Die Warsong ist geil, ne? Die Warsong ist geil, ne? Die Warsong ist geil. Aber ich bin immer noch mit meiner... Also das ist ja dann quasi das oberste Ende, diese gelbe Karte. Darf ich meine, man darf nicht ansehen? Meine müsste dann zumindest... Müsste die eine halt ja nur stecken. Was waren nochmal Strategy-Karts? Die Dinger, ne? Ja. Die Frage ist, werden sie wieder ready gemacht? Ich habe ja keine Warsong. Was? Was? Darf ich mich nicht irgendwo haben. Kannst du gleich mal was für mich online nachgucken, wenn du dabei bist? Ja, Warsong. 12-3-2-6. Na toll. Die sind alle im gleichen Deck drin. Also das Tech-Deck ist bei einem gleich. Ah, okay. Wenn das hier passiert, dann tausche ich ja eine Strategy-Karte aus. Ach ne, das ist ja bevor sie benutzt werden. Genau. Okay. Wer ist dran? Gerade? Du. Ich habe getaggt, das heißt du bist dran. Du hast getaggt, ich bin dran. Okay. Ähm. Dann dreht die auch um. Haben wir eigentlich irgendwas genommen, dass der Speaker wechselt? Hat das irgendwer? Diplomacy oder so ist das, ne? Ja, irgendwie sowas. Oder? Ja, ich glaube schon, ich glaube er hat das. Da kommen noch die Tracks jetzt drauf. Stimmt. Hat sich das jetzt langsam mal loben. Dieses Ding hat doch hoffentlich auch... Das hat gar keine Capacity. Ich kann nur in zwei Systeme was mitnehmen. Das Ding hätte ich gedacht, hätte auch irgendwie Capacity, aber es hat wirklich... Ne. Das ist keine Blattnacht, das ist ein Cruiser. Gut, dann geht das also nur so rum. Oh. Und kann ich Infanterie eigentlich in jedem System produzieren? Ja. Ja. Und Infanterie kostet... Warum steht da bei Kosten... Ach so. 2 kostet. Das produziert 2. Okay. 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 Dann habe ich die besetzt, dann kriege ich den nächsten Planeten. Warum tue ich denn mit mir den Scheiß? Ich mache den Chat. Hallo. Dann bist du auch schon dran. Ich habe schon wieder nichts weiter. Was hast du gemacht? Du bist da einfach reingeflogen. Mit dem Token von da ist alles fertig. Bei denen liegt jetzt nichts drauf. Soll ich das... Muss ich das markieren? Was draufliegen? Na ja, auf denen habe ich jetzt nichts drauf stehen, aber... Wenn ich das runternehme, muss ich ja so einen Marker drauflegen. Du würdest einfach so einen Marker drauflegen. Im Heimatsystem kann ich das vielleicht erstmal lassen. Erstmal ja. Wo hast du den Marker genommen? Weil du hast den Celtic immer noch zwei liegen. Du musstest da... Ne, zum dahin fliegen... Ja. Musst du einen von da nehmen. Oder? Ja, korrekt. Stimmt. Von wo hast du den genommen? Den hatte ich ja von hinten, genau. Ja, ja, genau. Hier, wo sind die Leute? Darüber hatten wir uns ja unterhalten vorhin. Und vielleicht habe ich das von anders gespeichert. Also bei ihm müssen wir aufpassen. Hallo auch an die Leute auf Twitch. Schön, dass ihr jetzt voll da seid. Vielleicht sind sie ja noch mehr. Genau. Dann bin ich da ran. Und... Die kommen dann auch nach dem quasi komplett in der Runde, kommen die hier hin, ja? Ja, die sind weg. Genau. Ich habe keine Ahnung, wie sinnvoll das ist, sich auszubereiten, aber... Ja, gut. Jetzt muss ich auch mal hier raus. Ähm... Was suche ich eigentlich gerade? Quen und Draron. Okay, dann fliege ich natürlich mal hier hin. Nehme mal den Carrier mit. Oh, ich kann mich nicht so gut ausräumen. Ich finde, der hätte das am Anfang gemacht. Dann hätte ich jetzt nämlich mit... Ähm... Hätte ich mit-taggen können. Beim nächsten Mal. Ja, ich habe mit-getaggt. Du hattest... Ja, du hattest, glaube ich... Ich habe mir Platinen geholt. Hm? Platinen geholt. Hm? Und als er getaggt hat, hast du dir auch eine Technologie überholt? Ja. Die. Du hattest genug Influence? Ne, einfach nur Ressourcen für Ressourcen. Zum mithacken braucht man Ressourcen und nicht Influence? Ja, stand da unten drauf. Achso, stimmt. Davon hast du ja vier gehabt. Ne, ich habe... Die Planeten starten... Exhausted? Ja, dann ist es so. Oder? Also auch die Neubesetzten sind doch für die Runde Exhausted? Die hat er eigentlich, genau. Ach, die sind umgedreht, sind das erstmal in Grau oder was? Ah. Ja, ja, genau. Ich habe das nicht als umgedreht identifiziert bekommen. Ja, wenn sie farbig sind, ist es used. Stimmt, das sind die vier Ressourcen. Voll auf Konflikt ausgelegt hier. Ich glaube, ich mache in der... Ich nehme den noch nicht. Gar nicht. Ich habe ja nur drei Ressourcen. Ich muss hier den Planeten wieder aussuchen. Ach komm, man geht jetzt ohne. Nehme ich den hier auch noch mit. Und den lasse ich hier stehen. Das, was ich da auch stehen... Das PDF ist nämlich auch nicht bestätigt. Hattest du vier Endings? Ach, du hast schon Command Token zwischendurch geholt gehabt? Ja. Womit? Mit der Leadership. Mit der Leadership. Die ist extrem geil. Also die braucht man immer. Game Free Command. Irgendwann sollte man die auch haben, sonst hat man die irgendwann ein Problem. Oder viel Einfluss. Genau. Wie um die dann, wenn der andere... Genau. Hat die irgendwer sortiert? Die sind einigermaßen sortiert. Was brauchst du denn? Das sind die, die raus sind? Das ist der, den du brauchst. Ich brauch beide. Ja, aber erstmal. Ich hab mich doch dafür entschieden. Beide zu nehmen. Melon. Gut. Das war... Oh, wieder schnell. Noch. Ist doch der erste. Also du bist jetzt da reingeflogen und hast du besetzt? Ja. Hast du das nicht noch runter verschmogen? Nein. Nein. Okay. Ich hab meine Strategie-Dinger zu den beiden runden. So, ich muss jetzt jemand anderen als den Speaker aussuchen und zum Speaker machen. Kannst du nicht auf mich nehmen? Nein. Jemand anders, ne? Das kann also auch wie ich sein. Player other than the Speaker. Also einer von uns. Ich mach aber glaube ich erstmal das hier. Choose one system that you... that contains the planet you control. Each other player places a command token in the chosen system. Then ready each exhausted planet you control in that system. Also das hier ist so meins. Wenn der da nicht rein fliegt, kriegen wir keinen Ärger. Und das hier... Da komm ich hin. Also das ist ungefähr meins. Okay. Wir kriegen Ärger. So rein... So rein handelstechnisch. Also zwischen euch beiden sehe ich ein gewisses Konfliktpunkt. Ja. Und denen wird's auf jeden Fall gehen. Also ich benutze jetzt erst mit Diplomacy. Möchte jemand Strategy-Token ausgeben, um zwei Planeten ready zu machen. Exhausted. What the fuck? Wie viel muss man denn ausgeben? Ein Strategy-Pool-Token. Das wäre dein letztes. Damit kann ich ja eh nichts mehr machen, oder nicht? Das ist doch wann... Für was kann ich alles den Strategy-Token nehmen? Um die Strategy-Card Secondary-Abilities. Außerdem legt ihr beide ein Command-Token in Rescolon. Ich muss die ja ein bisschen nach Systemorten, damit ich durcheinander komme. Rescolon und Connick. Hier legt ihr dann Command-Token... Von wo? Ja, von wo? Aus dem Supply? Ja, hier steht nur Command-Token. Du hast nicht spezifiziert. Jetzt schätze ich mal, dass es aus eurem Supply ist. Sonst wäre das ziemlich heftig, glaube ich. Wenn man das... Wohin? Da rein, genau. Also ich meine, das ist im Endeffekt egal, weil das System werden wir nicht aktivieren. Richtig. Ich weiß, aber wir wollen ja, dass wir die Regeln als Muscle-Memory haben. Ich kröne das mal eben. Also wir können ein... Ich kann noch jetzt... Du kannst jetzt noch das Strategy-Jet... Du kannst das Token ausgeben, um zwei verbrauchte Planeten wieder zu aktivieren. Reinforcements. Ist richtig. Und die hat den Vorteil mit der Secondary-Ability, dass es nicht systembegrenzt ist, während die Primary-Ability systembegrenzt ist. Gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, Planeten aufzuwerten? Kann ich da irgendwas drauf bauen, dass die mehr produzieren? Ich kann jetzt einen ausgeben, um Planeten zu exhausten? Du kannst... Um wieder zu end-exhausten. Mach ich doch. Einen für zwei? Ja. Oh, voll nett. Früher war das nur mit einem bestimmten Wert und so, glaube ich. Also ich glaube, dass auch mit den Tags... Ich glaube, das Spiel wird nicht so ewig lang dauern. Ich schaue mir mal. Ich tagge und ballere euch weg. So planen. Also hab ich das jetzt verbraucht. Und du machst das nicht? Ne, ich mach das, glaube ich, nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, das System noch zu aktivieren und mit dem Dings hier auch noch rüber zu nehmen. Weil den nimmst du ja von hier, ne? Hm? Wie, wenn ich hinfliege? Das ist ja von hier, von hier. Also Tactics ist für hier, taktische Aktionen auf dem Board. Strategy ist für die Strategie an. Und Field Supply ist für das Limit. Ja, jetzt ist es zu spät, ne? Also wir können ja hier nicht auf alles rücksichtigen. Dann hab ich... Jetzt hast du unten zwei Strategie drin liegen. Ja, genau. Vorher lag da eins. Das ist korrekt. Weil ich hätte die von hier nehmen müssen. Genau. Achso. Und jetzt willst du eins davon ausgeben, oder nicht? Auf jeden Fall. Ja, ne? Weil das ist ja hier die Tactical Action und für die nimmst du die vom Tactical. Die kommen ins Supply zurück, genau. Aber dann hab ich da auch von hier unten offensichtlich genommen beim ersten Mal. Ja, du hast ja auch das... Weiß ich nicht, was du mitgemacht hast. Ja. Ob du das mitgemacht hast. So. Ja, auf jeden Fall fliege ich nochmal. Ne. Was? Du hast ja hier einen Marker drin. Das ist das Thema, wo du einen Marker drin hast. Da kannst du nichts rein und nichts raus bewegen. Ja, okay. Dann brauch ich das ja gar nicht. Deswegen kann man gar nicht so... Da muss man zuerst in das Weiterentfernte fliegen. Und dann in das Nähe gelegen. Wenn man die... Wenn man mehr Movement hat. Das ist ja voll logisch. So bewegen sich Armeen immer. Auf jeden Fall. Ja. Ja, dann nutze ich doch mal irgendwas, würde ich sagen. Ich mach Construction. Ich aktiviere Construction. Construction. Place one token from your strategy pool in any systems. You will apply a space dog or pds. Oooo! Construction kann ich ja immer das... Unter was fällt denn das? Ach so, ne, das ist dieses Ding da. Das ist mein Ding. Construction. What's the secondary? One token from your strategy pool. Ja. Und dann kannst du einen space dog bauen. Oder... ...pds. Kann ich das eigentlich auch noch machen? Nein, du kannst nur die erste machen. Okay. Das wär zu geil. Du kannst ja so schon zwei PDSs bauen. Theoretisch. Also oder ein SpaceDog und ein PDS halt. Und wir können, wenn wir ein Strategy-Token ausgeben, ein PDS bauen. Will ich das schon? Kann man auch ein System machen, den man schon aktiviert hat, dann kommt der Marker einfach in den Reinforcement Pool. Was kann man nochmal machen? Du kannst nochmal aktiviertes System nochmal aktivieren. Wenn man das benutzt, dann kann man den Marker hier irgendwie... Also dann legt man den Marker... Also dann kann man das trotzdem machen, auch wenn man das System schon aktiviert hat. Nochmal, wann kann man das machen? Auch in benutzte Systeme kannst du halt dein PDS noch bauen. Also diese Fee-Token. Normalerweise musst du den Marker von Strategy in dem und hier reinlegen, was du sonst für Technik machst. Ich mach das dann bei uns SpaceDog. Nee, du kannst nur eine PDS bauen, oder? Oder SpaceDog. Oh, SpaceDog. Tatsächlich. Hm. Jetzt habe ich leider noch keinen Dreierplaneten. Das wäre geil gewesen. Dann mache ich das auch. Boah, es läuft. Also dafür muss ich jetzt auch nichts ausgeben. Das kostet ja... Doch, ein Strategy. Ja genau, aber ansonsten es hat keine Kosten. Nein. Das ist doch mit von ihm, dass er uns das macht. Irgendwas musste ich ja mal langsam machen, wa? Ja. Und jetzt, hier kann ich nicht produzieren, weil ich meinen Marker schon drinliegen habe. Ah, da war der Haken. Ja. Du hast es auch schon überlegt, jetzt so dann direkt. Aber du hast ja... Ich kann noch bauen. Nee, ich kann noch bauen. Das ist Warfare, ne? Da, guck, Warfare wäre ziemlich klar gewesen. Jetzt sind wir Warfare genommen. Ich kann den Marker wieder rausnehmen können. Ach, Marker wieder rausnehmen. Aber ich kann auch Schiffe produzieren. In der Hamels-Systeme, ja. Ja. Was ist eigentlich mit Ressourcen, die man nicht benutzt? Ja, da hätte ich andere Sachen benutzen. Bei Planeten nichts und alle anderen Ressourcen, die du irgendwie hast, wie behältst du. Nee, also ich meine, wenn ich jetzt 7-Band umdrehe, dann hätte ich ja 5 Ressourcen. Ja. Und ich gebe zum Beispiel nur 4 aus. Ja, dann ist Pech. Ja. Dann brauche ich halt einfach mehr. Ja. Wenn das Kapazitätenlüsse hergibt, dann ist das empfehlenswert. Ja. Gut. Du bist wieder dran, glaube ich, ne? Oder? Hast du nicht gerade die... Ich habe als letztes gemacht. Wenn ich in ein System produziere, kommt da aber auch nicht so ein Token rein. Das war dein Production, ne? Ah! Also ich kann zum Beispiel auch hier produzieren und danach mit dem Schiff noch wegfliegen. Ich produziere mal hier. Ja. Du kannst da produzieren. Nein. Dann wegfliegen. Du hast ja hier steht die Reihenfolge. Tactical Action. Erst aktivieren, dann bewegen, dann Space Commit, dann Invasion, dann Produktion. Ich meine nicht in der Runde. Ich meine jetzt angenommen, nächste Runde ist alles wieder weg. Ich baue jetzt Infanterie, lade die ein und fliege dann weg. Nein. Du aktivierst das System, um da drin zu bauen. Genau. Du musst noch entscheiden, was... Du hast es ja jetzt hier schon umgedreht, aber du musst doch noch entscheiden, wer den Speaker-Token kriegt, oder nicht? Achso, ja. Ja, äh, äh, ich. Also von euch beiden. Du kriegst ja nicht, ich krieg den. Was ist das hier eigentlich? Ein, äh, der Speaker-Imperiums-Darschland. Also das ist wahrscheinlich, wenn man die Karten hier braucht, sobald Mercator-Rex befreit ist. Dann gibt es ja irgendwie die Speaker-Rolle. Ja, das gibt den Big-Fly-Point. Nice! Die kommen zum schnellsten hin, ich kann da durchfliegen, ne? Die Asteroiden-Felder, da gibt es irgendwas. Nochmal, das heißt, ich kann im Prinzip jetzt nicht nächste Runde schon versuchen, also, dass die Planeten... Gut, die müssen nicht zwingend besetzt bleiben. Die können ja quasi erstmal leer sein, ich könnte die einladen und weiterfliegen. Aber dann könnte ich in der Runde da keine Soldaten mehr bauen? Ne, du musst erst einen Space-Stock da bauen. Ja, da ist ja schon ein Space-Stock gebaut. Ja, dann kannst du... Doch, du kannst ja in der nächsten Runde das System aktivieren, da reinfliegen und dann das System aktivieren und damit den Space-Stock produzieren. Ah ja, stimmt. Space-Stocks können auch nicht bewegt werden. Die bleiben da stehen, wo sie sind. Komisch. Mensch. Ja. Wieso solltest du denn da hinwollen? Das ist doch eigentlich... Was weiß ich, wo du hin willst. Das ist meins. Ne. Also, eindeutig ist das deine Ecke. Das hier ist meine Ecke. Und das ist deine Ecke. Ja, du hast... Findet das Problem für euch beide. Ja, genau. Boah, du hast ja auch... Da ist auch ein Dreierplanet, das ist schon geil. So, ähm... Das ist so geil. Dann war... Wer ist Fallon? Ich glaube, du... Ah, du hast... Du müsstest doch jetzt... Achso, ich wollte hier produzieren. Ja, Kai, lenkt mich immer ab. Du hast da schon einen Marker reingelegt. Ich... Genau, ich habe einen Marker da reingelegt und ich habe 6 zum Ausgeben. Was für einen Marker musst du eigentlich rein? Hier so einen Taktik-Marker. Auch einen Taktik-Marker? Du aktivierst das System. Ah ja, okay. Du machst eine taktische Aktion und du hast alle Schritte außer Schritt 5. Production. Acht da unten. Also, ich brauche auf jeden Fall Infantry und ich habe ja ein Limit von... Du stehst auf dem höheren, also auf der 2, 4. Also, habe ich 5. Ne, ich denke, das ist 2. Achso, ne, so rum ist das. 2, ja, dann habe ich 4. Ja, stimmt, die Fachunterschreibung macht für dich nichts, gelb-blau? Ja, nicht so wirklich viel. Ich muss mal gucken, ob Infantry, ob das auch... Ob das als eine zählt oder zwei einhalten? Beschränkt jetzt 2. Infantry, Token, Productions. Wenn ich hier einen Zielmarker zum Hinfliegen reinlege oder zum Beispiel hier, kann ich aber aus verschiedenen Systemen in die Richtung bewegen? Ja, alles, was da rein kann, kann da rein. Ah, okay. Interesting. Mhm. Okay, dann baue ich mal ein... Also, das hier kostet mich ein und dann kann ich noch 2 andere Einheiten produzieren. Da nehme ich mal... Aber wenn du 2 im Vertrieb brauchst, das zählt auch schon als 2 für das Einheiten-Limit, genau. Und so ein Dreadnought. Dann aktive ich die beiden hier, 5. Und dann baue ich mal... Und hier kann ich nichts mehr produzieren, weil ich halt... Dann musst du aber auch noch das umkriegen. Ne, das kostet 4, das kostet 1. Also, ja, korrekt. Ich finde dieses grau und farbig irgendwie nicht so gut zu unterscheiden, muss ich zugeben. Ich mache das lieber mit Querlegen. Da habe ich... Sehe ich irgendwie besser. Dann produziere ich... Also, ich auch als Farbenbinder bin da voll dabei. Zwischen den beiden ist ein guter Unterschied zu sehen. Ich finde die beiden zum Beispiel nicht so unterschiedlich. Doch, hier hast du Text drauf, da nicht. Das ist blau, das ist grau. Das ist Farbenbinder sehen. Ja, Karl, du bist dran. Ja, ja, ich produziere und zwar... Ich habe ja noch einen weniger bezahlt. Ich kann ja noch... Dann produziere ich noch... Ich kann jetzt beliebig viele Ressourcen für bis zu 4 Sachen ausgeben. Geht ganz, dass ich noch 2 produziere, ja, ne? Stimmt, ne? Ne, Moment, ich... Ich habe ja hier auch die Technologie, dass ich... Tactical Marker. Also gebe ich einen Tactical Marker aus... Und kann jetzt bis zu 4 Einheiten bezahlen. Das ist später, wenn man gar nicht viel Tag an Problem ist, wenn man alles denkt. Ne, ne. Okay, ähm... Ben. Wie komme ich nochmal in Commodities mit der Trade-Sache, ne? Wer hatte denn das Trade-Ding? Du hast das Trade-Ding. Oh, ich habe nicht aktiviert. Noch nicht aktiviert. Steht wahrscheinlich demnächst an. Was könnte ich denn noch so machen? The Tactical Action. Action Movement. Move Ship. Invasion. Ach ja, genau. Und dann diese Gollum-Leute können sagen, ich skippe. Richtig? Ja, für eine Aktionskarte. Und die hier bestimmen meine Größe der Flotte. Kann man die... Verbraucht man die ja eigentlich durch irgendwas? Nein. Die fliegt dann nicht. Also kannst du ja umschieben, wenn du sagst, ich will ein kleiner Street Limit. Aber ansonsten verbrauchen die sich nicht. Die kann man umschieben? In der Statusphase kannst du die neu verteilen. Wenn du sagst, ich brauche jetzt nur zwei Schufe, weil ich will mehr anderes Stuff machen, dann... Vom Großangriff sollte man das dann eher... Ja. Ohne es zu wollen, sabotiert ihr mich jetzt schon gar nicht. Ne, das war schon Absicht. Ne, mir geht das auch nicht von dir. Also die Reihenfolge, wenn die Aktion so kommen, wäre für mich anders besser... Ja, haben wir alles richtig gemacht. Läuft, ne? Wie funktioniert das? Haben wir jetzt eigentlich den Speaker schon ein bisschen gegeben? Ja, hat er sich... Boah, immer karl. Das ist ein bisschen egoistisch, ne? Eins, zwei... Also eigentlich ist es doch logisch, dass man sich das selbst gibt. Also ich meine, wenn, dann müsste man ja schon was verlangen dafür, dass man dem anderen den Speaker toben bietet. Ach ja, genau, willst du mir was? Du hast ja noch nichts. Also ich meine, das... Ja, macht Sinn. Aber man kann sich zuerst was aussuchen. Im Zweifelsfall wird immer die Eins zuerst genommen, wenn ich jetzt so behauptet. Eins, zwei... Also du hast Politik's Außen aktiviert, ja? Stimmt. Und du hast zwei Aktionskarten gezogen? Nee. Würde ich behaupten, dass du es vergessen hast. Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Das habe ich noch nicht gemacht. Achso, ja, dann bin ich noch Speaker. Wieso? Nee, das ist das, wo ich den Speaker... Das habe ich gemacht. Nein, Politik ist das, wo den Speaker wechselt. Achso, äh... Diplomacy. Dieses Jahr durch. Ja? Genau. Ja, und wo steht da, was für den Speaker wechseln? Ähm... Achso, ja. Ja, ich meine, das ist ja jetzt... Du hast doch gesagt, dass das noch gemacht werden muss. Du hast gesagt, du musst noch den Speaker aussuchen, einen von uns beiden. Ja, machst du ja sowieso, dann ist egal. Also, ich meine, es wird passieren, wird nur... Spielt auch keine Rolle, wann. Das kostet mich zwei, dann habe ich noch vier übrig. Hm. Wie sind meine... Dafür, dass ich mir drei Toren geholt habe, sind die auch ganz schnell wieder weg. Dann baue ich mal noch eine Dreadnought. Man weiß ja nie, was so kommt. Ich baue mich da langsam aber sicher auf. Ja, 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 es ist dafür bekannt, dass sie richtig mächtig sind. Wie viele Karten zieht man immer? Das ist eine Dreadnought, ja? Ne, das ist keine Dreadnought. Doch, das ist ein Dreadnought. Hm, gut. So. Du bist fertig? Dann habe ich productiert. Genau. Zum Bauen nehme ich auch Tactical. Ja, dann aktivierst du das System, wo du bauen möchtest. Genau. Also, eigentlich aktiviert man immer mit Tactical. Das kann man ja einfach mal so festhalten. Genau, die taktische Aktion machst du mit Tactical. Genau, also ich muss auch ein wenig ausgeben für alles. Und deswegen produziere ich... Also ich habe fünf. Deswegen produziere ich eine Dreadnought. Oh, ich habe auch ein wenig ausgeben müssen. Aber ich habe... Leider habe ich nicht drauf geachtet, jetzt bin ich schon dran. Ja, ich kostete noch eins und ist nur ein Zapper. Dann habe ich noch ein Destroyer gebaut. Ja, genau. Ein Destroyer. Und production würde auch alle Space Dogs gleichzeitig aktivieren? Nee, nur in dem System, das du aktivierst. Fighter kann man auch nur mit Carry-On mitnehmen, ne? Und mit Dreadnoughts, die haben auch Capacity, glaube ich. Fighter zählen auch gegen Capacity gegen? Ja. Fighter und Ground-Units und PDS kannst du nur mitnehmen. Und dann... Nee, da passen ja vier rein, dann ging das trotzdem. Okay. Na, wenn man einen Space Dog hat, dann zählen drei Fighter nicht gegen das Capacity damit. Jeder Space Dog kann drei Fighter beinhalten. Hm. Was man mal achten muss. Äh, Jan van Helsing, ich glaube, man startet nicht mit den Commodities, weil ich habe das nirgendwo gefunden. Auch hier steht nur, dass man das durch einen Factory replenished. Ähm... Was auch Sinn macht, weil am Anfang braucht man die eigentlich noch nicht. Naja, man kann mehr große Schiffe bauen. Mit den Commodities nicht. Ja, aber mit den Trade-Goods, die daraus werden können. Ja, aber da, so wie ich das verstanden, man die nur handeln kann, weil man Nachbar ist, außer du spielst mit. Ähm... Also in deinem Fall würde das tatsächlich Sinn machen, deswegen machst du dich jetzt, um die Trade-Karte zu nehmen. Nee, er hätte die ja schon mal aktivieren können, aber hat er ja noch. Ja, das ist taktisch raus. Ja, äh, dann bin ich durch. Ja, ich, äh, passe. Bin ich schon hier drin? Ja. Was kann ich denn noch machen? Die Karte. Ja, ich gucke gerade, ob ich das schon machen muss. Du kannst nichts machen. Oh, du hast extra die Strategy dafür sowieso aufgehoben. Ja, Ben hat darauf verzichtet. Okay, gucken wir mal, wie gut das war. Worauf habe ich verzichtet? Ähm, na, du hast ja gesagt, du passt, damit bist du ganz raus, oder? Ich bin ganz raus, aber die Sekundärfunktion kann ich natürlich immer noch machen. Ach, das kannst du trotzdem machen? Ja, wie soll das denn anders gehen? Weiß ich nicht. Den du noch mit dir sein musst, halt. Nein, nein. Na gut. Also, dann nehme ich jetzt mal den Speaker-Token-Ziel. Das sind die Action-Cards, ja? Zwei? Krass. Ja, du auch. Wieso? Wenn du jetzt, also Secondary, das machst du ja mit Sicherheit. Strategy-Pool-Token, zwei Action-Cards. Das ist doch ganz schön viel. Ich mache das mal. Und dann, was ist das Agenda-Deck? Das da. Davon kann ich mir jetzt die obersten beiden angucken. Irgendwann auch zwei. Die kommen ins Spiel, wenn ein Mechathor irgendwann... Ich glaube ja. Da komme ich jetzt die zwei an, und dann kann ich jede davon in irgendeiner Reihenfolge oben und unten nehmen. Nein, mich? Nein. Okay. Da ich noch keine Ahnung habe, was mir das bringt, wird das jetzt nicht so effektiv sein, aber... Hm. Ach, wie schade, dass ich gepasst habe. Hm, hm. Okay. Gibt es dann... Handkarten-Rimit für... Nein. Ne, doch, sieben, oder? Habe ich irgendwo mal gelesen. Echt? Das wäre mir neu, oder vielleicht ist das neu. Achso, und man stimmt dann dafür oder dagegen bei diesen Agenten, und je nachdem, wie man gestimmt hat, der Effekt tritt für einen ein? Für alle. Achso, dass die Mehrheit bestimmt hat. Okay. Hm, das kann das Spiel ganz schön hin, oder? Ja. Das ist der Sinn, der kann. Aber wir müssen halt erst mal die Bitte einnehmen. Ja. Machen wir das ohne. Vielleicht übernächste. Ja. Also, ansonsten musst du mal dein Movement erhöhen. Aber ich kann zumindest schon mal durch Astroidenfälle durch. Ja, aber du musst es ja trotzdem Movement erhöhen, damit du hinkommst. Ja, mein Carrier kann... Astroidenfälle... Einen. Eben. Ich kann ja taggen. Ähm... Ich hätte gern doch nicht gepasst. Und ich mache das auch, aber ich muss dafür kein Geld ausgeben. Und du musst dafür was ausgeben. Ich habe nichts mehr. Ähm... Sind hier schon keine Dreierteile mehr? Nee, Trade Goods ist doch so... Trade Goods ist doch so. Ja. Korrekt. Ja. Ja. Ja, ich kann dir dann welche geben, wenn du nicht das machen lässt. Da kann man auch drüber handeln halt. Und es wird ja weit benachbart. Wenn du hier in deinem System bist und nicht in meinem System, dann können wir uns überhandeln. Aber ich brauche das nicht. Mit mir brauchen wir das nicht abhandeln, weil ich eh kein Ausgeber. Ja, eben, genau. Deswegen wäre es ja vielleicht für... Hast... Ihr könnt nicht miteinander handeln, das ist das Problem. Ihr seid ja nicht angrenzend. Ja, noch nicht. Das kommt ja. Ja, dann könnt ihr sagen, bei euch kommt das relativ schnell. Ja, ja. Aber irgendwann wieder friedliche Händler, wir gehen erst gegen dich vor. Was würdest du mir geben, wenn du das nicht machen müsst? Wir sind ja friedliche Händler, wir gehen erst gegen dich vor. Ich töte dich nicht. Ne, also Trade, ich glaube, ich mache mir einen Tag. Mir ist das nicht so wichtig. Ich habe ja auch krass Ressourcen. Sechs. Immerhin, äh, sechs. Hm, nicht schlecht. Ja, eben. Ja, aber ich habe nichts, wie du siehst. Ich könnte dir nur einen Non-Binden, ich kann dir... Aber was nicht Binden ist anbieten. Nur Commodities anbieten. Ich könnte dir noch anbieten, dass wir uns das gegenseitig umtauschen im Geld einfach schon mal. Als Handel. Machen wir 3-3. Ich glaube, ich verliere keine, gewinne. Können wir gleich auch behalten jeweils. Ist das schön, einfach so handeln zu können. Ja, sehr schön. Kann er voll für die Schiffe bauen, Ben. Was? Oh, jetzt habe ich ein bisschen... Wahrscheinlich ganz weggeräumt, als ich hier fertig war. So, dann... Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Naja, klar macht man so tausend Sachen durcheinander, weil man macht schon mal vorher hinterher... Aber hier vor allen Dingen noch aus dem Pool raus. Meistens, ähm... Also Action-Karten sind ja verdeckt, ne? Aber wie können wir dann damit vernünftig handeln? Wie handeln? Naja, ich kann Action-Karten handeln. Naja, du könntest uns die zeigen, oder... Du musst dich ja anfangen. Hier vertellst du davon. Willst du tauschen? Nö. Nö, kannst du sagen, äh... Ah, interessant, dass du das hast. Leck mich. Ich greife dich an. Ich greife dich an und gib dir zwei Action-Karten dafür, oder so. Action-Karts can be exchanged as part of the transaction. Ich meine, ich würde das auch gerne nochmal umdrehen hier. Und ich habe ja mit dir schon was gemacht. Hä? Ja, Ben. Ja, ist das. Die sind verdeckt, ne? Die sind wirklich Action-Karts, sind verdeckt. Ja. Wieso musst du das eigentlich da liegen? Das musst du hier hinlegen. Ja, gut. Du brauchst noch diese Adresse, um die richtige. Ja, also schon besser, wenn wir das auseinanderhalten können. Machst du noch was? Wird das eigentlich gleich für alle voll aufgefüllt? Das? Ja. Ja, nee, ist jetzt gut. Der Pool. Hey, Ben, wir tauschen beide gegenseitig eine Action-Karte aus. Und ich drehe das noch um. Auf der Fall. Kannst du ja nicht, du musst es ja mir geben. Ich bin ja schon nicht der eigene Unternehmer. Wie das mit dem Action-Karten-Handeln funktionieren soll, weil man das eigentlich ja immer verdeckt hat, ist mir nicht so ganz klar. Weil ich ja theoretisch erst sagen müsste, was ich habe. Das ist ein bisschen blöd. Ja. Ich glaube, ich bin fertig. Ja gut, dann sind wir alle durch. Können wir alle durchnehmen, kommt die Statusphase? Ja. Score Objectives. Also drehen wir das jetzt alle um, ne? Also Bodeneinheiten kann ich aber auf dem Planeten. Der Reinhardt ist für Objectives, man hat irgendwie ein Objective-Score, und sechs Planeten, nicht Heimatssystem, hat noch keiner, und vier Planeten, die denselben Trade haben, hat auch noch keiner. Nee, die, Each. Ach, die denselben Trade haben, ja. Dann Reveal the Speaker. Ich habe immerhin schon drei. Speaker? Weitere des Amtes, Schritt zwei. Was beviel ich? Das nächste Public Objective. Oh, Controls, Free Plants, I have Technology Spezialities. Habe ich? Habe ich eins, zwei, drei, vier, ne, drei. Ist das technologisch, ist das nicht Industrie? Ne, aber technologisch speziell, das sind ja die hier. Achso. Da hast du das ein. Ja, okay. Hat man, ich habe doch gleich hier irgendwo was dran, oder? Nee, ich glaube an den Heimatsystemen ist nie was dran, oder? Nee, waren wir auch nicht. Freulich. Okay, dann haben wir das gemacht, dann kommt der nächste Schritt. Draw Action Cards, da ziehe ich jetzt irgendwie eine mehr. Ja, zwei. Und ich schiege beide einen, ne? Oder irgendwie anders auch noch den Neural Motivator. Ich ziehe einen auf jeden Fall, ja. Klar. Ich überlege gerade, ich hätte... Boah, schon falsch gemacht. Nee, man zieht zwei, oder? Einen. Nee, also außer man eigentlich Technologie erforscht, irgendwie, oder sowas. Genau, dann Remove Command Tokens, das heißt, die Command Tokens, die auf dem Spielplan liegen, die kommen zurück in die Reinforcements. Timmel. Ich muss das jetzt erstmal durchlesen. Was soll ich machen? Command Tokens vom Spielplan in die Reinforcements. Und wie viele kriegen wir zurück? Gain and Redistribute Tokens, du kriegst drei, wir kriegen zwei. Genau, zwei und ich kriege drei. Was passiert eigentlich beim Unentschieden? Bei was? Beim Luftunentschieden oder beim Kampfunentschieden passiert überhaupt? Gibt's nicht. Gibt's nicht. Nee. Du machst ja Schaden und du machst einen Treffer und es ist ein Einheit zerstört. Das kann natürlich sein, dass wenn da keiner mehr drin ist, dann ist tatsächlich Unentschieden, aber dann passiert halt auch tatsächlich nichts. Beide gehen raus, ja. Wo kriegt man noch einen von diesen Token? Äh, mit, hier, Widerchip zum Beispiel. Eben. Ja, die müssen erstmal alle wieder zurückkommen. Warum hast du da jetzt schon wieder alles so voll? Also kommt das doch drauf? Weil ich gerade drei bekommen habe, du auch noch zwei. Achso. Schattet hat, dann kommt noch zwei. Ah. Du hattest irgendwas gesagt von wegen, kommt doch nicht drauf. Doch, kommt drauf. Jetzt hast du das noch aufgelift, hast du noch gefunden. Ja, ja. Genau, jetzt könnt ihr hier die Dinger neu verteilen. Wenn ihr halt sagt, ihr braucht nur ein Field Limit von zwei oder so, könnt ihr die noch woanders hin schieben. Aber dann ginge das hier ja sofort nicht mehr. Du müsstest sofort ein Hand raus, wenn das richtig. Also komplett raus. Ja. Und töten. Ja. Ähm, genau. Ready cards, dann werden die Karten wieder umgedreht. Ja, bitte. Repair Uses haben wir. Wer war an meinen Karten? Niemand? Das hast du scheinbar selbst gemacht. So. Das ist ein krasser Scheiß. Ähm, ja, und dann. Moin. 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 Oh, meine Pizza. Da brauchst du dir keine Gedanken machen. Oh, oder? Unsere Pizzen werden dann immer zu dunkel, weil wir sie immer vergessen. Die ist knusprig. Und knusprig ist ja okay. Was ist das eigentlich? Ach, das ist ja schuldig. Eclipse ist halt so ein krasses Euro-Game. Das kannst du halt nicht wirklich vergleichen. So, ich fange an. Kann man die Teller hier irgendwo dazwischen machen? Ähm, zunut auf dem Mülleimer. Oh, die ist ruhig. Das ruhig. Ja, die liegt da jetzt auch schon. Wie der Spiegel? Lange. Oh, die sieht noch gut aus. Ja, die ist well done, würde ich sagen. Klar, das ist irgendwo das Messer? Irgendwo mal. Toll. Ähm. Ich hab das Messer. Neu-Wohnen-Rissen-Arbeit-Gehner-Fatzen. Das sagt der Leiber. Nachdem ich hier wohne. Das sagt sehr lange. Wie lange wohnst du hier? Ach, nicht so lange. Elf Jahre. Ich glaube, Brechen ist einfacher als Schneiden. Also ich hab gehört, Schere soll auch sehr gut sein. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also teste mal so eine Knochen-Schere. Damit geht's bestimmt. Ja, aber nochmal eine Schere. Schon probiert. Ich glaube, dass es so lustig ist. Das sagt er, Brechen geht einfach an. Kann Infanterie auf Planeten produziert werden, ohne dass ein Space-Doc da ist. Du kannst nichts produzieren, ohne dass ein Space-Doc da ist. Da ist aus dem Spiel zu Pflanzenrasse. Die können das. Achso. Okay. Wow, das heißt... Puh. Ich nehme mal dieses Leadership-Ding, ist egal. Naja, das war so klar. Dann, äh... Jetzt bin ich dran, glaube ich, oder? Mhm. Vielleicht haben wir keine Ahnung. Gegen die Uhr? Ich weiß gar nicht, wie das ausgelöst wird. Vielleicht sogar im Überzeuger-Sinn. Ich prüfe das mal. Ist ja meistens im Überzeuger-Sinn. Keine Ahnung, ob das sinnvoll ist. Ja, ich glaube, das ist schon nicht so schlecht. Ja, aber das ist halt auch geil. Ja, jetzt ist erstmal... Das macht mir Wurf ja nochmal. Clockwise, ich bin dran. Darf ich? Ja. Leg das Brüschpuster unten hin, ich lege das dann wieder drauf. Ja, also, äh, man... Ich muss gerade überlegen, ob ich die 7 nehme oder die 6? Nee, du bist gar nicht dran, das wird die Uhrzeige-Sinn. Wenn du früher dran sein willst, musst du den Speaker nehmen. Die Uhrzeige-Sinn? Ja. Ja, willst du Technologie haben oder nicht? Vorhin haben wir gegen den Uhrzeige-Sinn gespielt. Ja, aber das wird immer Uhrzeige-Sinn ausgesucht. Okay. Also, dann hast du theoretisch noch Dings zur Auswahl. Ja. Technology. Die 7. Bei mir. Also, die ist schon ganz cool, ne? Das kostet 4, ich glaube, ich nehme tatsächlich... Also, möchte jemand sehr knusprige Salami-Pizza? Nein, gar nicht, erst mal nicht. Das ist nicht schlecht. Oh, warte mal. Das ist das Stimme, ich habe bei sowas immer das Gefühl, mich falsch zu entscheiden. Äh, haben wir schon raus, wie man neue Karten bekommt? Was für neue Karten? Was für neue Serie des 6 ist? Gab es denn die Karten zu? Nee, ne? Habe ich nicht gesehen. Stimme, gute Frage. Welche Karten hatten wir letztes Mal nicht im Spiel mit? Äh, 8 und 7. Ne, 8 und 6. Aber da stehe es nicht drauf. Kann man die Mikrofone im Fertigkeit sehen, wie du es bei einem Pizza essen? Irgendwie. Irgendwas hatte ich gesehen mit Secrets. Hier, da, 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 8. Draw one, Secrets. Genau. Model 3, point 4, control, Megatrolrex. Hm, das könnte ich ja vielleicht diese Runde sogar machen. Was? Megatrolrex kontrollieren? Ja. Gegen was kämpft man denn da eigentlich genau? Aha, das ist eine gute Frage. Aber Theorie, da gibt es nicht irgendwas, wo man... Ähm... Ähm... Hm, wie erober ich Megatrolrex? Weil ich bin ja die krasse Oberungsrasse. Ähm... Megatrolrex. Ah, um das zu landen muss man 6 Einfluss ausgeben. Nochmal. 6 Einfluss muss man ausgeben, um das zu landen. Man kann nicht einfach so Ground Force Lens schicken, man muss 6 Einfluss spenden und dann landet man da. Äh, stimmt. Ist ja auch logisch, äh, mit dem Symbol auf dem Token. hinlege, kann ich aber keine Einheit, die sich langsamer bewegen kann, halt nur einen Schritt in die Richtung bewegen. Na, hm, hm, muss da auch schon mal liegen. Hm. Ähm, gut, dann muss ich mich erinnern, aber das ist ja, ähm... Boah, das ist aufregend. Ein Cycle Objective ist schon ganz geil, ne? Könnte ziemlich gut sein. Und ich meine, man kriegt eine Ressource dafür, wenn man es sich nimmt. Ist denn jetzt eigentlich schon die Strategy Phase? Ja. Wir suchen gerade aus. Dann kriege ich zweitermann Kroo. What? Gut, dass meine Action Cuts nicht so sinnvoll sind. Hm, nice. Das ist ganz schön mächtig, ich weiß sowas. Nein! Was? Oh, mega fail. Leg die mal andersrum hin. Was? Du hast die alle mit der Fleet Seite nach oben. Die Token, oder? Ach so, ja, ja. Super. Oh, fuck. Der habe Fehler gemacht. Und das in Runde 2. Ähm. Hm. Gerade dachte ich noch so, die Action Cuts, die gehen so und dann sehe ich das. Kann mir mal jemand dir das nochmal genau erklären? Also ich habe ein aktiviertes System, da darf ich mir den Command Token nehmen. Genau. Und tu den in meinen... Nee. Du tust den raus und nimmst den neuen in deinen Token. Genau. Und dann? Kannst du die Dinger neu verteilen. Ja, okay. Das ist ganz nett. Was kannst du neu verteilen? Ach so, die Command Token. Bei Warfare, ne? Ja. Das sind vor allen Dingen nachher, wenn man mehr Systeme auch benutzen will. Also wenn man mehr machen kann, aber die Systeme nicht so oft benutzen kann. Ich nehme... Oh, das ist so verlockend. Ich will jetzt wie das Beaker-In. Construction. Vielleicht. Ja, ich will Construction. Wie viele Dinge hat man... Wofür ist das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Eine Einheit. Ja, aber was für eine? Ich weiß es nicht. Vielleicht ein abgegradetes Space Dog? Gibt es auch zweimal. Ich habe das auch in Anleitung nirgendwo gefunden. Sieht nicht wirklich aus wie ein Space Dog. Es gibt doch nur drei Space Dogs. Was ist denn überhaupt die War Sun? Das ist das da drunter. Das ist ein Todesstern. Ja. Nee, also ich meine... Das ist das hier, ne? Nein. Nee, das ist das hier. Das ist die War Sun. Ja, und das andere? Tja, ist echt gut eine Frage. Was ist das jetzt? Keine Ahnung. Dazu braucht man drei Kriegstechnologien. Also Replenish Commodities bedeutet, das wird immer nur auf das aufgefüllt, was man da zu stehen hat, ne? Also wenn du die noch hast, ist es nicht so günstig. So hätte man die abgewählt. Aha, die War Sun besteht jetzt aus zwei Teilen, welche zusammengesteckt werden. Ah! Ja, aber die steht eigentlich so halb, fast besser, oder? Also kann man einfach zwei War Suns bauen. Geil! Äh, ich möchte es nicht kaputt machen. Was ist denn da? Ja, das ist richtig. Oh ja, ab da. Das ist auch ein Upgrade gegenüber der ersten Version. Also dann steht das so. Vor allen Dingen bau die War Suns mal direkt in das Wurmloch, damit das direkt bei ihm ist. Ba-bam. Tod. Also meine War Suns schlägt diese Runde. Also nächste Runde, weil ich brauche jetzt noch das Geld dafür. Du brauchst erstmal noch zwei Technologien. Du musst erstmal die Technologie haben. Ja, die habe ich diese Runde. Echt? Ich ignoriere eine Voraussetzung, man braucht das hier, ich habe das, ich habe das, ich habe das, und einen kann ich ignorieren. Du hast das, du hast das, du hast das. Du hast einen roten, du brauchst noch einen roten, um es zu machen, und einen gelben hast du. Aber das sind ja nicht die grünen. Oh, scheiße, ich habe mir das. Okay, dann mache ich das über nächste Runde. Ja, ja, also das wäre ja Runde 2. Du kannst das trotzdem, nee, das ist auch, wenn du Tekken machst, du brauchst also zweimal Tekken. Das heißt, wenn du Technologie genommen hättest, ginge das. Was hat das überhaupt für Werte, das Ding? War Suns 2 Würfel auf 3+, oder 3 Würfel auf 3+, glaube ich, die sind schon mächtig. Ja. Die will man haben. Ich habe das. Hier ist ein kleiner, was ist das schon aus? Bombardment, was bedeutet das? Ja, das musst du doch erstmal machen, oder nicht? Ja, stimmt. Was ist denn ein Planetary Shield? Achso, ja genau, Kalius wäre dran. Was ist denn ein Planetary Shield? Ach, das bedeutet, was bedeutet Planetary Shield? Dass du da nicht bombardieren kannst, doch. Achso, das Ding kann das ignorieren? Ja. Genau, es kann keine Bombardement-Ability gegen den Planeten geben. Aber es ist halt gefühlt genauso schnell tot wie andere große Sachen. Halt zwei Hitpoints. Ja, sie hat ja auch Capacity, also du kannst ja auch Fighter mitnehmen. Du willst halt eine Frotte haben, du kriegst einen Tod ständig irgendwo alleine hin. Ich meine, auch deiner ist auch noch gut, aber du willst halt schon so eine kleine... Da kann man ja schon drumherum arbeiten, ne? Kann man, kosten ist halt, wie bei jedem guten Eurogame, brauchst du Planung. War das das hier? Ne, ich weiß gar nicht mehr, welche Technologie das war. Ah, wo Technologie, ich kann schon mal ein bisschen planen. Okay. Kalius, ich muss mal ganz kurz diese Technologie suchen. Ne, such erstmal Strategie kann das. Ja. So. Brauch ewig und fäng dann an zu hetzen, wenn er nicht mehr damit spielt. Wir warten auf dich. Wir warten schon seit mindestens mehr als fünf Minuten auf dich. Werde ich erzählen. So, ich hab da ein Grün gemacht, weil ich in Grün das haben wollte, was ich habe. Ich rätsel immer noch, warum du Trade als erstes genommen hast. Weil ich Güter haben will, um krasse Sachen zu produzieren, um euch alle Platz zu machen. So wie die ganzen Action-Cards. Interessanterweise unterscheidet sich Warfare dann ja schon so ein bisschen. Ihr könnt damit einmal, äh, auch einmal produzieren und halt in der anderen Folge mitmachen. Ich nehme das mal. Verdammt. Holla, wie weit gibt's hier geile Tracks? Nein, die sind nur Asch-Teuer. Ja, geht. Ja, für dich, der einen ignoriert, ist das auch eigentlich eine Tech, die man holt? Was? Einen ignorieren? Nee, das ist meine Spezialfähigkeit. Ich glaube, du bist im Band. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Doch, ich hab das Spiel jetzt schon durchanalysiert und hab festgestellt, dass... Corona gewinnt. ...die beste Fraktion im Spiel. Ja, hier gibt noch ein paar andere. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Spiel ist, in dem sie sehr gut ist. Ja. Außer, dass sie vielleicht nicht so gerne kämpft. Das könnte ihr dann... Wenn Corinna kämpfen muss, dann kämpft Corinna. Manchmal ist die Zeit der Fehler. Das hat ja damit Würfeln zu tun, das kommt ja auch noch dazu. Ja, das ist halt nicht so, hier ist das, aber man kann ja auch ohne Kämpfen gewinnen. Man kann das Spiel gewinnen, ohne einen Kampf zu machen. Wann, wenn die andere dich nur holen? In der Statusphase, in der Statusphase, bei Score Objectives. Da muss es erfüllt haben. Wenn du es irgendwann vorhin darunterfüllt hast, ist Pech. Du musst es da erfüllt haben. Außer du holst die... Oh, Imperial. Ja. Okay. Habe ich eigentlich was davon, wenn ich es gucke? Ich habe einfach nur... Exit Dispick eigentlich automatisch? Nein. Ja, dann... Ich meine, irgendwann muss ich es ja... Ich will auch mal... Und offensichtlich gibt es auch geile Action Cards. Ja, vielleicht... Imperial gibt Geld, dann. Imperial kriege ich vor allem noch als Segal Objectives, das ist gar nicht so schlecht. Ja, und eine Ressource. Ja, das ist voll nice. Und ich kann irgendwas machen. Irgendwas haben wir gehen. Controls 3, Planets that have technology. Da bin ich noch ein bisschen... Da habe ich 0, oder? Ja. Oh, Mann. Ähm... Ich nehme tatsächlich mal... Das ist irgendwie nicht so geil. Ach, Quack. Ich bin noch gar nicht dran. Du bist doch heiß dran, oder nicht? Stimmt. Oder? Was hast du gesagt? Ähm... Oh, vielleicht möchte ich das. Scheiße, warum habe ich das gesagt? Ich sehe schon kaum eine nächste Runde mit Imperial genommen, weil er gleich... Weil er wert ist. Genau, das sind die Siegpunkte, die rote Leipste. Wer zuerst 10 hat, hat gewonnen. Ja, dann kommt doch Imperial jetzt... Tolle Wurst, ey. Ich nehme schon noch zwei Geld. Ja, das Ziel, wenn wir sowas noch brauchen jetzt. Warum zwei Geld? Naja, die, die liegen bleiben, kriegen ja Geld drauf. Achso, ja. Construction wäre auch noch offen. Na eben. Das überliegt mir halt auch gerade. Kannst du hier noch weiter. Nimmst du Construction wieder? Ja, was soll ich machen? Einen Speaker nehmen. Ah, einen Speaker nehmen. Hätte ich gerne. Hätte ich in der Tat gerne. Beziehungsweise, ich hatte ihn eigentlich schon genommen. So, ich fange an. Das ist die 1, 2... Jetzt spielen wir Video. Dann... Ich muss hier... Ich bin gegenüber. Ihr könnt übrigens die beiden noch wieder haben, ne? Hier. 1. Du hast aber die 2. Hä? Ich habe die 4. Oh, die 2 ist über. Ah, hier. Was ist da schon... Was ist da mit? Das sind die, die ihr auf das System gelegt hattet. Die kommen wieder runter. Oh, ja. Verdammt, habe ich übersehen. Die 2 ist... Ja, alles gut, alles gut. Ja, ja. Das hat mich gerade schon gewöhnt. Okay, dann fangen wir mal an. Fangen wir mal hier an. Die Frage ist, wann kommt es zum ersten Kampf? Ich glaube, wir können Wetten abschließen. Die Frage ist, wann greife ich von euch an. Tja. Ah, gute Frage. Die Tech-Karte oder was guckst du dir an? Ne, meine Aktionskarte. Achso. Was? Also, ich habe meine gesehen und mir so gedacht. So. Gut, du bist dran. Ach ja, ich kriege welche Planeten sind das? Guck mal. Es kommt nicht zum Kampf, wenn ich, äh... Ach, das sind die, die da nichts drauf ist, ne? Genau. Ich wette, dass das nachher so aussehen wird, ich habe die Planeten besetzt und dann, da ich dann irgendwie keine Armee habe oder was auch immer, dann werden die einfach alle mehr oder weniger gekauft, das abgeknockt, dann aktiviere ich erst mal, glaube ich, die Politik. Do the player, aber dann the speaker. Ja, mit da. Give me the speaker token, danke. Gibt es dir wahrscheinlich auch selbst. Ähm, the player games is draw to action cards, dass wenn ich das so aus eigentlich hinauslaute. Und jetzt guck ich mir nämlich mal an, was du da so hingelegt hast. Und wir können was ausgeben? Ihr könnt, äh, einen, ähm, Token ausgeben, um zwei Action Cards zu ziehen. Zwei Strategie, ein Strategie-Token? Mhm. Darf ich mich fragen, was, 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 was ist dann noch, was gibt's noch unten bei dir? Also, spend one token from your strategy pool to replenish Commodities. Mhm. Ich krieg ja noch ein paar Token im Laufe dieser Runde, das passt schon. Mhm. Aha. Das ist auch nicht, das klingt auch nicht irgendwie großartig spannend. Und was hast du unten nochmal? Wo unten? Bei den Secondary Abilities. Wenn du drei Einfluss, für je drei Einfluss, die du ausgibst, kriegst du ein Command Token. Ja. Und wenn du ein Strategy Token ausgibst, kannst du eins deiner Space Dogs produzieren lassen. In your home system. One of your Space Dogs in your home system. Dann, ähm, gib mir mal auch zwei Karten. So, halb geguckt hier. Oh, kleine Schrift. Hm. Alter. Hast du da gar nicht mal so schlecht. Okay, die brauche ich irgendwann, oder schmeiße ich einfach irgendwann weg? Pfff. Aber das über eine Agenda-Abstimmung tust du? In der Statue, in der Agenda-Phase. Die ist nach der Statusphase. Also ginge das nicht? Nein. Soweit ich weiß nicht. Bin ich dran? Ne. Ich hab das gemacht. Ich hab das auch heute gemacht, ne? Ich hab nichts gemacht. Hast du was gemacht? Aktionskarten bezogen hast du nicht? Achso, ja. Ja, dann bist du dran, ja. Okay. Gute Frage. Kann ich die auch für Geld verkaufen, die Aktionskarten? Ich hab das Gefühl, ich brauche ein paar. Wenn ich das System aktiviere und die Schiffe dahin ziehe, und dann das System aktiviere, kannst die von da dauern. Dann kannst du auch beim Aktivieren-System nichts rein und nichts rausbewegen. Okay, ja. Deswegen, du musst erst weiter wegfliegen, um dann nach hinten zu fliegen, wenn du ein beides willst. Ja, man braucht definitiv mal ein Movement. Aber man kann durch eins durchfliegen, das aktiviert ist. Mit Sicherheit. Weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt hier hinlege und da hochgehe mit welchen, kann ich bestimmt mit denen nach da fliegen. Ja, klar. Das wäre komisch, wenn nicht. Also ich meine theoretisch auch da lang, aber angenommen, das wäre auch stark aktiviert gewesen. Ja, ja. Kultur war das Blaue. Kultur ist das Blaue. Also Influence ist das Blaue. Ne, das hier ist Kultur, oder? Achso. Ja, keine Ahnung. Achso. Ja, genau. Das habe ich auch noch nicht so wieder. Ja, Blau ist Kultur. Irgendwann vergessen hat geraten. Du bist da jetzt mal so reingeflohen, ja? Ja. Der nähert sich da so ein geiles System. Also das da oben finde ich echt richtig geil. Ich hätte gerne ein Wohnloch dahinter, oder? Oh, habe ich auch. Wie heißt das Ding nochmal? Das ist, äh... Salvador? Salvador. Saurdor. Saurdor. Stimmt. Hab ich. Hm. Wenn Wahnsinn wird, werden die Sondierungen platzen lassen. Gucken. Bitte? Wenn gewählt wird, ich lasse die Sondierungen platzen, wird nicht gewählt. Äh, klar. Haben die falschen Farben für Jamaika. Ja. Ähm, bin ich schon wieder dran? Gott. Furchtbar. Ähm, dann aktiviere ich mal Leadership, dann kriege ich drei Command Token. Wollt ihr auch noch einen Strategy Token ausgeben? Äh, ne, wollt ihr Influence ausgeben für Command Token? Ja. Drei Stück musst du für einen ausgeben. Dann gebe ich die vier hier aus. Dann kriege ich einen. Also ich nehme das auch auf jeden Fall. Ja, Ben, bist du schon wieder dran? Ja, wir haben ein Geister Schiff. Place one destroyer from your reinforcements. Destroyer. Die kleinen süßen. Schnupsis. And place it in a system, in a non-home system that contains a warm hole and does not contain another player's ship. Das ist ein was? Ein Ghost Ship. Also geht als? Das ist ein Destroyer. Okay. Er hat einfach ein Schiff kostenlos bekommen. Genau. Ich muss die noch mal durchlesen, vielleicht habe ich überlesen, wo die gut sind. Also meine sind alle geil. Ich habe einen, wo ich denke, hm, vielleicht später. Ja, ich habe eins, was bäh ist. Also das hier ist so, kann bestimmt mal nützlich werden. Cool. Okay, wer ist dran? Du hast das gemacht? Ja. Das ist nur, wenn ich sowieso schon noch verlieren bin. Das ist ganz komisch. Vielleicht hast du gerade die Schlechten gezogen. Das würde ich dir zutrauen. Ach, das wäre gut für uns. Ja. Ne, bei K ist das Standard. Das ist nicht schlecht. Ah. Ich sammle einfach noch so ein paar davon. 7 ist Maximum, ne? Aktionskarten, ja. Echt? Ja. Kann ja auch welche verkaufen, falls du welche haben willst. Nee. Schenk, ja. Du hast alle gesagt, dass sie alle scheiße sind. Warum sollte ich die da? Nee. Du hast ja eine Scheiße. Du könntest dir das ja vorher angucken. Vielleicht findest du die gut. Who knows. Für dich könnte es tatsächlich, die eine würde dir gefallen, weil sie einfach noch mehr verstecken würde. Ja? Ich finde, du bist, glaube ich... Du hast das dran gemacht? Ich habe nur meine erste Runde gemacht. Und dann warst... Weil er... Ich war schon das zweite Mal dran. Wenn ich bin da, dann bist du dran. Ja, dann bist du dran. Ach, nee. Dann sag das doch mal. Wir haben die ganze Zeit gesagt, Karl ist dran. Ja. Eigentlich stimmt das auch manchmal. Das ist nicht wahr. Jetzt stimmt das. Dann... Bewege ich meine... Das sind viel größere Schiffe. Sorry. Das geht nicht. Das ist in der Tat korrekt. Hm. Keine Fighter dabei. Der Destroyer kostet doch genau so viel. Also... Ja. Halb so viel. Ja, genau. Halb so viel. Ja. Trifft dafür schlechter? Nee, genau. Nee, aber trifft gegen Fighter. Da liegt das richtig deutlich. Anti-Fighter... Ah, Gott. Barrage. Bedeutet das, dass er automatisch zwei Fighter abschießt? Ja, er kann vorher einmal gegen die Fighter schießen. Also. Aber da steht sogar in Klammern zweimal hinter. Ah. Ah, deswegen hast du das mit dem Messerschiff gemacht. Ich verstehe. Wir wollen ja mal einen Kampf sehen. Das ist so eine kleine Schirmütze, das nehme ich nicht ernst. Ja, ich glaube, er... Also er will wahrscheinlich gewinnen und dann hat er das System auch gleich. Ich weiß. Mal gucken, wo man das gewinnt. Na ja, der ist ein bisschen besser, der Pursa. So ein bisschen wahrscheinlich. Boah, bin ich schon wieder dran. Der Pursa ist besser als... Nein, als mein Destroyer. Achso. Was kostet denn so ein Destroyer-Update? Boah. 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 Stimmt, wo sind denn eigentlich die... Die Schiffkarten muss ich immer raus sortieren. Wo waren die nochmal, die Schiffkarten? Äh, das sind die... Also irgendwo da drin. Die haben so ein auffallendes Abbrot. Ah. Ja, in der Tat. Ich hab's einfach durch die zwei hereingesortiert. Ah, bei den Schiffen steht übrigens oben auch immer unter dem Namen irgendeine Technologie, die Voraussetzung ist. Man muss also nicht einfach irgendwelche haben, sondern man muss die Technologie auch zwingend als Voraussetzung haben. So, dann krieg ich die nächsten zwei Planeten. Zwei. Achso, ja. Centauri und Graal. Ben, du bist übrigens dran. Ich mach auch übrigens noch so... Okay, was für Schiff muss ich wo stehen lassen? Ich hab's auch noch nicht so drauf. Graal. Was weiß ich? Abyz. Abyz. Guck mal. So, und jetzt zählt das... Jetzt hab ich quasi zwei dieser blauen Symbole, ne? Was ist nochmal das hier für eine Technologieart? Das gibt ja... Blau. Das ist, äh... Mir sind die Kategorien noch nicht ganz klar. Der... Blau halt, ne? Äh... Propel, also blau ist Propulsion, blau ist... rotes Warfare und grünes Biotic. Blau ist Warfare. Mhm. Nein, blau ist Propulsion. Rotes Warfare. Okay, rotes Warfare. Das gibt's ja nur so... Dann... Hm, ich hätte mal mehr nach Taktik schieben sollen. Oh, Fleet Logistics, hast du die schon gelesen? During each of your turns of the action phase, you may perform two actions instead of one. Es gibt extrem krasse Technologien. Ja. 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 Ich flieg mal da hin... Hm... Hm... Nicht... Hm... Ravage Drive. Gar nicht so leicht. Gar nicht so leicht. Was machst du? Ich flieg mal hier hin mit dem... Und nehm mal... Macht das Sinn, sein Heimatsystem irgendwie Verteidigung drin zu lassen? Wie schnell können Spieler plötzlich da auftauchen? Okay, du kannst hier hin, das dauert schon ein bisschen. Sonst kannst du auch immer noch wieder bauen. Okay, dann... Oh, ich hoffe ich kann noch eine ganze Menge bauen. Dann bin ich auch durch. Okay. Da bin ich schon dran. Verdammte Angst. Wenn ich das System aktiviere, um da zu produzieren, kann ich den dann mal eigentlich auch reinziehen? Also ich meine... Dann eigentlich schon. Ja, kannst du ja. Du machst die Schritte alle in der Reihenfolge. Ach so, wenn man das System aktiviert, kann man sowohl als auch machen? Ja. Ah, okay. Ich dachte, du kannst dann immer nur produzieren oder reinziehen. Nein, du kannst alles machen, was bei Technik ja erst schon stehen ändert. Dann würde ich das nämlich machen. Dann nehme ich dieses Löffel Schiff hier raus. Oh Gott, da muss ich mir voll überlegen, welche Reihenfolge man das macht. Da wäre jetzt auch die Frage, ob ich vielleicht hätte produzieren sollen, bevor ich bewege... Schwierig. Das kostet ja auch die blöden Bewegungstoken. Produziere ich... Na, außer man hat halt das Ding, oder nicht? Das was? Warfare lässt sich eins zurücknehmen. Ja, schon ganz nett. Das ist halt eine mehr machen ohne einen Token quasi. Eben, eben. Die Frage ist, was für mich alles geil ist. Das ist ja jetzt... Ich habe ja hier Resources ohne Ende. Hm. Ob da irgendwie... Kannst du doch warten, wenn ich Warfare mache. 4 Strangely Token. Jemand hat... Früher und Partien gemerkt, dass er leichter Strangely Token braucht. Den kannst du nicht bauen, oder? Den kannst du einfach bauen. Geil. Da kommt jetzt einfach mal so ein fettes Flagship. Einfach so was geiles. Das kann man einfach so bauen? Wenn du... Ja. Ich will mir auch einfach mal über ein Minus runterstehen, bei dir wahrscheinlich über ein Plus, ne? Hm. Wo stehe ich bei dem Plus drunter? Ich muss erstmal rechnen, was ich alles bauen will. Ja. Also... Es kommt übrigens auch noch eine andere Production Phase, ne? Eventuell. Ja. Ja, ich weiß. Aber deswegen will ich das ja auch noch frei haben. Deswegen hängst du das Schiff daraus. Hm. Ja. Ach so, um mehr Platz zu haben, um eine Dreierflotte reinstellen zu können. Korrekt. Also da wusste ich noch nicht, dass ich dieses große Schiff baue. Korrekt. Lohnt sich das? Es kann auch zweimal schießen, irgendwie, ne? Ne. Was bedeutet das, wenn daneben so ein Explosionssymbol ist? Bei dir auch, neben dem Flaggenschiff? Wegen der Kampfstärke? Zwei Würfel. Zwei Würfel. Also schießt es zweimal quasi. Mit zwei Würfeln, ja. Hm. Ein Fighter zählt als ein Einheitenlimit, ne? Ja. Also kann ich jetzt hier das Flaggschiff noch einbauen und zwei Fighter? Weil du gesagt hast, man kann hier mit jeder Starbase irgendwie drei Fighter-Dings irgendwie sowas haben. Da liegt ein Symbol drin. Ich glaube, den kannst du nicht produzieren. Das habe ich dafür reingelegt. Ach so, das hast du dafür reingelegt. Ja, weil das eben so... Nein, das Fliegel ist ja gerade drei. Und du kannst da drei große Schiffe drin haben. Und der kann dazu letztlich noch drei... Also erstmal kommt das da rein. So. Das ist bezahlt. Also die Fighter sind ja auch... Das sind Flaggschiff-Fighter in der Kapastrophe von drei. Das heißt, das allein kann schon drei Fighter halten. Sollten hier keine großen Schiffe mehr drin sein, dann kannst du normal keine Fighter drin haben. Außer du hast einen Space-Dog drin. Der Space-Dog kann drei Fighter halten. Ich meine, zählt das zu diesem Einheit... Zu dem Fleet-Limit? Sighter. Nein. Hat keiner gesehen. Gut. Außer du hast die Technologie, dass die Fighter alleine fliegen können, weil die so ein Hyperraumantrieberäume haben. Dann ja. Das sieht doch alles gleich aus. Nee, eigentlich nicht. Ich hatte auch... Weißt du... Hast du einen Dreadnought gebaut? Ja. In der ersten Runde. Ja. Natürlich. Aber ich hatte außerdem das Flaggschiff da vielleicht hingestellt, das wäre vielleicht früher oder später noch aufgefallen. Zwei. Nee. Also das Spiel an sich geht auch eigentlich relativ flott. Du hast nur noch eine Entscheidung, also bei den Strategiekarten. Das dauert dann nämlich lang, weil der überlegt, was er nimmt, weil die alle geil sind. So sieht das nämlich aus. Okay. Aber Karl, du hast schon die Idee, was du machen möchtest? Ach, bin ich doch wieder dran? Ja, du brauchst noch, aber das ist ja... Ähm... Du hast jetzt drei Einheiten gebaut, ne? Ja. Und ein Cruiser. Ich glaube, ich produziere jetzt erstmal... Wie viel habe ich eigentlich zum Produzieren? Zwei, drei, also vier, sechs, sieben und vier Werte-Technologie-Dings. Da brauchen wir vier Ressourcen und einen Strategy-Token. Mhm. Vier Ressourcen und einen Strategy-Token. Okay, dann soll ich die da erstmal noch liegen lassen. Was brauche ich, um das Trading-Ding auszulösen? Einen Strategy-Dings? Einen Strategy, ja. Ja, genau. Perfekt. Alles gut. Läuft. Das kostet acht. Das kann ich mir gar nicht leisten. Trotz all dieser Planeten. Die putzen gar nicht so viel. An Rhys ist raus. An diese Dinger hier. Wie heißen diese... Prequisites. Also das sind aber die Technologie-Trains. Ja, da kommt man halt extrem scheiße dran. Finde ich. Ich geh... ... ... ... ... ... Abwechslung. Ah, das ist wieder gut. Ach, das ist wieder gut. Also, das ist wieder gut. Ach, das ist wieder gut. Hab ich Tischo? Denken wir euch eine Technologie, die XRD-Transporters heißt, sonst habe ich Blödsinn erzählt. Ich dachte, das wären Technologien, die man braucht als Voraussetzung, weil es früher solche Technologien gab, die so hießen, aber ich habe die Technologie nicht. Vielleicht ist das einfach der Satz für diese Technologie. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bist du dran. Das sind eigentlich meine Race-Tex, die soll ich auf Rechner bauen. Ich habe den Sport-Drive als Race-Tag. Oh stimmt, die habe ich auch wieder gesehen. Das ist nett. Was macht der? Wenn ich ein System aktiviere, dann sind alle anderen Systeme, die mir gehören, benachbart zu dem System. Das heißt, du kannst sofort überall inspringen. Also angenommen, du aktivierst dieses System, wenn der Planet gehört, kannst halt deine Armee pfff. Ja. Aber ich muss die Karte exhausten, sonst kann ich nur eine Runde machen. Ja, könnte reißen. Du kriegst auf jeden Fall Gechatter. Hast du jetzt eigentlich schon gemacht? Ne, ich habe mir noch mal eine überlegen. Ja, ich bin auch noch ein überlegen, das ist echt schwierig. Und ich glaube, ich mache einfach mal Trade, weil das hat man, oder ich mache vielleicht eine Aktionskarte. Ähm, was sind denn meine Racial-Things geblieben? Hm. Ja, schlecht. Technologie hat auch Werttechnologie, du hast Technologie. Ja, Technologie, ja. Das ist halt, das ist günstiger, als diese zweite Technologie auszulösen. Also das finde ich ist halt... Aber du kriegst ja, du kannst zwar mit Hackenbrunnen, ne? Ja, ja. Jetzt einfach free und dann nochmal. Naja, aber du gibst da keinen Strategy-Token aus, ne? Du gibst zwar zwei Ressourcen mehr aus, aber du gibst dem Token weniger aus. Ich glaube, das ist quasi so. Ja. Ich habe auch gerade überlegt, ob es wirklich so intelligent war, dieses mega fette Schiffchen zu bauen. Ich aktiviere mal das Ding hier. Und fliege hier... Ist auf jeden Fall bedrohlich. Sieht einfach geil aus. Und es gibt mir all meinen Schiffen, die da mitfliegen, plus eins. Ja, meins... Da kann ich, wenn ich... Oh, das Schiff ist da, ne? Impressive. Wenn ich... In einem Kampf kann ich zu irgendeinem Würfel ein plus eins hinzufügen, wenn ich dafür Trade Goods ausgebe. Und ich habe noch nicht so richtig raus, wie ich viel mehr Trade Goods mache als andere Leute, weil irgendwie... Irgendwie mache ich das nicht. Ja, du musst halt mit mehr Leuten traden, ne? Der hat ja nie Commodities. Was soll ich mit dem traden? Soll ich zu ihm sagen, hier, ich gebe dir was, du küsst mir nichts? Jetzt, jetzt mach das. Schauen wir mal. Ähm... Lodor. Ähm... Ich bin durch. Ähm... Jo. Dann... Gibt so viel zu tun. Hier Tags, die Aktionskarten, da Planen, hier Tags, da Planeten. Ja. Ist das Wahnsinn, oder? Ich bin mir gerade verrückt, ich will's einfach. Ich mach Construction. Och geil. Dann könnt ihr gleich alle wieder mit überlegen. Was ist das, wo ich einen Stardock oder PWS irgendwo hinsetzen kann? Genau, für einen Strategy Token und... Genau. Aber dann kann ich da drüben nicht mehr... Ach nee, 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 nee... Ach, warum hab ich das eigentlich jetzt genommen? Ich... Ich würde am liebsten, dass hier Schluss ist für euch. Und dann wärst es mir egal. Ach, ne Planeten City Control? Scheiße, ich den Planeten nicht kontrolliere. Dann kann ich aber ich... Wann werden Secret Dinger nochmal ausgefertigt? In der... Ich glaube, das ist... Kann man mehr Docs bauen, als man hat? Äh, dann nimmst du eins vom Feld und baust es woanders hin. Ah, okay. Ich baue mal das hier hin und gebe dafür den... Ja, ich... Ja, also ich meine, irgendwann muss ich das eh machen, ne? Aber... Ach so, ja, jetzt können wir überlegen, ob wir auch was bauen, ne? Ja. Also ob du einen PDS oder einen Space Talk, ne? Ja. Für einen Token. Nicht wieder aus dem Pool nehmen. Für einen Strategy Token, ne? Wie viele Space Talks hat man? Man hat nur drei Space Talks, ne? Drei. Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen, dass du das extra... Also zweimal Construction genutzt und dann... Dann weg. Ja, ganz schnell. Aber ich gucke mal, ob man die überhaupt wirklich umsetzen darf. Vielleicht darf man das ganz. Das wäre ein bisschen doof. Dann würde ich das jetzt auch überlegen. Aber ich gehe mal raus, dass ich mir das darf. Ähm... Space Talks. Ja, wenn ich da nur einen Space Talk habe... Dann... Hier steht nicht, dass man das nicht darf. Ich prüfe mal über Instruction. Egal. Ja. Kann man einfach woanders wegnehmen und dann da neu hinbauen. Okay. Aber ich... Ich überlege, ob ich da einfach zwei Kanonen hinsetze. Oh. Das ist nur ein kleiner Destroyer, der macht nichts. Ja, aber... Was nutzt mir das Stardock da? Das ist halt mein... Nicht so viel... Naja, zwei, zwei. Steht an der Front. Ja, ich kann halt... Vier bauen, ja. Du kannst streng genommen... Vier, fünf... Ja, dann baust du das halt. Du kannst insgesamt schon ein ganz wenige Schiffe bauen. Ich kann so viele Schiffe bauen, dass das... Also... So viele Ressourcen kann ich gar nicht... Ach, wo bauen? Ich habe gar keine Ressourcen mehr, um zu... Ja. Ja, genau. Mir sind auch diese Ressourcen ausgegangen. Ach, wir readyen gar keine... Planeten, weil das draußen liegt. Hm. Schön. Dann... Bist du dran. Das war nochmal bei Trade Secondary, da kriege ich... Da replenischt sich das. Ja. Ja. Du hast auch immer noch keine. Hm. Dann schon. Können wir dann bevor... Also nachdem du die Primary, können wir ja erstmal handeln und dann können wir die Secondary machen, ne? Weil sonst lohnt sich das ja nicht. Kann man das zwischendurch machen oder muss man das in einem Satz handeln? Das ist eine gute Frage. Ähm... Das ähm... Das wäre jetzt relevant. Weil sonst könnte er... Ich hab halt immer noch... Ich weiß noch nicht genau, die sollen ja theoretisch mehr Geld machen können, aber ich sehe es noch nicht so richtig. Vielleicht werden die richtig gut mit 4 Spielern, wenn man halt immer alles loswerden kann. Ja. Also ich meine, im Moment hab halt jetzt nur ich, wenn wir jetzt mal was bekommen, ne? Mhm. Wie viel muss man ausgeben? 4 Ressourcen. Anytime. Even during a combat. Aber 4 Ressourcen bedeutet das... Also da steht ja nicht Trade Goods, das heißt ich kann auch zum Beispiel 4 Influence ausgeben. Wo steht das? Hier steht ja 4 Ressourcen. Also es ist immer nur das Gelbe. Genau. Alles das Gelbe ist. Warum liegt das dann bei Trade Goods hin? Weil das da korrekt liegt. Ja, warum heißt das dann nicht auch auf der Karte Trade Goods? Das ist ja dann... Ja, das sind ja Ressourcen. Ressourcen sind ja alles möglich, ja. Von allen Planeten, die du umdrehen kannst und die... Money Tokens dann. Die Sachen, ja. Ressourcen. The resources represent the material value in the industry. Many game effects such as... Ja, Ressourcen ist kein Influencer. Ist einfach das Gelbe auf Karten, ja? Ja, ja. Immer, immer das Gelbe. Gelbe ist Gelbe. Ich kann es hier reinköpfen. The planet's resources are the leftmost value that is surrounded by a yellow border on the planet's systems time and planet card. Schade, dass keiner Trade genommen hat, diese... Äh, Diplomacy. Was wir machen können. Achso, bei den... Stimmt, bei den Objectives steht drauf, in welcher Phase man die erfüllen kann. Manche kann man auch nicht in der Statusphase erfüllen, sondern zwischendurch. Genau. Ich hoffe, ich habe vergessen, was ich dazu liegen habe. Also auf eine 1,35 mal 1 Meter Platte passt der Plan immer drauf. Die Frage ist nur, ob der Rest bei 6 Spielern noch drauf passt. Da würde ich ehrlich sagen, dass Frage zu zweifeln. Wir haben schon mal 6 gespielt, das ging. Das Spiel? Ja, ja. Aber da gab es auch nur das Brett, da hatte man das nicht daneben. Aber das kann man ja zu Not auch so... Ja, Theorie, aber das ist schon eine... Also zumindest nicht in der ersten... Wenn man das erste Mal spielt. Also später... Weil viele... Also die Hälfte der Fragen, die man stellt, wenn man wieder mal drauf proben würde, würden sie da beantwortet sein. Sicherlich, ja. Ja, deswegen ist es ja auch da drauf, ne? Das ist einfach so. Und aber gut gemacht, dass man es zu Not einfach so... Wupp! Schön. Ja, nur das... Haben wir jetzt noch... Was war noch mal auf der Rückseite? Ich hab 3-3, das werden wir gleich merken. Ähm... So. Da konnten nicht alle Schiffe drin sein. Genau, wir müssen ja hier bei ihm aufpassen, ne? Ja. Hast du schon wieder was auf dem Pool rausgenommen? Ich glaube, ja. Ich hab Warfare ausgelöst. Also wenn... Du könnt jetzt... Ein Token aus dem Strategy Pool ausgeben, um Produktion zu nutzen? Im Heimatsystem? Ne, wirklich. Das war die... Sperrt jetzt. Willst du ein Strategy Token ausgeben, um ein Produkt zu produzieren? Was wie wo? Spend 1 Token from your Strategy Pool to use the production ability of one of your Space Dogs in your Home System. In my Home System? Hast du überhaupt noch... Ja, doch. Nein, möchte ich nicht. Dann war das das. Dann bist du dran. Dann... Geht das eigentlich auch noch, wenn das Home System schon aktiviert war? Ja, weil das steht da drauf, das überschreibt das dann. Ja. Dann aktiviere ich alle... Ähm... Ready each cultural planetary controller. Macht das Sinn? Weißt du das? Sechstus, was mir macht Sinn. Ich kann alle meine kulturellen Planeten wieder... ...refreschen. What? Das war meine Aktion. Danke. Hier ist das schon im Spiel, ne? Das ist korrekt. Ich muss mir die nochmal durchdrechnen. Ich finde meine ganz gut. Mhm. Die sind leider nicht kulturell. Ähm... Was war das hier eigentlich nochmal? Achja. Äh, ja. Ich aktiviere jetzt erstmal hier die Technologie-Karte. Und schnappen wir das hier. Ja, das... Also ihr könnt euch jetzt hier wieder... Mhm. Ich mach das auch. Ich geb einen aus und... ...tacke dann... So, was hast du gemacht? Das ist ausgelöst. Okay, dann mach ich das natürlich auch. Vier Ressourcen. Also ich muss die gelben ausgeben. Und ein... ...ein... ...Strategy-Token. Und dann kann ich eine Technologie tacken. Meiner Wahl. Das finde ich gleich getankt. Bei User-Upgrades kann ich kein Ding ignorieren. Kann das sein, dass du mehr Level 1-Dinger hast als ich? Ich hab alle Level 1-Dinger schon gleich draußen. Level 1-Dinger schon. Ja. Das sind Level 1-Dinger. Die, die keine Vorsitzung haben. Die sind so... Ja. Schiffe oder was? Nein, die hier. Achso. Da wo man nichts für bezahlen muss. Hat jemand schon einen Siegpunkt? Nee, ne? Ist ja echt. Nee, noch nicht. Ja. Das ändert sich gleich. In der Tat. Aber die sind alle so geil. Das ist echt hart. Die Upgrades. Ja. Ich erhöhe mal meine Kampfkraft ein bisschen, damit die Leute mich nicht so gerne kämpfen. Wenn ich jetzt Bombardement oder Space Cannon mache, rolle ich einen zusätzlichen Würfel. Oh, ja, ja. Mein Gott. Die hier sind echt teuer. Aber geil. Gut. Dann... Bin ich schon wieder dran, oder was? Ich erforsche noch. Ja, du kannst schon mal machen. Du kannst schon mal machen. Also jetzt hat eben... Also das Ding muss ich noch warten. Zählt ein Fighter als ein... Kapazität? Ich glaube, ja. Zwei als eins. Nee, ne? Einer als eins. Mit anderen Worten, ich kann hier noch einen Fighter oder einen Planetary rein tun. Der Dreadner hat ja auch eine Kapazität, ne? Genau, einer. Von eins. Ja, und der Carry von sechs, oder? Vier. Vier. Nee, die Carry haben immer vier. Ja, dann muss man die auch erst upgraden. Also ich höre mir die E-Res Siphions, das ist so eine Race-Tag. Immer wenn irgendjemand von euch ein System aktiviert, das mir gehört, dann kriege ich vier Trade Goods. Aber du musst dafür ja Geld bezahlen. Für den ersten nicht. Also sprich, wenn wir dich angreifen, kriegst du Geld. Für den ersten nicht. Weil ich aktiviere das obere. Einen kriege ich for free und den zweiten... Was musst du? Er hat Spezialfähigkeit, er macht das Primary. Er macht Primary instead of Second. Aber dann musst du doch trotzdem die Punkte bezahlen. Ja, sechs Ressourcen musst du ausgeben. Nein, das musst du ja. Ja, hab ich ja. Ich ignoriere immer eine. Ja, aber du musst nur ein Geld bezahlen. Du musst nichts bezahlen. Du musst das nur haben. Aha, okay. Also wenn du die Null aktivierst, du kannst ja die einfach for free bauen. Da brauchst du nicht mehr so ein Planeten für. Das kannst du einfach so machen. Ja, ja, okay. Dann habe ich es die ganze Zeit falsch verstanden. Und den hier baue ich für sechs. Das heißt, ich drehe die Beine hier um. Das ist, ich kann jetzt plus eins auf alle Bewegungen. Dein Minus auf Angriff ist eigentlich total Wumpe, weil du derjenige bist, der diese Schiffe halt krass upgraden kann. Was insgesamt wahrscheinlich besser ist. Mal gucken. Darf ich mich auch wenig einhalten, weil ich alles Geld in den Text stecke. Was für eine Technologie ist das? Gravity Drive. After you activate the system, apply plus one to the move value of one of the ships. Stimmt, du hast wenig einhalten. Ah, plus ein Schiff hat nur an der Hürde. Ist egal. Ich habe alles bewegt, was ich bewegen konnte. Ne, da kann noch ein großes Schiff kann da ja noch mit rein. So, ich kann da drei haben. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob bei uns der erste Kampf stattfindet. Ich glaube, da drüben geht es gleich her. Ja, ich glaube nicht. Der Witz ist, je nachdem wer zuerst dran ist, legt da ja ein Token drauf und dann kann der andere nicht mehr reinkommen, oder? Andi, das Token gilt nur für einen selber. Ja, genau. Stimmt. Du kannst natürlich das Ding nehmen und sagen, meins erstmal für eine Runde, aber und es dann befestigen. Aber es ist ja auch egal. Du musst ja nicht campen. Du willst ja das hier. Naja. Ja. Also wenn ich vor Exspiele spiele, ich spiele die super friedlich. Also meinetwegen müssen wir nicht kämpfen. Also ich habe geforscht, als du da warst. Hast du was gemacht? Ich habe vielleicht die zweitgrößte. Ja, klar. Hast du was gemacht? Ich hatte das doch gerade bewegt. Dann warst du dran. Dann müsstest du dran sein. Er hat gerade geforscht. Er hat gerade geforscht. Dann bin ich wieder dran. Was kann ich noch machen? Dann kann ich nochmal ein Taktik legen, aber es bringt ja nichts, weil die Schiffe alle in Ordnung sind. Ich könnte nochmal produzieren. Aber ich will Trade Goods machen. Ich habe das Gefühl, es gibt nicht Trade Goods. Die gelten nicht gegen das Limit. Genau. Die gelten nur gegen das. Also, Möglichkeiten, Trade Goods zu geben. Sich gegenseitig Commodities geben, verwandelt die in Trade Goods. Richtig, ja. Und ein paar auf den Sachen, wo es draufsteht. Und sonst? Nichts. Korrekt. Aber du kannst nicht mit uns traden, weil wir noch keine haben, weil er es noch nicht ausgelöst hat. Ja. Also deswegen kannst du die drei nicht umwandeln. Also, so leid ist es halt. Genau. Ich muss auch. Lüpp nicht. Muss ja auch irgendwas noch machen. Ich glaube, dann produziere ich. Also, dass ich einfach Trade nehmen können, hättest du alle damit aufstatten können, hättest du die Hand nehmen können. Ja. Toll. Toll. Ja, aber die anderen Sachen sind ja auch nicht ganz so nütz gewesen. Du wirst es gleich sehen. Du wirst es gleich sehen. Warum? Ich, äh. Ist das genau zu weit eigentlich der Live? Der Stream war ungefähr eine Minute. Ein bisschen Looter nach dem. Und der Chat ist nochmal eine halbe Minute hinterher, weil der noch Bananas Server läuft. Bin ich da in der Runde rein? Schade. Damit auch Twitch dabei ist. Aber die Leute auf Twitch, die sind immer nur so still beobachtet. Was gibt es denn an Möglichkeiten? Tactical. Status Face. Wäre Handeln eigentlich ein... Handeln gilt doch nicht als Aktion. Handeln kannst du einfach jetzt. Das würde immer nebenbei laufen. Kann ich auch ein System aktivieren als Aktion, aber macht dann eigentlich nicht das Wettbewerb. Das muss ich einfach noch eingehen. Das ist ja auch großartig viel. Ich, ähm. Ich kann nicht mehr mein scheiß System aktivieren, weil ich einfach keine Taktik-Dinger mehr habe. Ich nehme auf jeden Fall gleich ein Leadership. Das ist aber sowas. Du hast jetzt das System aktiviert, ja? Ein Leadership ist glaube ich das Beste. Aber die anderen kann man gefühlt sehr viel von mitmachen. Ähm. Bei dem nicht so sehr. Eben drei Tokens zu nehmen, warum hast du da eigentlich nicht deine Spezialfähigkeit genutzt? Du bist dran. Das oberere mitzunutzen. Ne, das ist ja nur bei Technologie. Ah, nur bei Technologie. Für jedes. Das wäre so. Leadership, ich nehme. Ne, äh. Einmal pro Bund oder sowas. Ich würde diese, einfach nur die Spiele und würde sagen, wenn ich die nicht spielen kann, dann spielt alleine, weil die spielt das eh. Besser. Ne. Also wenn die alle Primaries aktivieren könnten. Hey, das wäre gut. Das wäre gut. Du hast jetzt gebaut? Ja, ich habe einen Fighter gebaut. Einen Fighter? Ja, hat sich voll gelogen. Und dafür das Token ausgegeben. Na okay. Ja. Ja. Wie sagen wir. Ansonsten hätte ich passen müssen, glaube ich. Ja und? Können wir machen. Also ich aktiviere Trade. Jawohl. Nicht. Äh. Ich aktiviere das hier. Rise of Messia. Also ich. Ja. Ich kann auf jeden Planeten, den ich kontrolliere, eine Infantry stellen. Mehr Action-Karten, ey. Eins. Zwei. Drei. Drei. Vier. Drei. Dann kleck dir die Degen auf. Fünf. Sechs. Du kannst auf jeden Planeten fünf stellen? Du kannst fünf insgesamt stellen, oder? Auf jeden Planeten, den ich kontrolliere, eine. Hast du nicht gerade mehrere darauf eingestellt? Sieben. Nein, die standen da vorher schon. Ach, da standen schon vorher zwei. Ja. Ja. Ist befestigt da drüben. Ja, läuft. Scheiße, mir fehlt ein Planeten, ne? Das ist korrekt. Die haben hier auch. Ein Planeten für was? Für Expanded. Ja, ich glaube ich habe das. Ja. Du hast es. Ja, alle auf Kai. Kai führt. Ja, aber die Punkte habe ich ja dann so oder so. Danach brauche ich es auch nicht mehr verlieren, quasi. Ist ja den Punkt. Ja, trotzdem auf dich. Willst du nicht noch mehr Punkte machen? Eben. Also ich mache jetzt zwei Punkte. Gut, du bist dran. Ne, drei. Drei Punkte, aber ja. Das ist korrekt. Da ich ja das nicht mehr machen kann, lege ich mein TicTicToken hier drauf. Du hast uns immer noch nicht verraten, wie man hier kämpft. Doch, habe ich. Doch. Okay, und? Du hast nur nicht zugehört. Einfluss. Einfluss. Ich muss sechs Einfluss abgeben, um das zu machen. Ja. Das ist ja nicht so schön. Wo die Carrier sind, aber naja. Was habe ich davon, wenn ich Mekathorix habe? Du hast erstmal... Einen Siegpunkt. Einen Siegpunkt. Einen Siegpunkt. Und einige von den Private und Public Objectives beziehen sich auf Mekathorix. Und du hast sechs Einfluss. Der bei den Agenda-Votings, die dann stattfinden, ganz gut ist. Den will man haben. Man will nicht, dass den wer Anteil hat. Weil, wenn du halt über Gesetze abstimmst, dann läuft es halt bei dir. Ja. So sieht es aus. Dann hast du gemacht, du hast produziert. Also man kann die umsetzen, ne? Dann gibst du dran. Ja, man kann die umsetzen. Konnte man früher nicht, kann man jetzt schon. Ich habe sekundäre Technologie genutzt. Ich konnte ja primär Technologie nutzen, weil ich ja... Wenn ich dir jetzt drei Geld gebe und du mir dafür Geld, sobald du deine Aktion auslöst, weil es ja noch in der selben Spielrunde ist, ist das dann bindend? Ne, das kann ich eigentlich sofort machen. Ach so, das musst du absolut sofort machen. Ja, eben. Sofort, sofort. Also ja, um die mitzubenutzen, habe ich eine Strategy-Dings ausgegeben. Musste ich, oder? Kann ich sie verfliegen machen? Ne, muss ich ausgehen. Hast du aber nicht ausgegeben? Doch, habe ich ausgeben. Sicher? Ja. Du hast zu viele da noch. Ja, dafür habe ich halt hier keine mehr. Sie sind doof. Muss ich wohl passen. Dann bin ich dran. Aber du hattest doch hier einen ausgegeben, um das unten auch rauszulösen. Nein, um das oben auszulösen. Ich kann nur das oben rauslösen. Ich kann nicht beides auslösen. Okay, okay. Ich dachte, da hättest du noch irgendwas anderes mit ausgelösen. Ja, da gibt es. Aber ich habe halt zweimal geforscht einfach nur. Du kannst noch was... Du hast aber keine Dinger mehr, ne? Dann aktiviere ich den Unstable Planet. Choose one hazardous planet. Exhaust the planet. Das ist aber egal. Was ist denn ein hazardous planet? Der hier zum Beispiel. Und destroy three infantry units. Wobei, vielleicht mache ich das wie bei dir. Was ist denn ein hazardous planet? Einer mit so einem roten Ding. Ich habe keine roten. Ich habe wirklich keinen roten. Ich will das eigentlich gar nicht bei dir machen. Bei mir sitzt der auch nirgendwo Infanterie auf dem Planeten. Ja, das ist gar nicht so gut. Naja, rot kommt doch da gleich. Naja, ich warte lieber ein bisschen damit. Ähm... Ja, dann mache ich hier mal Trade. Ich bekomme meine ersten drei Trade Puts. Wuhuuu! Ja, dann krieg... Wir Replenition auch. Replenition... Wieso? Wir nutzen das auch. Secondary. Achso, du musst ja... Du hast kein Token mehr. Ja, brauche ich nicht. Du, ich nicht. Ja. Aber dafür kriege ich jetzt mal vier... Achso, weil Sorum ist Trade good, ne? Äh, was kriegst du? Sorum ist Commodity. Genau, wir können auch gleich gerne tauschen mit unserem... Ja, Ben, wollen wir tauschen? Nee. Drei gegen drei? Können wir auch hier machen. Gleich, eins aus dem anderen. Du willst ja eh alle so loswerden. Du willst ja eh alle so loswerden, oder? Ja. Ich würde mit euch beinahe... Wie wäre es mit vier gegen vier? Ja. Ja, sehr gut. Dann machen wir jetzt zwei. Ja, dann musst du aber mir trotzdem... Achso, ich muss ja gar nicht weglegen. Du musst mir gehen. Ja, du dreh doch einfach um. Wenn wir eins zu eins tauschen, kannst du die doch einfach überhalten. Ja, ich weiß. Das mache ich auch. Und zwar... Wir müssen die tauschen, dass wir traden doch. So, und du kriegst aber noch einen. Genau. So, zack. Ja. Vielleicht hätten wir so ein bisschen Geld. Ähm... Ich hätte dich doch so machen lassen können ohne. Wir sind benachbart. Wir könnten handeln. Aber ich habe nichts mehr zu handeln. Zu schade. Zu schade. Die Situation der Fischheit ist irgendwie ziemlich doof. Ja, das habe ich auch schon missgestellt. Was für ein Trade? Ja. Ja, weil ihr Token dafür ausgeben müsst. Ich finde die immer schlecht. Die Premiere ist halt ganz nice. Ja, kein Geld. Ja, ich bin dann... Also dann bist du dran. Ja, ich bin noch durch. Also... Du, Kai, bist durch? Ich muss durch sein. Also ich habe alles Dorngeld. Ich habe keine Token mehr. Dann bin ich auch durch. Dann kommen wir zur Statusphase. Juhu! Ich habe einen Siegtoken. Ich habe zwei Siegtoken. Ne, ich könnte... Ne, ich habe drei Siegtoken. Drei Siegtoken. Drei? Wieso? Ne. Was? Also ich habe... Kannst du eins erfüllen. Okay, dann habe ich zwei Siegpunkte. Entschuldigung. Ich habe Kontrollen. Eins vor Runde. Ja. Aber ich kann das Secretive ja auch. Ja, eins bald. Also... Genau. Das geht ja jeweils. Ja. Ja. Dann war ich zuerst mit das. I have one or more ships and three systems that are each adjacent to an anomaly. Ist erledigt. Das wäre ganz schön krass, nicht das? Dann kriegst du einen Punkt? Dann gehst du... Ja, du hättest halt auch da rum... Das ist ja keine Anomalyse. Achso, du glaubst das ist eine Anomalyse. Doch, alles was rot am Rand ist, ist eine Anomalyse. Das ist ja voll einfach. Dann gehe ich einen vor. Und dann score ich noch... Welchen davon score ich denn? Das sechster Ding, glaube ich. Ja. Ja, ich kann ja... Ne, ich kann davon mehrere... Vier Planeten, die sie im Trade haben? Ne, das musst du ja nicht haben. Ja, doch, klar. Eins, zwei, drei, vier. Ja. Ich mach mal lieber das. Das ist nämlich, glaube ich, das ist eher mal weg. Ich mach das mittler von. Mir geben diese... Geben diese Token irgendwie aus. Also ich mach das. Du machst das auch, ne? Mit dem each same trade. Ja. Ich mach nämlich grün. Ja, ich aktiviere noch mein Dings hier. I have three space dogs on the game board. Mhm. Das ist auch nicht so super schwierig. Das ist ja Sinn des Campions. So, und jetzt macht es langsam Sinn, das zu nehmen, um eine neue Secret zu kriegen. Shit. Ja, Ben. Dann gib mal die Dinger her. Ne, erstmal kriegen wir noch ein neues Public Objective. Genau. Und zwar... Spend a total of three tokens from your tactic and or strategy pools. Hm, hart. Also dann extra ausgeben in der Runde, in der das gemacht wird. Also nicht irgendwie in der Runde ausgegeben haben, weil das hat man... Ja. Es gibt auch hier sowas wie Spend 16 Resources. Krass. Die musst du halt erstmal haben dann. Äh, genau. Draw Action Cards. Eine für dich. Eine für dich. Eine für dich. Ne, ich krieg jetzt zwei. Hast du das auch? Ja. Das ist cool. Und zwar... Hm. Gut, dass ich die gezogen hab. Äh, kann man Karten kombinieren? Du kannst die prinzipiell, wenn da drauf steht, du darfst ja auch spielen. Hm. Das wird lustig. Hart. Gut. Ähm, dann... Remove Command Tokens. Achso, ja, zwei kann man sich eigentlich gleich schön wieder nehmen, ne? Genau. Dann Gain and Redistribute Command Tokens. Wie viel kriegen wir? Zwei. Du drei. Mhm. Oh, da hat jemand was vor mit der Taktik. Hm. Also wenn man so zwei kriegt... Ja. Das ist jetzt sehr fucking mau. Und er ist als erster dran. Also er kann uns hier richtig, ähm... Macht ihr mal zwei Aktionen, ich mach inzwischen mehr. Ja, aber ich will ja vielleicht auch Imperial haben. Dann muss ich euch ja Healer Chip geben. Erstmal hier alles wieder ready machen. Fürs Geld meinst du? Ja, und für neue Private Injectives da. Achja, ready machen. Stimmt. Ähm... Aber ich such jetzt als zweites aus, oder? Den Moorzeuge sind, ja. Ja. Das ist schon eigentlich ganz geil, ne? Ja. Ah, okay. Das ist auch... Da hab ich zwei... Habe ich nicht alle meinen Planeten? Eins, zwei, drei, vier... Fünf, sechs, sieben, acht, neun... Wenn ich mir das jetzt hier so angucke bei euch ein, dann... Dann nehm ich mal den Chip. Tust du nicht. Du nimmst was anderes. Warum? Warum? Weil ich das sage. Public Distration. Und jetzt musst du dir zurücklegen? Ja. Deswegen hat er mir nicht gefragt, ob er als zweiter dran ist. Äh... Dann bin ich also derjenige, der in der Runde nichts macht. Okay. Dann nehm ich mal... ... 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 Aufwand, die du ins Überleben steckst in Relation zu dem, wie schnell du mit etwas Pech einfach zwei Stunden rauchender Kopf sich in genau dem auflösen kannst. Du hast jetzt nochmal was gebaut einfach. Nein, ich habe das von da auch übergezogen, weil da sind vier Feier dabei gewesen. Ah, okay. Und dann kann ich da jetzt trotzdem nachbauen, weil das ja aktiv ist. Genau, und jetzt, weil es aktiv ist, kannst du auch bauen. Das ist so. Richtig gut. Ich habe dich kurz abgelenkt. Da habe ich mir schon gedacht, dass sowas passiert war. Was ist denn das hier? Wie heißt das? Kinara. Habe ich schon aktiviert und das andere. Das ist doch egal. Du hast doch, guck doch, was du offen liegen hast und guck das. Ja, wenn ich die verliere, wäre es aber kacke. Wenn ich die noch aktivieren könnte. Achso, stimmt, das ist wahr. Also jetzt hast du Traininglag umgedreht, also verwendest du den einen? Ich muss ja einen weniger zahlen. Also passt das ja. Du brauchst nur das. Ach ja, du hast ja nur drei Flottenbeschiffen. Also vielleicht sollte man mit denen, die auf Angriff gut sind, auch die Flottenstärke mal erhöhen. Ich könnte... Fürs nächste Mal muss ich mir das merken. Ich könnte natürlich noch mehr Fighter bauen. Ja. Nee. Könntest du doch. Eins, zwei, drei, vier. Drei Fighter passen noch ein. Der kann vier tragen, der kann drei tragen. Vier? Hast du das auch gegradet? Nee, der kann vier tragen. Ach, der Carrier. Ja, genau. Das hatte ich so gerechnet und dann drei noch in die Stationen möglich. Das könnte man natürlich machen. Das würde ich vielleicht machen. Ja, zumindest einen ausgeben. Du musst dir mir sogar nur ein System denyen. Das reicht ja schon fast. Gut so viel ist Lore. Lore? Also ich meine, was interessiert mich denn? Zwei Infant-Punkte. Genau, Lore ist auch noch von dem da oben. Und das daneben ist Arnor. Den hast du wohl schon. Hier wäre noch Arnor übrigens. Hä? Zwei Token. Äh, für Fighter. Fighter-Token. Ich lege sie wieder ins System. Oh, warum ist das so groß? Ja, mehr. Was ist das? Das sollen dann drei sein oder zwei oder was? Ach, deswegen die drei Striche an den verschiedenen Seiten. Ja, zwei. Also das Spiel rechnet damit, dass einige Leute echt krasse Fighter-Armeen offen. Irgendwann hast du alles auf dem Feld und baust du Fighter. Ja. Das ist krass. Und dann ist diese Technologie, mit der man Fighter... Also ich glaube, man muss sich da mal ganz in Ruhe auf die Technologiekarten angucken. Besonders. Ja, oder? Schon wieder? Ich will aber nicht. Da muss ich ja Entscheidungen treffen. Ich gucke lieber zu, wie ihr beiden da oben was macht. Das ist schon hart jetzt. Diese Gollum-Rasse konnte skippen, ohne was dafür zu bezahlen. Aber halt nur einmal in einer Spielrunde wahrscheinlich. Nein, nein. Immer. Früher konnten sie es nur jedes zweite Mal. Musst dann eine Aktion machen, dann skippen. Jetzt müssen sie eine Aktionskarte. Genau. Das ist schon relativ teuer dafür, dass man raus ist. Ich ziehe da auch immer zwei Aktionskarten, so ist sie eine davon aus. Das heißt, sie haben eigentlich immer coole Aktionskarten. Und Aktionskarten, wie wir wissen, sind schon nicht so schlecht. Das stimmt. Für den Kampf kann er wahrscheinlich entscheiden, hoffe ich. Er hat auch noch einen ganzen Stapel. Gott sei Dank. Das sind bestimmt keine Kampfaktionskarten. Die gibt es kaum. Habe ich noch was zur Unterstützung, was dazwischenwerfen kann? Du bist ja von dran. Du kannst mir theoretisch ja Sachen geben, ne? Ja. Aber nein, brauchst du nicht. Ja, das stimmt. Wir könnten handeln. Das Problem ist, du hast nichts zu bieten. Außer, dass du vielleicht gewinnst. Geldtechnisch. Aber keinem will ja trotzdem noch das Richtige sagen. Außer, dass ich gewinne. Ja. Ja, ich gewinne. Du hast noch drei Geld. Nein, ich bin eine Handelsrasse. Ich muss irgendwie das alles rausgehen. Da liegt noch ein Geld. Das ist ja verringend hier. Ja, ich kann das, aber ich brauche das wahrscheinlich noch selber. Also die beiden, also allein eine davon wäre, du würdest dich älgern, wenn du mich sehen würdest. Ne, ist schon okay. Ich brauche die wahrscheinlich selbst noch. Hören wir mal. Ja. Du bist dran. Ja, ich weiß. Das habe ich doch schon benutzt. Das heißt vor allen Dingen, dass niemand die... Das wäre schon gut. Also du hast deinen Trading-Hound war genutzt. Ja. Ich habe das ja auch schon benutzt. Also du vergesst, ich schüttere ihn. Sonst war das alles zack, zack. Ja, erst mal alles weg und dann mal rum. Und jetzt ist es erst mal so... Nein, nein! Weil ich werde mein Twilight-Imperium 3 auf jeden Fall verkaufen. Egal wie wenig Geld ich dafür kriege. Das Gesamt wird viel besser. Und ich werde auch das verkaufen. Das gibt es doch auf Deutsch. Ja, das würde man. Kann die auch bombarden? Kann ich bombarden? Holy shit. Aber dadurch, dass sie drin ist, kann die Bodentruppen angreifen. Ich sollte mein Flagstschiff bauen. Ja. Also ich will, dass ich die Planeten hier... Du hast den schon verbraucht? Ich will den jetzt nicht, ehrlich gesagt, wegnehmen. Du hast den noch nicht verbraucht. Dann warte ich noch. Der macht nur drei Influences. Ja, vielleicht willst du ja... Also wir haben die Top-Spiele. Ja, stimmt. Das wäre natürlich sinnvoll. Auch wir zusammen spielen. Dann gebe ich mir das. Also ich meine, ich möchte den Planeten natürlich haben für den nächsten. Das ist doch kein Koop-Spiel, das kriegen wir hin. Dass du den nur überkriegst. Aber wenn du den verlierst... Kann er mir auch Planeten übergeben? Ich muss gewinnen beim Rollen, ne? Selbst wenn er sagt, er zieht sich zurück. Ja. Ich hasse solche Spiele, die einem einfach Möglichkeiten wegnehmen. Gibt ja Regeln. Manche musst du nicht anhalten. Wahrscheinlich werde ich dann sowieso den Bodenkampf verkacken. Insofern ist egal. Das ist nie wahres Leben. Aber ich kann hier drauf auch Bodeneinheiten... Ne, auch Bodeneinheiten können wir um Space-Doc produziert werden. Das klingt total logisch. Ja. Der Planet ist nicht so lebensfreundlich. Da gibt es nur ein Richtig-Uruf dafür. Mein Heimatplanet ist nicht so lebensfreundlich. Ist nicht der Heimatplanet. Naja, aber theoretisch wäre da ja auch die Wege. Ne, ich bin Space-Doc. Was könnte ich denn sonst machen? Das will ich noch nicht machen. Andererseits wäre es nicht schlecht, das Secret Objective zu haben. In welchen Fall hier habe ich einen Ausrede, ich bin betrunken. Bin ich, aber... Das wäre ein bisschen schnell. Ja, egal bei meiner Masse. Das wird ein cooler Fight, wenn du anheißt. Hm, ich fürchte nicht. Danach würde ich verloren gehen. Sperr, dann könnt ihr weiter spielen. Zwei, drei, vier, fünf... Ja, das ist ja immer noch ziemlich dicht. Ja, finde ich. Wenn ich das so verliere, habe ich keine Chance mehr auf den Sieg. Dann sind wir wieder alle relativ weit bei dem Sieg. Ist auch gut. Na, du nicht. Das Zweimann-Folge Imperial. Das ist... Damit hast du quasi gewonnen. Ich... Ne, wieso durch den... Durch den Secret... Das ist ja jetzt ja ein Secret-Ziegel oder was. Ne, er kriegt ja halt der Speaker-Touch und die Ex-Runde ist als Erste dran. Holt er sich das... Also, er kann ja... Ja... Ja, aber er kann da ja gleich reinmarschieren und so. Das ist jetzt nicht mehr so krass wie es ist. Ja, aber ich habe nur einen... Also, ich kriege noch einen Top. Also, da steht zwar gleich ein Mutterschiff, aber... Dass er drei Treffer machen kann. Das ist echt... Ne, egal. Eine Runde warten wäre ganz gut gewesen. Aber hier haben wir so... Wupp, hochrüsten. Hatten wir Production? Construction? Nein. Aber hier ist nicht mal Planetensystem drin, sondern auch Kack-System. Weiß ich auch, warum das da ist. Das ist voll super für dich. Naja, was heißt super? Ich hätte jetzt ein Starbase drauf bauen können, wäre schon ziemlich cool. Ja. Aber dann hättest du es auch nicht mehr nutzen können. Nix rum. Ja. Warfare. Geht schon. Soll ich mal wach vom Rechner oder sind schon alle eingeschlafen? Wie sonst auch immer. Das ist gerade schwierig. Gut, dass ich meinen Morgen... Also, ich wollte eigentlich... Ich muss dann mittags jemanden einarbeiten. Das habe ich verschoben und dann hatte ich erst vorgeschlagen, wir können morgen früh spielen. Also, heute früh. Und dann habe ich gesagt... Drei... Moment. Das ist auf jeden Fall eine weise Entscheidung. Aber also, es dauert jetzt zwar schon lange, aber ich bin... Gefühlt ist es noch nicht... Also, wir sitzen schon ein Weichen hier, aber es ist... Kannst du mir dann gleich noch mal Wasser auffüllen oder irgendwie Flüssigkeiten? So, ich bin auch fertig. Dann ist, ähm... Ben dran. Ich bin mir nicht sicher, ob er das jetzt tut, ehrlich gesagt. Bitteschön. Ja, ich mache Warfare. Dürft ihr auch machen. In Heimatsystem produzieren. Im Heimatsystem produzieren? Ja. Dann muss ich da aber auch einen Token reinlegen. Das ist das Token, was ich ausgebe, ne? Ne. Spend one token from your strategy pool to use the production ability of one of your space stock in your Home System. Fucking kidding me. Ich dachte, das verbraucht auch einen Token. Ja. Dann hätte ich hier reinbauen können und es trotzdem noch benutzen können. Ja. Das ist mächtig. Komm mal rein. Wieso? Ich kann doch gar nicht mehr bauen. Ist doch alles voll. Selbst dann nicht? Das Fliegelm ist erreicht. Ach, das Fliegelm ist erreicht. Stimmt. Ich kann noch mehr Fighter bauen. Also ich kann noch einen Fighter bauen. Ja. Aber ich muss ja auch einen Token dafür. Und das ist sinnlos, weil ich lieber ein Siegel haben will. Das ist auf jeden Fall deutlich besser. Gut, dann ist das durch. Dann fliefen wir. Ja. Ich habe glaube ich nichts mehr. Doch, ich habe den einen da. Ein Punkt. Dafür kann ich nicht so wahnsinnig viel bauen. Egal. Ich lasse es mal. Boah, und es gibt noch 16 andere Rassen, die spielen will. Also du bist dann durch, ne? Ich habe meine Aktion rum, das war auch kurzen Schmerzen. Ist das jetzt ein Research oder kann ich davon sagen? Also ich meine, das Wardings... Oh fuck, Research gab es ja auch noch. Das ist nicht gut. Also ich könnte mir die Warsang jetzt zwar holen, aber... So what? Gibt es vielleicht irgendwelche Karten, die wir noch nutzen würden? Du kannst natürlich auch erst Leadership machen und mehr Tokens machen. Ja, klar. Ben? Ja? Wie viel Geld hast du denn da? Das ist relativ viel Geld. Moin, you bootable. Das hätte ich mal früher machen sollen. Das Upgraden, das meine Dreadnoughts Upgraden. Und die können ja was? Die schicke ich in ein System rein und dann kann ich die opfern und dann einfach zwei Schiffe meiner Wahl zerstören. Und ich hätte einfach die Warsang zerstören können. What the fuck? Das wäre cool gewesen. Ernsthaft? Du kannst... Was? Kannst du mir gerade mal lesen? Was ist der Nachteil nochmal? Am Ende der Runde... Das ist eine spezielle Technologie, das ist auch dein Spezial. Ach, die Rasse, ich wollte gerade zeigen, aber die Technik kenne ich nicht. Und ich bin das hier schon ein paar Mal durchgegangen. Zwei Schiffe zerstören. Ja, aber Up to Two Ships, da steht nicht, dass du die aussuchst. Ja, was soll es denn sonst sein? Das sucht er sich ja dann aus. Meinst du? Ja. Es sucht sich immer der Angegriffene aus. Mit anderen Worten, wenn du alles andere erst wegballerst, dann kannst du die Warsang zerstören. Also, das ist trotzdem sehr gut. Vor allen Dingen, weil das Ding selber auch ziemlich geil ist. Combat 5? Nee, eigentlich ist es vor allen Dingen das. Ja, das ist genau das. Und Bombardment zweimal. Ah, interessant, bei denen ist die Schiffsaufwertung das einzigartige. Ja, das ist ein bisschen... Also machst du jetzt Technologie oder Leadership? Ja, das weiß ich noch nicht so genau. Ich gucke gerade, ob ich noch irgendwas Sinnvolles habe, was mich irgendwie... Also, wie wäre es denn, wenn du entweder deine Dreadnoughts oder deine Cruiser upgradest? Weil die werden ja dann sofort automatisch besser sein, gleich im Gefecht. Wieso, aber auch nur mit Move und sonst was? Haben die nur Move? Nicht mit Combat. Naja, die Dreadnoughts schon. Was? Na, die Karte war ja das Ding hier, ne? Ja. Genau. Das heißt, okay, das bringt dir für das System nichts, aber in dem bringt dir das was. Ja. Das kann er dann garantiert nicht mehr erobern. Andererseits will ich gar nicht, dass er zu sehr davon abgebracht wird, sondern er sollt es ruhig probieren. Und was ist mit dem? Hä? Wieso? Ne, das war doch nicht diese Spezial-Aufrüstkarte. Das ist doch... Ja, ja. Also, da ist schon wieder nachher. Hier ist die. Ich meine, ansonsten ändert sich nichts, außer doch, die Bewegungsgeschwindigkeit tritt hoch. Das könnte ja in der Zukunft nochmal geil werden. Alter Schwede, Dreadnoughts mit einer Bewegung von zwei. Das ist natürlich auch nett. Wieso, habt ihr das nicht alle? Also, ich dachte, wenn man sie upgraded, haben das glaube ich alle, aber... Move ist immer... Boah. Deswegen, die Technologierasse kann das ganz viel davon machen. Das ist schon cool. Das ist echt cool. Ich darf das neu verteilen. Ich senke mal mit Flottenbimmeln noch auf vier, weil ich hab noch. Wieso darfst du das neu verteilen? Bei dem hier Warfighting. Bei Warfighting und so verteilen. Also, hast du das schon gemacht, ja? Dann muss das noch alles machen. Das ist voll geordentlich. Das sieht nur so ungeordnet aus. Wir haben hier voll die Übersicht. Also hier liegt zwar die Punktemarkt noch so vor der Philips-Auslage, aber wir haben da einen Plan. Ist halt Twilight-Purpose, nicht ohne Grund, die Space-Opera. Das ist ein mega Ding. Dass man dann an einem langen Abend spielen kann. Du musst doch wieder laufen. Wenn ich mal wieder laufen müsste, würde ich nicht so aus wie ich, sondern mehr wie du. Ja, das ist doch gut. Ja. Ja, ich mach hier Research. Ja, dann muss ich auf jeden Fall auch... So, denn da krieg ich keine Token. Gott sei Dank! Ich geb den hier aus. Und jetzt hau ich alles aus. Also ich brauch vier, ne? Ich hab hier eins, dann brauch ich noch drei. Nein. 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 Ich hab nur einen Token, leider. Das ist nicht so doof. Die ist auch geil. Ich will einfach die Warsan mal haben. Kann ich die überhaupt irgendwo produzieren? Nein. 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 What? Die Assault Cannon ist ja auch hart. Mhm. Die hast du schon? Die musst du ja, sonst hättest du die Dings nicht bauen können. Was? Assault Cannon? Ne, hast du nicht? Achso, es gibt ja mehr Karten davon anscheinend. Oh ja! Ich hab grad ja meine Space Cannon und dann kann ich einfach deine Schiffe jetzt abschießen. Er ist drei. Ich bin, dass das Thema für wir es ja. Nein. Du kannst die Sachen im System auch immer benutzen. Ja. Wenn das System aktiviert wird. Aber das System war schon aktiviert. Beide. Nächste Runde. Unit System. At the start of Space, come it in a system that contains three or more of your nonfighter ships, your opponent must destroy one of his nonfighter ships. At the start heißt, das kommt auch nicht zum Schießen, ja? Was? Wenn du at the start ein Schiff zerstören musst, darf das halt auch in der ersten Runde schon nicht mehr mitschießen. Richtig. Das nehme ich. Das habe ich auch hier schon eine Auswahl. Was ist los? Was habt ihr? Assault Cannon. Jetzt kann ich übrigens theoretisch auch Warsons spawnen. Ach ne Moment, erst wenn das nächste mal Technologie erforscht wird, ne? Die Warsons selbst hinlegen ist ja auch Technologie erforschen. Ja ja. Dann kann ich das ja immer noch nicht. Wenn du Mechathor Rex wirklich nackig machst, um am Ende der Runde zwei Punkte zu scoren, indem du vier Planeten hast, wenn möglich. Dann weißt du, dass ich höchst, also dann kriege ich höchstwahrscheinlich einen Punkt über Mechathor Rex. Dann fehlt mir immer noch einer. Das wird reichen. Ne, das wird nicht reichen. Mit zwei gewinnen. Hm? Mit zwei Krieg habe ich gewonnen. Das stimmt. Deswegen ist das jetzt die Überlegung. Aber du musst dann noch vier bekommen und zum Ende der Runde halten. Ne, aber wenn du Mechathor Rex verlierst, musst du noch einen erobern. Du brauchst ja fünf dann. Dann muss ich jetzt noch verlieren. Das stimmt. Du kannst auch noch bauen. Du hast ja noch die meisten Planeten nicht benutzt. Ah, ich sehe schon die Reihenfolge. Erst Warswan benutzen. Falls sie stirbt, Warswan neu auf Mechathor Rex. Kennst du hier Fleetpool? Das heißt... Was? Wo? Ja, also es zählt gegen... Solange sie alleine fliegen. Wenn sie ohne Kapazität fliegen. Aber sie können halt die Systeme von alleine wechseln. Das ist auch schon praktisch. Und die können jetzt zwei weiter fliegen. Also ich habe den Lightwave Deflektor. Ich kann durch Systeme durch, wo eure Schiffe drin sind. Und ich habe die Fleet Logistics. Ich kann zwei Aktionen machen, statt nur eine. Zwei? Dann musst du noch für die zweite Ressourcen abgeben. Das ist kein Problem. Sechs. Dann habe ich hier vier. Und hier sechs. Durchfliegen? Ja. Oh oh. Jetzt plötzlich kann er durchfliegen. Na toll. Was ist das? Blau? Blau. Ja. Wir spielen immer noch erst. Spiel da auch ein bisschen. Ich habe aber vorher ein bisschen Regeln erklärt. Ich sollte irgendwann Bescheid sagen, was das Spiel kommt. Äh, wir sind dran. Du. Wer hat das gerade gemacht? Du. Tag da. Ich dann. Du hast Leadership immer noch nicht verwendet. Hm. Hast du das schon aktiviert? Ich meine schon. Ja, da habe ich drin gebaut. Dann habe ich glaube ich gewandt. Kannst du die drei weit bewegen? Da sind ja Schiffe drin, ne? Also adjacent geht nicht. Und du hast immer noch nicht geguckt, ob dein Nebula das auf eins reduziert oder nicht. Egal ob man sich durchgewegen kann oder nicht. Ich muss da nicht hin. Was hast du denn zum beamen, bitte sehr? Ich wollte nicht beamen. Ich bewege mich einfach. Drei Felder? Dann ist das irgendeine Regeln, die ich noch nicht gesehen habe. Da bin ich ja gespannt. Doch. Welche? Ja. Nein. Und dann muss ja immer noch klappen alles. Nein. Ich habe nur eine fucking Infanterie. Ah. Das geht doch nicht. Du hast nur eine Infanterie? Ja. Achso. Ja. Stimmt. Dann muss ich leider doch angreifen. Ich wollte einfach hier durchfliegen, lieber Dinger greifen. Fertig. Aber nur eine Infanterie? Okay. Lass ihn nicht. Du kannst durchfliegen, seit du in deinem Schiff drin. Ah ja, klar. Jetzt kannst du. Was auch immer. Das ist ein Tarngenerator. Ja. Lightwave Deflektor. Aber dann hast du auch immer noch zu wenig. Was ist das? Den gehe ich hier rein. Dahinter habe ich wirklich gar niemand dran. Dann fliege ich hier durch. Stimmt. Du hast aber jetzt doch für die zwei Bewegungen haben, oder? Hm? Hast du nichts geupgradet? Kann meine Fighter und meine Cannon geupdaten? Also. Aber eigentlich ist es sinnvoller, glaube ich, die Cruiser zu updaten, anstatt die Cannon. Gut, dass das nicht klappt, weil du kannst auch nicht großartig was aufhalten. Du könntest jetzt, also weil das System schon benutzt ist, das ist halt ein bisschen unpraktisch, dass das schon benutzt ist. Du wirst jetzt zum Beispiel auch vier Fighter benutzen können, um den zu zerstören, an welche Geschichten. Den Planeten kontrollierst du sowieso nicht. Oh, schön. Zählt gar nicht. Hast du nie Bodentruppen mitgenommen? Doch, hatte ich irgendwo, der hab ich mir weggenommen. Dann hättest du nach dem Token drauflegen müssen. Nee, da bist du, glaube ich, nur einmal mit dem Schiff draufgeführt. Nee. Von Anfang, hier hab ich die alle gehabt. Da wirst du jetzt später drauf auf, auf jeden Fall. Na gut, oder was? Ich halte auf jeden Fall eine Bodentruppe drauf. Ja, dann leg jetzt wenigstens einen drauf, wenn wir da schon den Planeten schenken. Ach. Ich bin, glaube ich, dran. Aber die kannst du ja auch nicht besetzen, musst du auch erst noch Soldaten vorher produzieren. Ah, ich... Da hab ich auch nichts Neues gemacht, dann muss ich, glaube ich, doch noch was anderes machen. Statt dieser komischen zwei Aktion hier, die mir wahrscheinlich gar nichts bringt, mach ich den Carrier 2. Dann könnt ihr zwei weit bewegen, haben eine Capacity von 6 und ein Combat von... Daher traust du jetzt ja alles aus. So. Ich glaube, das ist besser. Ist ja eh nur theoretisch. Mhm. Ich will das mal schon nicht machen. Da bleibt nichts anderes übrig. Ich muss das machen. Ich krieg ein Secret Objective. Warum denn jetzt? Ich kann keinen ziehen. Ja, ich will auf eins. Auf eins. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, ihr habt noch gegen mich verschworen. Ja. Ich hab vergessen, was Hazardous Planets sind. Das sind die mit dem roten. Achso. Wow. Da bin ich ja. Voll dabei. Da frag mich mal nach meinem Secret Objective. Da bin ich so ans Verwalt entfernt, das geht gar nicht. Also schade. Ich hatte gehofft, dass etwas erfüllbar ist. Aber es bleibt dabei. Ich mach keine Punkte. Du musst es jetzt gewinnen. Ey, das ist so ein Scheiß. Ich hab keinen Scheiß. Ich hab keinen Scheiß. Ich hab dich da angeraten. Irgendwo anders ist halt der leichte Weg. Nee, ist kein leichter Weg. Du kannst ja ein Planeten besetzen. So oder so. Egal wo du hingehst. Ja, Details. Prügel dich vielleicht dann auch wieder raus, bevor du da nachproduzierst. Wie würde er mich da raus produzieren? Ja, nächste Runde halt. Nee, das wird keine nächste Runde geben. Ja, dann hast du gewonnen, wenn es keine nächste Runde gibt. Weil es einfach keine Wege für uns andere an Punkte gibt. Also ich mach jedenfalls keine zwei Punkte. Ich hab auch zu wenig. Ich bin übrigens noch nicht mehr dran. Du bist dran. Das klappt ja doch nicht. Fuck. Ich bin dran. Ja. Einen Siegpunkt werde ich auf jeden Fall zu wenigstens kriegen. Ja, ich bräuchte immer noch zwei. Du hast hier zwei, vier, sechs. Also ich brauch noch zwei Runden, um zu gewinnen. Also verteidigt als Fuhl. Eventuell. Wo sind meine fucking Aktionen? Hast du nicht mehr alle verbraucht? Nein. Ja. Das sind zu viele. Achso. Das sind immer noch sehr viele. Das sind mehr als sieben. Wie viele sind das? Sechs, ne? Ja. Schade. Die Secret Agenda hätte ruhig was Besseres sein können. Jetzt hab ich auch Warfare schon benutzt wie den Schrapel. Das hab ich mir eigentlich nicht tun sollen. Verdammte Axt. Da hab ich selbst verkackt. Tja, alles nur wie's aussieht gewinnt. Diese Runde mag keiner. Mhm. Coole Ware. Geht so. Ja, aber das Problem ist, ich bin nächste Runde auch schon wieder gehandicapt, weil ich als allererstes das nehmen muss. Als Speaker. Muss ich halt. Sofern er da nicht raus geht. Was unwahrscheinlich ist. Würde ich jetzt nicht mit rechnen. Der will mich da ja auch unter Zuzange halten. Vielleicht sollte ich mal meine Spezialtechnologie erforschen. Dann kann ich nämlich Geld ausgeben, um diese Dinger zu tauschen. Sind es eure sinnvoller? Also meine Spezialdinger sind nicht sinnvoller. Also meine ist, dass ich am Ende der Strategiephase ein Token, ein Strategietoken und drei Geld jemandem geben kann. Ne, und jemand anderem drei Geld geben. Und wenn ich das tue, dann kann ich eine meiner Strategiekarte mit seiner Strategiekarte tauschen. Und das kann ich halt jedes Mal machen. Das ist schon geil. Das Problem ist, es hat als Voraussetzung vier, also drei gelbe. Die muss man auch erstmal haben. Die bringen ja nichts im Kampf und so. Und es kostet halt Geld. So sieht es aus. Und die andere war... Komm! Ich jetzt kurz das mal ab, weil dann bin ich raus und brauche mir kein Geld mehr machen. Ich stehe hier rein. Dann habe ich drei Kanonen, die zusätzlich einfach auf dich schießen. Mit fünf. Aber warum gehst du nicht in das andere, einfachere System? Wer soll ich da? Welch würden wir dann hier? Also du kriegst einen Schaden schonmal. Bevor du irgendwas machst. Also ein Ding ist schonmal tot. Das ist mal eine andere Rassenfähigkeit. Da. Dann spiele ich, dass alle meine Fighter Schiffe noch plus zwei haben. Dann machen sie irgendwie auf eine sechs. Das ist immer noch weniger als 50% Treffer. Ja, aber ich habe sechs Schiffe. Also eben eine... Ja, ist okay. Das ist... Das bringt mir einfach gar nicht so viel Scheiss gehabt. Okay. Okay. Ich habe da viel zu wenig, um das ansatzweise zu gewinnen. Dann... Willst du jetzt mal ein Treffer? Ja, ich mache mal meine Warsons. Das sind drei Treffer. Okay. Dann der Cruiser, der trifft auf eine Acht. Drei Treffer. Hast du auch einen abgezogen? Ja. Und die treffen auf eine Zehn. Das war ein Treffer? Das war kein Treffer. Okay. Äh... Ja, sind insgesamt drei Treffer gewesen. Und eine Acht. Okay. Gibt es wahrscheinlich drei Fighter, würde ich vermuten. Ja. Drei Fighter. Aber jetzt schießen erstmal alle zurück. Und das ist ein bisschen lustig. Das ist voll stark. Ja. Jetzt werde ich verlieren. Also erstmal schießt die Cannon. Die schießt auf eine Fünf. Cool wäre, wenn man das jetzt mit Dart spielen oder so lösen würde. Wer dann mehr die Punkte macht oder so. Einen Schuss. Einen Treffer, meine ich. Dann... Keine Ahnung. Machen wir erstmal die Cruiser. Hat der vorher schon mal was gemacht? Die schießen... Ja, einen Fighter hatte ich schon rausgemacht. Ach, den hast du schon rausgemacht. Ne, ne, ich hab... Machen wir gleich. Hast du einen Fighter schon rausgemacht? Dann hast du einmal zu viel gewürfelt, oder? Das war doch irgendwie at the start of the combat oder so? Ja, die... Dann ist der vorher rausgemacht. Oh ja, die hätte ich rausgemacht. Also okay. Und dann... Okay, ein Treffer. Dann ist jetzt ein Cruiser dran. Zwei Treffer. Ne, da... Der Cruiser? Der Cruiser? Der Cruiser? Nicht. Nicht mit einer Fünf, also mit einer Sechs. Mit einer Sechs, da ich... Ach so, der Cruiser war es. Ja. Auf eine Sechs würde ich treffen, aber... Ja, also ein Treffer. Das... Ja. Dann kommen... Sechs Fighter, ne? Ja. Eins, zwei, drei, ich sehe vier... Ach, die Zweifel. Blau auf Platz. Geben wir nur noch ein Treffer. Machen wir einfach alles. Wir drehen bestimmt nicht wieder. Jetzt kann ich nur noch zwei schlippen können. Ein Treffer... Also drei insgesamt. Die Treffen ab sechs, ja? Aber du für eine Runde oder für den ganzen Kampf? Für mich? Ne, für den ganzen. During this combat round. Ja. Eine Runde. Okay. Sind wir bei... Vier Treffer. Drei. Du hast jetzt eben zwei gemacht. Und vorher einen. Nein, nein. Da war es drei. Ja, stimmt. Da steht die Warzone noch. Hast du jetzt alles... Ne, das waren jetzt die Fighter. Ja, Fighter. Du hast ein Schiff... Oder hast du alle geworfen? Der Carrier noch. Ne, macht nichts. Also, drei Schaden und du hast... Zwei Schaden gemacht, glaub ich. Drei. Die haben alle drei getroffen. Drei Schaden hast du gemacht? Ja. Die Warzone. Dann hab ich Spears Holding. Ich kernze zwei Hits. Das heißt, du verlierst nur noch. Dann krieg ich nur noch einen Treffer. Ich hoffe, du hast sowas auch. Ansonsten sieht es gar nicht so schlecht aus für ihn. Die Warzone trifft halt fast immer und du triffst halt nicht so oft. So, dann ist jetzt das raus. Ehrlich gesagt, Ben... Ich glaub nicht, dass das so schlecht ist. Achso, halt, stopp. Deine Karte funktioniert nicht. Die gibt's wirklich? Ja. Die gibt's wirklich. Also musst du doch noch zwei... Ne, einen Fighter und beschädigen. Was macht man dann? Dann legt man ihn wahrscheinlich hin. Okay. Dann ist die Warzone tot. Direct Hit. Direct Hit. Weil du sie gedreht hast. Ja, da... Ich fürchte, ich hab leider nichts dagegen was tun können. Ist der auch gedreht oder liegt der nicht? Nein, der kann nicht gedreht werden. Achso. Dinge passieren. Ähm... Warum hab ich das jetzt nicht geschafft? Dann ist der auch kaputt. Weil der Carrier weg ist? Ja. Wird sich zurückziehen? Ne. Da frag ich jetzt, wie das hier auch durchgezogen. Der auf eine Siebe trifft. Ja. Also Swayze keine... Ja. Trifft. Nee, die trifft schießt nur einmal zu Beginn des Kampfes. Ja? Ja. Egal, dann schießt halt irgendwas anderes. Ja. Ein Fighter kommt bei mir noch raus. Ja. Ja, das soll ich hassen. Das ist schon krass viel Würfelgebild geworden. Das war ziemlich... Aber dass auch noch deine Karte halt, dass es so eine Counterkarte wirklich gibt. Das ist halt... Ja. Weil sonst hättest du jetzt den nicht beschädigen müssen. Dann hättest du wieder drei getroffen. Das wär auf jeden Fall knapper geworden. Ja. Hätte mir besser gefallen. Das wusste ich, dass du das halt nicht kriegst. Also... Das war so unwahrscheinlich. Ja, die Frage ist, ähm... Wo komm ich an zwei Punkte ran? Das ist halt leider nicht näher gerückt dadurch. Musst du das wieder eingehen. Oder doch, ich hab ja... Secret! Wenn zwei andere gegeneinander kämpfen kriegst. Mhm. Äh... Wieso wär ne gute Karte? Der lachende Dritte. Mit dem Titel gleich. Nee. Dann bist du dran. Oder? Nach Ben? Ah! Ich hätte übrigens, äh... Bei der Space Cannon hätte ich ein... Übersichtlichen Würfel. Nee, plass mal. Ich hätte eins würzlichen Würfelwürfeln. Ja, du hast jetzt eh nicht so viel verloren. Ich glaub, das können wir ihm schenken. Ja. Aber wie wärs, wenn wir die Token lieber rausnehmen als die richtigen Fighter? Ich glaub, das ist übersichtliche. Ja. Keine Ahnung, ob es geklappt hätte. Einige Würfel. Also ich brauch noch zwei Runden, um zu gewinnen. Es bleibt dabei. Ja. Also nach dieser Runde, zwei Runden. Also eventuell zu gewinnen, sollte ich auch noch dazu sagen. Oh, wir decken ja noch eine Agenda auf. Hm, da kann noch einiges passieren. Was ist dran? Ich bin dran? Mhm. Das Einzige, was ich machen kann, ist jetzt das Auslösen. Leadership? Ja. Dann hol ich mir doch auch mal einen Token. Ben, musst du auch noch Token? Ja. Haben wir noch Strategy-Dinger nie, ne? Strategy-Dinger? Also Karten zum Ausführen, dass man... Nee, bei mir ist es auch. Ich nehme auch nur einen und ich überlege, bevor ich den hinlege. Da lege ich den hin. Wir haben keine mehr, ne? Nee, dann... Ich glaube, ich bin dann auch durch. Bist durchgepasst? Ich glaube. Nach ihm bin ich auch dran, ne? Mhm. Hast du auch One-Komment-Token genutzt? Das ist doch gar keine mehr, ne? Brauchst nicht. Doch, steht hier. Wo? Nee, du musst so... Ja, ja, ja. Das ist die eine Karte. Ja, ja, ja. Gut, ähm... Das kann ich ja noch machen. Tactical. Das System ist benutzt, das System ist benutzt. Das heißt, ich kann die da auch nicht rausziehen. Das sieht so aus, als ob Rarion weiter dein Urlaubsplanet bleibt. Das finde ich sehr gemütlich. Das ist nicht gnädig, das ist leid. Das stört mich irgendwie. Kann ich da wenigstens meine Flagge hinstellen? Nein. Verdammt. Verdammt. Ich dachte, wir wären Freunde. Ich verliere nicht mit fünf! Wie geil! Ich, ähm... Wollen wir noch ein Geld gegen... ...ein Geld tauschen? Hä? Du hast doch da noch ein Geld zu legen. Ich geb dir... Ja, aber das ist ein normales Geld. Also das ist kein... Achso, das kann man nicht... Das kann man nicht handeln. Nein, nö. Das würde ich natürlich machen. Okay, gut. Ähm... Dann kann ich wirklich irgendwie gar nichts mehr machen. Diese Spezial... Ich spiele hier quasi ohne Spezialfähigkeit. Das ist schon heftig. So, ich kann noch angreifen. Was mach ich denn noch? Du kannst noch angreifen? Klar, ich hab drei Tokens. Ja, du hast alle Planeten, die du brauchst. So, ich kann jetzt hier noch mehr nehmen. Aber erstmal wenn ich... Nee, kannst du... Klopp, das willst du nicht. Dann musst du den ja nackig lassen. Ja. Ja, ist ja wurscht. Ähm... Ich hab keine Ahnung, was sie machen. Also ich aktiviere mal irgendein System. Welches? Jetzt wird ein Megatollrex gebaut. Das kann ich aber groß sein. Vor allem, wenn du die Dreadnounds aufwertest, kannst du das theoretisch häufiger schaffen. Also die, wenn die zerstört werden, zwei Treffer quasi rausgeben, ist schon hart. Ach, ich hab mein Dings komplett klack eingesetzt. Also Bern, du musst nachher auch wieder wach bleiben und mit mir unterwegs texten, dann ist ja die Strecke wieder schön kurz. Das war ganz angenehm gestern. Ihr habt gestern auch gezackt? Ja, bis halb... Nee, es war sogar halb zwei oder so. Ach, deswegen hast du mir anscheinend für 44. Nee, es gibt es halt auch so. Ich muss leider worum sogar arbeiten. Du glaub ich nicht, ne? Nee. Krass, wie leer gelb das geworden ist, ne? Es war nie wahnsinnig viel Gelb auf der Karte. Es war nie viel Gelb da. Es war krass, dass die mit einer drei treffen, ist halt super mega mächtig. Ja, hätte ich mir doch mal die Warslamets geholt. Aber dann hätte ich wahrscheinlich den Kampf vielleicht nicht gewonnen. Aber es bleibt auch dabei, das ist wie bei Star Wars Rebellion dieses irgendwas bauen. Ich kann das halt irgendwie erst übernächste Runde wirklich aktiv nutzen. Naja. Das tut schon so ein bisschen weh. Ich komme auf neun Planeten. Einfach nicht mehr. Wo bist du denn jetzt? Du bist doch gerade nicht bei neun. Doch. Ich hab zwei, vier, sechs, acht, neun, äh sieben. Ich komme auf neun. Zwei zählen. Ein, zwei, drei,地, sechs, sieben. Wenn nicht wenigstens dieses fucking... Hast du da irgendwo bei dir ein Wurmloch? Ja. Was im B-Wurmloch, ne? Kannst da vorbeikommen. Ist auch nur ein Planet, leider. Planeten weggenommen? Wir haben dir, glaube ich, gefühlt noch nie einen Planeten weggenommen. Doch, den da. Ne, das war sogar noch... Doch, das war meiner, ja. Aber ne, du hattest noch mal... Aber den hat er zwischendurch. Ja, den zwischendurch genommen. Einmal... Den Planeten hast du auch wohl noch gehabt, stimmt. Ne, den hatte... Hier hat er... Ne, doch, den Planeten hatte er. Wieso musst du denn hier... Wir wären halt nicht fertig, weil wir alle nur damit beschäftigt sind, ihn zu bremsen. Und einfach nichts weiter auf die Reihe kriegen. Also du kannst ja auch... Ich mach zwei Punkte. Wegen den elf Planeten. Du hast zwölf, ne? Du hast gepasst, ne? Äh... Nein. Doch. Ja, aber es ist einfach... Also ich aktiviere das System hier. Das geht? Womit machst du das? Fliegt einfach rein. Ich hab nur leider ziemlich ground... Oh, einer ging ein. Ich verstehe nicht, womit du das jetzt machst. Du ziehst hier eins, zwei, drei rein. Ich konnte sogar... Ja, drei passen. Drei? Womit kannst du drei fliegen? Der kann zwei fliegen und ich hab ja plus eins auf irgendeine Bewegung. Ach so. Oh, da muss ich aber wieder scheiße drüffeln. Und dann kommst du diese Runde immer noch nicht auf elf Planeten. Das ist egal. Schauen wir mal. Havum noch ist da, ne? Das ist aber voll Kacke. Da sind viel mehr Planeten drüber. Das bringt mir nichts. Eins, zwei, drei. Ich hab auch noch Action-Karbe. Dann komm ich nur da. Wo ist die Flank-Speed, wenn man sie braucht? Ja. Da hätt ich jetzt gewonnen. Ich find das so witzig, dass du über so viele Möglichkeiten drehst. Wenn du so denkst, meine Schiffe können sich einfach null bewegen. Ich glaub, das muss ich auch irgendwie rauskriegen in dem Spiel, weil ich noch... Deswegen hab ich die ganze Zeit überlegen, warum... Selbst wenn ich irgendwie in diesem Bereich wollte, brauch ich zwei Runden. Also die nächste und die übernächste. Meine Schiffe haben nur eine Bewegung von eins. Ich mein, irgendwo hinziehen kostet ein Token. Es ist einfach 50... Ah, ich hab hier zwei Einheiten. Alles gut. Das erhöht meine Chance ein bisschen mehr, aber ich will wahrscheinlich trotzdem verlieren. Also ich fick hier eins, zwei, drei hin. Und wann machst du einen Bodenangriff? Ja, aber hier auf Rot. Auf Rot. Nicht auf mich. Schade. Ist das Blombardement, oder? Nö, das ist ganz normal. Ich nehm noch hier ein paar Fighter mit. Wo ist denn das? Ja, und dann unsere Kämpfe. Mhm. Deiner sind meine Einheiten. Komm, bitte. Es gibt da eine Karte. Vielleicht gibt's die ja mehrfach. Bitte hab sie. Hä? Nein. Ich hab nichts. Eintreffer. Ich hab auf jeden Fall. Und dann hast du ein Planet mehr, dann bist du bei acht. Das ist okay. Und du brauchst noch drei. Geh weg. Ja. Zwei tot. Einmal bitte Trarom-bom. Rarren. Was? Trar was? Rarren. Der müsste... Ja. Ach, Rarren. Fertlatt irgendwo da. Gut. Aber es ist ja noch nicht... Wir sind ja nicht am Ende der Aufschlacht. Also, ja. Du bist dran. Boah, ist das viel viel mehr. Natürlich ist es zu klein. Kannst du nicht auch irgendwie durch mich durchfliegen oder irgendwas? Dann kannst du es ja direkt wieder raushauen. Das wär cool, ne? Mhm. Du... Und jetzt könntest du nicht... Kannst du auch nicht... Du könntest schon mal einen Carry auf irgendwas zu bewegen, aber das wär wahrscheinlich auch relativ was kann. Du kannst dich irgendwie so krass viel bewegen. Ich bin mir immer noch nicht schlüssig, wie du das machst, obwohl ich dabei zugucke. 2er Movement, 1 Schiff plus 1 Movement, 3 Movement. Wurmlöcher bringen, falten den Raum. 1, 2, 3. Und du kannst durch mich durchfliegen. Richtig. Du siehst mich nicht. Ich bin unsichtbar. It's magic. Er ist es, es sieht gefühlt aus. Das stimmt. Also das System ist aktiviert, das ist aktiviert. Also eigentlich kann ich nur noch da, 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 wirklich nichts mehr machen. Dann mach ich doch, aktiviere ich doch das System hier. Und dann, baue ich weiter. Was soll ich sonst machen? Kannst du auch sich meine Einheiten durchbewegen? Nee, kannst du auch nicht sehen. Nein, leider nicht. Und hier, nach 7 Stunden, seht ihr meinen ankommenden Sieg. Und wenn meine Gegner nichts Episches mehr machen werden, habe ich das Spiel jetzt gerade gewonnen. Ich werde 10 Minuten berichten, ob es geschehen ist. Er braucht dieses Ding für seine, er braucht solche blauen Planeten, um sein Secret zu erfüllen. Wir müssen irgendwie einen blauen Planeten noch nicht mehr abnehmen. Vielleicht muss er auch. Das kann gar nicht sein, du hast so wenig von diesen blauen Planeten. Vielleicht muss er auch in der Nähe von blauen Heimatplaneten. Also von einem Heimatplaneten. Du hast jetzt drei blaue. Du musst fünf brauchen eigentlich, wenn das eine Karte ist. Nee, du hast vier blaue tatsächlich. Vier blaue. Hast du schon Schluss gemacht? Die sind alle, die sind nicht aktiviert, aber die kann ich nicht bewegen. Nee, ja, ich weiß, welche Karte er hat. Also, ja, dann machst du einen Punkt und dann machst du noch irgendeinen Punkt, indem du drei Tauchen ausgibst, das Spiel ist vorbei. Okay. Das hast du aber schon gemacht. Das hast du schon gemacht? Das hast du schon gemacht. Dann musst du noch irgendwas anders scoren. Dann hast du ja nur einen. Wir gucken mal. Welchen stehen denn noch bei dir aus? Control four planets that each have the same planet trait. Erfüllt zwei gleichzeitig damit. Ja, das Spiel ist vorbei. Na. Mit was? Er hat jetzt vier Kulturplaneten. Ja. Ja, sein Secret Ding ist, dass er vier dieser blauen Dinge, die er Kulturplaneten halten muss. Das tut er gerade. Oder er müsste in der Nähe zu einem einer Planetenschiffe haben oder sowas. Zwei in der Nähe wäre das dann wahrscheinlich, wenn das so eine Karte ist. Und das ist ja nur einmal. Nee, nee, das wird das sein, weil er genau vier jetzt auch damit hat. Er hat das überlegt. Und es erfüllt auch dieses, was er auch noch nicht hat. Und das sind die zwei Punkte, die er braucht. Aber er darf ja nur eines pro Runde erfüllen. Nein, das Secret und das. Er darf beide erfüllen. Und wir können nichts mehr dagegen tun. Nur ich weiß nicht, warum er da die ganze Zeit so rumgegräbt und das gemacht hat, anstatt einfach das zu machen. Ich musste halt das mal ein Ursprünglicher planen. War da auch ein Blauer dabei? Nee. Nee, aber das ist eine Welt im Heimatsystem. Das sind zwei sichere Punkte. Welt im Heimatsystem? Control one planet that is NASA players. Home System zwei Punkte. Ach, das sieht auch aus. Stimmt. Ich habe halt null Bewegung. Da kann man wahrscheinlich dieses Spiel nicht durchgehen. Die haben nur eine Bewegung von eins, ne? Der Aal, brauchen wir nicht mehr in Reiter überlegen, ist vorbei. Ist gut. Noch ist nicht vorbei. Er hat keine Möglichkeit, hier einen dieser Planeten abzunehmen. Er hat keine Möglichkeit. Das stimmt. Aber vielleicht habe ich das eigentlich. Böff ich ja. Das ist nicht der Fall. Wenn ich aus einem Wurm noch rauskomme, kann ich dann aus dem Ding noch raus, wo du noch kämpfst? Wenn du noch Bewegung hast, ja. Aber kämpfe ich dann nicht automatisch gegen die Einheiten? Wenn du nichts hast, wo du das nicht hast, dann musst du automatisch anhalten und kämpfen. Das Problem ist, du hast nichts, was bewegen und Bodentruppen transportieren kann. Du müsstest ja eine Bewegung machen, zwei Bewegungen. Und dann müsstest du Bodentruppen dabei haben, um diesen Planeten zu erobern. Und ich sehe nicht, wie das gehen soll. Du hast da nämlich überhaupt nirgendwo Bodentruppen. Dein Transporter kann sich nur um eins bewegen. Das heißt, der kommt maximal bis hier. Der kommt auch nicht dahin, um den zu versuchen zu erobern. Dann wird es in der Tat schwer. Also, dass wir hier den Luftkampf überstehen müssen. Wirklich. Wer weiß, welches Ziel ich habe. Es ist, glaube ich, relativ eindeutig. Keine Ahnung. Ist ja auch nur, die Kennenärmpartie, wir fahren die anderen irgendwann mal ins Bett. Konntest halt super viel bewegen, auch überall. Und ich überlege hatte, ich bräuchte zwei Runden, um hier hinzukommen. Ja, aber auch schon seit zwei Runden. Aber auch schon seit zwei Runden. Ja, aber du hast dich das letzte Mal drum nicht bewegt. Ich muss, weil ich produzieren muss und das aktiviert die Systeme ja auch. Was soll ich machen? Und wenn ich Warfare nehme, hättest du schon längst über Mechathorex gewonnen. Ist auch egal. Dürfen wir. Ich aktiviere Mechathorex. Und ich habe drei Baumein-Flaggschiffe hier rein. Warum machst du das? Und zwei von denen. Die Partie ist doch vorbei. Noch hat keiner gewonnen. Also hier will ich meine Mutterschiffe haben. Ich kann entscheiden für einen Schuh ohne Mutterschiff oder Flaggschiff. Da bist du? Ja. Keine Ahnung, ob ich dich noch irgendwie aufhalten kann. Ich weiß ja nicht, ob du sicher das hast. Richtig. Dann produziere ich dann noch. Er hat gerade so eine Instagram-Story gemacht. So, gleich brauchen wir einen Gewinn. Ich sage euch in 10 Minuten Bescheid, ob es geklappt hat. 3, dann kann ich zwei Krüse bauen. Ach, ich kann noch jetzt auch noch ein paar Fighters bauen. Passt du es dir auch wieder unbedingt rein? Keine Ahnung, was soll ich denn machen? Wo sind die Turbens? Kommt noch ein Fighter hin. Also ich passe. Dass du so viel machen kannst. Krasse Scheiße. So. Gut. Dann habe ich in der Tat gewonnen, weil ich habe das Ding mit den 4 Cultural Planets. Ich habe die Beine erfüllt und rücke hier auf 10 vor. Aber es ist relativ knapp geworden. Also dafür, dass du echt so weit hinten lagst, hätte das noch klappen können. Und wenn das sich nicht auswählen, das war halt auch irgendwie Zufall, dass das da ging. Sonst hätte das echt noch eng werden können. Wenn ich hier... Ich wollte ja erst reingehen und den schon mal erobern, aber ich habe es ja dann gelassen. Ich müsste nächste Runde hier hinkommen. Ich habe nämlich gerade das Secret bekommen, dass ich einen Punkt kriege. Durch... Durch... Was? Wenn ich... Wenn ich... Da, beziehungsweise da reinkomme, dann hätte ich einfach 3 Siegpunkte gleich. Wenn du reinkommst, oder wenn du was... Ich muss nur reinkommst. Einfach nur betreten für einen Siegpunkt. Also ich muss nur ein... Half-Shift. One or more-Shift. Drin haben. In a system that is adjacent to... Du musst nur eins haben. In einem System. Krass, das ist ja nicht so schwierig. Das hätte man ja wohl hingekriegt. Das ist krass. Es gibt keine Kampfversierung, sagt das. Die gab es in der ersten Version. Es gibt hier so Sachen wie Spend 10 Trade Goods, Spend 16 Resources, Spend 16 Influence. Das ist hart. Schnell noch mal ein Foto machen. Ja... Nett. Das war aber echt knapp. Also am Ende... Dafür, dass ich so mega fett hingelegen habe. Du hast halt mehr Zeit mit dem Aufbauen und sowas gebracht. Das Entscheidende war halt, dass du gesagt hast, wir machen das jetzt beide. Dann habt ihr beide mich eingeschränkt. Dann ging bei mir nichts mehr. Und du warst derjenige, der davon profitiert hat. Und er hat sich damit beschäftigt gehabt. Ja, aber wir haben uns ja... Also ich habe dich da ja auch runtergetrieben wieder. Ja, ich bin ja an zwei Fronten, wenn ich ja eingegriffen wurde. Soll ich machen? Das Problem hatte ich gerade auch da. Ich habe dich, wenn du eingefroren gut verloren hast. Ja, das war auch hart. Dann hast du schon echt gesagt, ich probiere es jetzt und es klappt. Hat nicht geklappt. Dann habe ich das gesehen. Dachte ich, okay, es kann noch klappen. Aber auch nur wegen diesem Upgrade hier. Habe ich das nicht geholt, dann wäre ich doof gewesen. Tja. Hast du auch noch im Nachhinein eingetauscht? Willst du da jetzt noch irgendwas rezensieren oder sonst was? Ja, ich brauche nicht Eindruck mich, dass das so liegen und mach da gerne noch kurzes Video zu. Okay. Das ist immer am besten so direkt nach dem Spiel, dann kann man so aus dem FF erzählen. Ja, das ist eine gute Idee. Und dann haben wir jetzt den Stream plus den ersten Druck. Das reicht auch. Ich weiß nicht, was da endet. Nee, das war ein. Also Leute, das war es jetzt von uns hier. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Vielleicht kommen wir gleich nochmal wieder. Vielleicht gehen wir mal ins Bett mal gucken. Und ja, danke an alle, die dabei waren. Ich weiß nicht, ob jemand von Anfang bis Ende geguckt hat. Das waren ja auch mal eben locker. Tatsächlich seit 7, 8 Stunden. Nein, das waren es für 18, 30, 7 Stunden. Ja, und...